ja kann ich bitte darüber reden was ich zuletzt reden wollte ich habe zum beispiel einen christlichen freund du willst jetzt sagen laut deiner religion und so weiter dann sei es so okay ich will jetzt darüber diskutieren aber wenn ich jetzt jemanden zum islam überzeugen will dann sage ich ihnen mein bruder setzt sich bitte hin 123 erzählen schöne sachen über meine religion ich lassen so was ich erklären will so lässt man jemanden überzeugen von etwas aber du kommst hier rein machst dich lustig über die muslime provoziert die muslime kränkst die muslime bitte 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 beantworten eine frage wie soll sich dann ein wie soll dann ein muslim seine religion wechseln das was du machst nicht mein esel würde seine religion wechseln verstehe mich nicht was meinst du wie allah das denn die ganze zeit macht die juden und christen zu beleidigen und zu sagen siehst du siehst du das mal bitte an wenn das also nicht für wirkt wie du das jetzt meinst dann ist ja dein gott auf einem richtig falschen weg als er die juden und christen beleidigt hat richtig die leute sieht die leute wallah sieht ihr ich rede was und er kommt wieder auf meine religion auch ich bin ich bin direkt beim thema mein lieber nein sie ist an das geräum das recht ist eine eine konversation führt er funktioniert nur wenn die anderen sich ausreden lassen und der andere auch mal zuhört und nicht direkt wieder ins wort rein fällt du siehst du dass dein gott bei jeder gelegenheit ist nicht auslässt gegen die juden und christen zu hetzen zu schießen sie zu beleidigen und gar sondern sogar noch seine eigenen anhänger dazu aufzurufen von ihnen schutzgeld zu verlangen und sie nacken zu therapieren verstehst du wie will denn alle auf einmal die leute überzeugen mit sowas heißt das dass sein gott schlecht gehandelt hat als er jetzt auf einmal die juden und christen so angegriffen hat okay ich habe eine frage an dich dein jesus wäre er stolz auf das was du jetzt machst absolut der sagt ami steht zu der wahl steht zu mir ja er deckt die finsternis auf und hat keine gemeinschaft mit ihnen aber hat sich hat sich dein gott über andere menschen lustig gemacht das nicht hat sich nicht direkt lustig gemacht aber er hat die pharisäer hardcore zurechtgewiesen sehr 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 zurechtgewiesen aber indem er sich lustig gemacht hat ihr habt den teufel zum vater der gesagt und der jesus christus hat sehr sehr harsch gesprochen guck mal was die leute hier schreiben hamas ist jetzt hummus falafel die sind so voll die du hast die so aufgehetzt wirklich ich rede wie ein mensch und ich habe nichts falsches gesagt ich rede gar nicht verkehrt ich rede nichts schlimmes und trotzdem machen sie sich über mich lustig aber dein gott macht sich doch über die christin lustig wenn man jetzt kommt wieder auf die religion aus dem islam wenn du das nicht ertragen kannst du akzeptierst dich dass andere sich über deinen glauben lustig waren aber hast kein problem dass zum beispiel mohammed sich lustig macht sie jetzt wieder beleidigt und dein gott genauso ist anstatt sowas anstatt mir solche beispiele zu geben gibt mir doch mal beispiele über wenn muslim sich über christen oder sonst was lustig machen das ist doch mal was anderes du siehst nicht die ganzen tiktoker die das machen wer das macht ist ein hund wer sich über die christen oder über die juden lustig macht ist ein hund und da er macht das wirklich hansi und die ganzen leute sind hunde wer sich über eine religion lustig macht und lacht und provoziert und eklisch noch so eklisch lacht einfach das ist für mich kein mensch wenn jemand was wenn jemand von jemanden wenn jemand jemanden überzeugen möchte dann mit liebevoller art mit sanfter art und mit dem nicht egal wie du das war was redest du da was egal wie du das machst muss da wenn ich dir zum beispiel ich habe nicht gesagt in dem sinne egal so nach dem motto du kannst machen was du willst ich meine wenn der mensch offen ist für dieses ganze ganz auch dementsprechend mit ihm ein gespräch führen und auch über ganz bestimmte sache schnell bestandteile auch lachen das ist dann egal weil er sowieso von vorne reich ich rede ich rede ich rede ich rede allgemein aber ich rede das gerade für dich weil du lebst ja dein christentum sehr intensiv das sehe ich okay du bist sehr davon überzeugt alle wieso lässt du die leute nicht also warum lässt du die menschen nicht überzeugen indem du was gut dich über deine religion redest anstatt dich über andere lustig machen soll ich doch sowohl als auch was muss ich muss die dinge klarstellen die aller falsch über das christentum sagen beziehungsweise die bibel und über die gar aber mit menschlicher art nicht mit menschlich wird was meinst du wenn ich so sein würde wie die muslime wie unmenschlich dass wir kommen zum beispiel die kommentare jetzt eine frage an mir ich habe eine frage an dich bitte bitte eine frage habe ich gerade falsch irgendwas falsches mit dir geredet irgendwie falsch geredet oder sonst was ja jetzt gerade nicht aber wie hast du dich vor einer stunde bin am musa okay wie habe ich mich denn benommen erzähl mal hast du nicht gesagt ich punkte diese du hund hast du dich nicht beleidigt und alles okay und warum habe ich so reagiert nein weil du dich über meine religion lustig macht dann bleibe ich es gar nichts damit zu tun die kann es doch sowieso egal sein nein natürlich nicht es kriegt mich ich liebe meine religion aus ich lebe ich lebe ich bin moslem okay ich glaube an gott ich glaube an ich glaube an den islam und alles und wenn ich jemanden sehe der hier rum beleidigt und schlecht über den islam redet dann werde ich wütend weil ich ein mensch bin ich habe wut in mir und ich lasse meine wut okay aber jetzt gerade habe ich nicht mit dem falschen oder davor habe ich jetzt nicht oder muss da sei nicht so ein doppelmoralist warum hast du denn kein problem mit allahs aussagen aber problem mit anderen aussagen und fühlt sich auch noch zu dieser religion hinzugefügt also so hinzugezogen darfst du fragen oder nicht so wieder sagt er darf ich dich was fragen kannst du mal bitte einmal eingehen auch nicht hören möchte ich glaube die kein wort bringt das nicht weil ich dich hören möchte sieht ihr guck dir das man da habe ich auf wenigstens ein bisschen hoffnung gehabt da kommt sowas bei raus ja er will fragen aber nicht hören ja wenn du wenn ein problem hat mit beleidigen aber hat er dann kein problem mit allah der nur am beleidigen ist verstehe ich nicht die doppelmoral ist das denn amir gottes segen gottes segen amir ich will nicht dich lange aufhalten ich habe etwas entdeckt ich will es mit ihr teilen ja so schau mal du weißt ja im hebräischen und dem altgriechischen gab es ja damals die hatten ja damals keine so richtige mathematik sondern die haben die buchstaben verwendet um den wert zu zeigen so haben wir damals gezählt genau weißt du was richtig interessant ist denn es ist eins okay das erste kapitel nur hat 434 wörter im originalen hebräischen text okay behalt die zahl 434 wenn du jetzt offenbarung genau wenn du jetzt offenbarung nimmst 22 also letzte kapitel habt 454 wörter im originalen griechischen text wenn du jetzt 434 plus 454 nimmst kommt die zahl 888 raus so wofür steht die zahl 888 wenn wir aus dem griechischen die den namen von jesus nehmen also issues und die nummern vergleichen also wofür das i steht das h und so ist richtig heftig was kann ich dir noch zeigen zum beispiel dass alle und das sind ja erste und letzte buchstabe vom hebräischen alphabet genau wir haben hier bei offenbarung 22 13 wo jesus sagt ich bin das alpha und das omega der erste und der letzte der anfang und das ende so aber wenn du die zwei einfach mal wechselt mit ich bin das aleph und das tab dann hast du alle was symbol symbol vom antiken hebräischen text ein ochse oder ein stier war okay und die bedeutung war anführer stärke erster oder gott und das tab was bedeutung bund und siegel hatte und das ist jetzt das heftige das tab symbolisiert vom anti von der antiken schrift ein kreuz da siehst du mal was was alles in unserer heiligen schrift verborgen ist aber sichtbar für diejenigen die wirklich nach der wahrheit suchen möchten weiß was noch krasser ist ja das habe ich schon sehr oft einigen hier schon erklärt dass die namen von adam bis nur einen ganzen satz ergeben guck mal was der herr sich dabei gedacht hat das ist für mich so spektakulär damit hat er einen ein stempel reingesetzt für all diejenigen die behaupten dass gott sein wort verfälschen lassen würde guck mal hier adam bedeutet mensch selbst bedeutet berufen ernannt aus anderer quelle ersatz der an die stelle eines anderen gesetzte noch gen auch bedeutet sterblich oder sterblich hingefälliger mensch kenan bedeutet schmerz aus anderer quelle besitzt oder schmied mahaliel bedeutet der selige heilige gott jared bedeutet soll hernieder kommen henoch bedeutet lehre mit usala sein tod soll bringen aus anderer quelle es es wird gesandt werden oder wenn er stirbt soll es kommen lammer verzweifelt nur trost ruhe guck mal jetzt als ganzer satz ergibt von adam bis nur folgendes der mensch ist zu tödlichen schmerz bestimmt der heilige gott soll hernieder kommen und lehren dass sein tod die verzweifelt benötigte hilfe bringen soll richtig das ist richtig heftig ist das ist so genial dass ich bin immer noch fasziniert wie gott allen ein 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 stempel so reingebrettet hat auf ihre köpfe so ne hier mit stempel ziegel habt ihr das dass ich nicht zulassen würde mein wort verfälschen kann weil allein die namen haben ja alle eine bedeutung richtig wusstest du das yahweh das ist ja auch gott segne dich mach weiter wieder widerspruch nicht genehmigt ja super dank ich komme jetzt gleich wieder muslime dürfen über alles reden hier in deutschland ihnen passiert nichts aber wenn ich hier in einem so genannten christlichen land über alles rede muss ich um mein leben zittern das ist so krank daran siehst du doch schon dass der islam was für eine religion das ist daran siehst du das doch schon wie verrückt das ganze ist willkommen deutschland und dann musst du dich noch sogar fürchten dass eventuell die jeder staat dich sogar noch runter buttert aber der hat seine schützende hand über mich ja also wollte gott dass du die prüfung bestehst gott lässt zu gott lässt auch zu der nimmt uns ja nicht den freien film wir können also entscheiden wohin wir gehen was wir machen ja aber der meinte dann ja aber guck mal du betest dass eine prüfung bestehst was haben die leuten in afrika die gerade am verhungern sind so sagt er auch warum hast du denn nicht gesagt warum unterstützt du denn nicht die menschen die gerade in afrika verhungern sind warum hast du den gott an gott gibt jedoch die möglichkeit in liebe diese menschen aufzunehmen und beispielsweise sie zu speisen mit wie viel hast du denn gespeist in deinem leben weil sie so gefragt ja ja da hätte auf einmal wäre der kleinlaut mit hut gewesen so unter dem teppich hätte man den reinpacken können ok ja wenn du dich also beschwerst über das dass die menschen verhungern warum hast du denn nichts dagegen getan ja hast recht meinst du gott lässt uns nicht die möglichkeit einander in liebe zu begegnen und dem anderen seinen leid und kummer zu nehmen wenn man helfen kann ja also wo ist das problem denkst du gott lässt sich von uns anklagen er kann ganz genau zu sagen ich habe dir doch in meinem wort gesagt dass das ihr einander lieben sollt wer seinen legsten liebt der tut ihm ja nichts böses oder verstehst du also er wird noch zur richtenschaft gezogen werden von gott ok hast du was sagen nee das war eigentlich meine frage ja ok alles klar gott segne dich ne gott segne dich da ja das sind die besten gott anklagen obwohl man selber auch handeln könnte. Ja, wo ist Gott? Guck dir das Leid der Welt an. Aber verstehen sie nicht, dass der Herr ihnen die Möglichkeit gibt, einander in Liebe zu begegnen und seinen Nächsten mit Liebe und Herz zu behandeln. Aus dem Herzen heraus mit Liebe zu behandeln. Danke, Arnie, habe ich wieder zu Jesus gefunden. Halleluja, Gott segne. Danke, Toni. Wie würde Masek krass sagen, Sir Sam. Genau. Grazie, Toni, grazie. Komm, lass uns wieder weiter, Dr. Roger Libyan. Die Qumran-Roll. Warum haben die sich abgesondert? Gehen wir zurück ins zweite Jahrhundert vor Christus. Das war in Israel im Judentum eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Man muss wissen, früher hatte man in Israel Schriftpropheten. Propheten, die inspiriert waren vom Heiligen Geist und Bücher zur Bibel hinzufügen konnten. Aber der letzte Schriftprophet, der auftrat in Israel, war Malachi, um 400 vor Christus. Er hat das letzte Wiedelbuch des Alten Testaments geschrieben und ab da gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Ein Schriftprophet musste übrigens auch den Prophetentest bestehen. Er musste Nahzeitprophetie äußern und die musste immer 100% korrekt sein. Was hat denn Mohammed für Prophetien gebracht? Was war denn der Test von Mohammed? Wenn er ein Prophet war? Alle Propheten waren Juden und dann kommt Mohammed als Araber und will auch Prophet sein. Nein, nein, nein. Er war niemals ein Prophet. Er hat nur so getan, als wäre er ein Prophet. Eine falsche prophetische Aussage und es war klar, das ist kein Prophet des Herrn. Aha, eine falsche Aussage und das war kein Prophet des Herrn. Guckt euch bitte Mohammed an. Soll ich euch das mal bezahlen? Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. So, warte mal ganz kurz. Wo war das? No momentos, por favoras. Schaut euch mal bitte diese wundervolle Aussage von ihm an. Sayy al-Bukhari 56, 88. Ich hörte den Gesandten Allahs Friede sein mit ihm sagen, Schwarzkümmel heilt alle Krankheiten außer dem Tod. Ist das eine richtige Prophezeiung? Ist das ein Prophet, der so was sagt? Schwarzkümmel heilt alle Krankheiten außer dem Tod? Was ist das, Mann? Das ist also ein Prophet, der so eine Aussage tätigt. Ja, natürlich, klar. Ihr Muslime seid so heftig, ne? Er hat den Tod verdient. Er hat den Tod verdient sogar! Ab 400 hört er das auf. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, da steht in Sanhedrin, im Taktat Sanhedrin 10, nach den Propheten, Zachariah, Haggai und Malachi, wächt der Heilige Geist von Israel. Und in dieser Zeit kam auch eine geistliche Unordnung. Welche Nummer war das? Das war Sayy al-Bukhari 56, 88. Sayy al-Bukhari 56, 88. Unordnung in den Tempel zu Jerusalem. Wir sind da jetzt im zweiten Jahrhundert, in der Zeit, in der zweiten Hälfte, in der Zeit nach der großen Makabäer Erweckung. Aber dann ging es steil hinunter. Aus diesen Leuten, die ursprünglich eine Erweckung ausgelöst hatten, kam Unordnung in das Volk hinein. Und zwar hat einer der Makabäer, oder man nennt sie auch Hasmoneer, hat illegal das hohe Priesteramt an sich gerissen. Das durften nur Zadokiden begleiten. Also solche, die von einem treuen hohen Priester zur Zeit von David und Salomo abstammten, von Zadok. Wie denn Roger Levy sich auskennt, das ist unglaublich. Allein diese ganzen Kleinigkeiten, ne, mit Priestertum und wer was war, wo, wie, wie die genannt werden. Und das ist für mich so unvorstellbar. Dieses Wissen, was der hat, ne, das ist unglaublich. Stell dir mal vor, das Wissen von Roger Levy über die Bibel, gepaart mit dem Wissen von Gustav Prince in Islam. Und dann gehst du und führst Debatten. Das ist so unglaublich. Wer will dich denn aufhalten? Keiner. Du gehst also in jede Moschee und gehst die Debatte machen. Moschee geschlossen. Nächste Moschee. Imam widerlegt. Nächste Moschee geschlossen. Ich verstehe auch nicht, warum der Roger Levy nicht die Leute auffordert zur Debatte. Der könnte ja jede Debatte gewinnen. Jede. Ich glaube, keiner hat so ein Bibelwissen wie er. Niemand hat so ein präzises Bibelwissen wie er. Das ist schon unnormal heftig. Aber die haben den Griff zum hohen Priesteramt gemacht. Und noch schlimmer, etwas später hat einer sogar das Königtum für sich beansprucht. In der Bibel haben wir immer die Gewaltentrennung. Priestertum und Königtum durften nie vereinigt werden. Nur der Messias sollte das einmal vereinigen. Und da hat man Krone und Priestertum miteinander vereinigt. Und das gab Treuen in Israel ein echtes Problem. Wie können die weiter in diesen Tempel gehen? Das ist ja gar nicht mehr nach der Bibel. Und da war ein Zadokide. Zadokide. Also einer aus dieser offiziellen biblischen hohen Priesterlinie. Der sagte, ich gehe in die Wüste. Und andere gingen mit ihm. Und die gründeten die Gemeinschaft von Qumran. Und sie sagten sich, wir gehen da ans Tote Meer, in die Wüste. Und warten, bis der Messias kommt und einen neuen Tempel bringt. Und Ordnung schaffen wird. Denn sie wussten, es ist die Zeit, wo der Messias bald kommen würde. Und das wusste man aus Daniel 9. Die Prophetie über die Jahrwochen, wenn man die nachrechnet, bringt einen das auf das erste Jahrhundert nach Christus. Und da sollte der Messias kommen. Warum gehen sie genau in die Wüste? Nun, in Jesaja 40,3 wird gesagt, dass ein Prophet den Messias einführen würde. Die Stimme eines Rufenden. Genau. Die Stimme eines Rufenden. Er tönt in der Wüste. Ebenet den Weg des Herrn. Und wer ist das? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Ebenet den Weg des Herrn. Jeder Berg und jeder Hügel soll klein gemacht werden vor ihm. Amen. Rufenden. In der Wüste warnt den Weg des Herrn. Ebenet in der Arawa eine Straße für unseren Gott. Amen. Sie wissen wohl, dass diese Prophetie sich erfüllt. Wahnsinn. Denn diese Prophetie hat sich erfüllt, als Jesus Christus auf einem Esel angeritten kam. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde hinweg nimmt. Halleluja. Wahnsinn. Deswegen, ich bin immer noch am Staunen. Und ich krieg immer so Schmunzeln in meinen Lippen. Meine Lippen sind am Schmunzeln. Wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr so die Qumran-Rollen finden hat lassen. Und die Jesaja-Schrift-Rollen alle bewahrt wurden. Auf dem Buchstaben genau. 7,314 Meter im Jerusalemer Museum. Und da steht in Jesaja 43 genau das, was in unseren heutigen Bibeln steht. Ebenet den Weg des Herrn, unserem Gott. Guckt euch das mal bitte an. Ich lese euch das mal vor. Wie genial das ist. Wie genial bist du, Herr. Wie genial bist du, Herr. Da kommen einige auf die Toilette gehende Kamalurien-Fetischisten und behaupten, dass dein Wort verfälscht ist. Das kannst du keinem erzählen. Das ist so unglaublich. Warte. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Frohendienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg den Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Hefti. Halleluja. Halleluja. Ja. Malachi 3,1 ist genauso. Danke, Mann. Malachi 3,1. Hast du auch eine Prophezeiung? Lukas 1,16-17. Matthäus 3,3. Markus 1,3. Lukas 3,6. Johannes 1,23. Wir lesen. Johannes 1,23. Johannes 1,23. Johannes 1,23. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Halleluja. Da kommt euer Gott. Schauen wir mal. Matthäus 3,3. Schauen wir mal da. Matthäus 3,3. 3,3. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja. Der spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade eben. Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. Und dann gab es noch Markus 1,3. Markus 1,3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade eben. Aber, ne? Halleluja. Wundervoll. Wie heilig bist du, Herr. Wie heilig. Wie heilig und gerecht. Wie heilig und gerecht. Danke, woman auf alle. Wie heilig und gerecht. Was haben wir hier? Ein Moment. Jesaja 40,3. Ein Moment. Jesaja 40,3. Jesaja 40,3. Das Lamm Gottes, dass die Sünde hinwecken war. Vielleicht ist es bald so weit, dass wir entrückt werden. Ja, vielleicht ist es bald so weit, wer weiß. Jeden Tag kann es sein, ne? Das musst du dir mal geben, dass der, ähm, sag mal schnell, dass die Muslime sowas behaupten, ne? Unglaublich. Ja, sehr schön, mir auch, danke, danke. Ich, ähm, wollte nur kurz dir und auch den Geschwistern hier Bescheid sagen, ähm, du warst ja bei diesem Isan Bayam live letztens, und die haben doch die ganze Zeit irgendwie erzählt, ja, Kumranrollen ist fake, ist gefälscht, und wird schon die bankt und alles, ne? Ja. Da wollte ich nochmal sagen, ähm, ist tatsächlich richtig, ähm, die Kumranrollen nach 2000, die gefunden worden sind. Ja, genau. Also nach dem Jahr 2000, die sind tatsächlich gefälscht. Ja, 16 Fragmente, ja. Genau, die sind in privaten Museen gelandet, für Millionen verkauft worden, und die sind tatsächlich falsch. Betrifft keine Kumranrolle vor 2000. Ja, also Jesaja 53, ist alles sicher. Ja, der Isan Bayam hat sich vor über 2000 Menschen blamiert, bis auf die Knochen, ne? Wahnsinn. Ja, ja, totale Blamase. Meinst du, das war ein Zufall, Leute? Meinst du, das war ein Zufall, dass ich auf einmal dem Isan Bayam eine Anfrage gestellt habe, und dann auf einmal reingekommen bin, und dann ging's auf einmal los mit den Zuschauerzahlen, dass sie nach oben gestiegen sind, und ich das sagen durfte, und dann war ich auch wieder weg. Habt ihr gesehen? Ich durfte alles sagen, keiner hat etwas gesagt, und auf einmal stummen die mich, und dann bin ich rausgegangen. Wahnsinn, ne? Ja, Taktik, Amir, ne? Ist überall dasselbe. Aber die Leute sind jetzt so stutzig geworden, haben sich gedacht, warte mal, ich muss das mal herausfinden, wer von beiden lügt denn jetzt, Isan Bayam oder Amir? Und dann haben die sich gedacht, ach du Heiligen, der Isan Bayam hat vor über 2000 Leuten uns alle angelogen. Das ist krass, Amir. Wenn du die Internetseite dir anguckst, die er aufgemacht hat, er hat so eine Mini-Internetseite kurz aufgemacht, einen kleinen Ausschnitt davon, und dann stand tatsächlich da drin, ja, Qumran gefälscht, aber wenn du denselben Artikel weiterliest, steht drin, dass nur diese Rollen betroffen sind. Also seine eigene Quelle hat er nicht mal richtig aufgemacht. Und dann sagt er noch, kacken, dreist, ja, Amir, es ist genau, damit habe ich mich die ganze Zeit beschäftigt mit dem Thema. Ja, ja, das ist 30 Jahre. Und du hast doch Datsy-Scrolls, ja, meinst du, ja, genau, Datsy-Scrolls. Sagt er, die wurden schon widerlegt. Mein ich so, wer hat die widerlegt, wo? Meinst du, du kannst die doch im Jerusalemer Museum, es ist für jeden sichtbar, die Jesaja-Schrift, weil die ist authentisch. Die Carbondatierung ist auf 200 oder 300 vor Christus. Das ist nicht verarscht, oder was? Hör aufs Lügen, Mann. Amir, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ja, sehr gut. Gott segne dich, mein Lieber. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute, ne? Bis dann. Okay. Ja, und siehst du, da hat der Manuelsen sich aufgeregt, warum ich sage, dass Allah geistig ein Offen kommt. Hallo. 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 Ja. Hört ihr mich? Ja. Ja, Gottes Segen, Bruder. Ja. Gottes Segen. Bruder, ich habe mal eine Frage. Die Muslime sagen ja, Jesus ist Isa und so. Isa kommt auch bei ihnen vor, ne? Und die sagen ja, Isa, anstelle von Isa hat Allah jemand anderen kreuzigen lassen. Anstelle von Isa hat Allah jemand anderen kreuzigen. Anstelle von Isa hat Allah jemand anderen kreuzigen. Stimmt das? Aber die Frage ist, wofür wurde denn Isa, ähm, wofür, warum wollten die denn Isa kreuzigen? Was war denn der Urteil, sage ich mal? Genau, was war denn der, was war denn der, was war denn der, was war denn der. Genau. dass der jesus christus behauptet hat gott ja wie selbst zu sein als der hohe priester das kleid zerrissen hat der messias der sohn des hochgelobten das war dann die anklage gegen gottes lästerung weil er behauptet gott ja wie selbst zu sein genau ja warum wurde denn jesus christus im koran angeklagt für was genau das ist ja die frage warum wurde also der koran sagt ja auch dass jesus keine sünde hat ja solange er gelegt hat hat jesus keine einzige sünde und wenn wir nehmen dass er angeklagt wurde wegen gottes lästerung weil er behauptet er wäre gott dann ist das ja immer noch keine sünde weil er ja keine sünde hat laut im koran und dann ist dann müssen wir auch annehmen dass es richtig wäre was er gesagt hat ja so ist das ja sehr gut das wollte ich nur einmal fragen aber gut danke alles klar gott segne dich und einfach wieder gut segne dich auch oder jede selle ja es natürlich sehr bezeichnende wenn jesus christus im koran zur kreuzigung geht und warum warum für was war er denn angeklagt ankommen für was denn was hat er denn gemacht in der bibel heißt dass er gottes lästerung begangen hat als die juden steine aufheben wollen johannes 5 18 markus 14 61 und johannes 10 vers 30 bis 31 32 danke dankeschön ihnen vielen dank wie der jesus christus jeden einzelnen von euch das doppelte und dreifache zurückgeben das zehnfache guten segen amir hallo gott segne dich und deine familie dich auch mein bruder du sag mal hast du dir mal das barnabas evangelium angehört oder durchgelesen das ist eine absolute fälschung ja ich weiß aber hast du dir das mal angehört oder gelesen ja das hört sich sehr nach islam an so ein bisschen ja aber absolut nach islam absolut was sind solche gnostischen schriften verfälschung die die koran ja ja und und die einfach die einführung ist ja so dass der barnabas sich als verfasser darstellt und in der geschichte ist es so dass sich barnabas in stelle von thomas als apostel ausgibt und thomas wird gar nicht aufgezählt ja und dort drin steht ja wie heißt das dass jesus einer seiner jünger aufruft wer seinen platz immer übernehmen will weil es für das kreuz und wie kann das sein dass diese geschichte dann im islam landet von barnabas evangelium müssen sich doch die muslime fragen oder ja kann man sagen und ich habe ja auch das pseudo matthäus an mir durch gelesen und dort kommt ja die geschichte mit wo maria ja unter dem baum da war und der baum neigte sich wieso landet diese geschichte aus dem pseudo matthäus auch im koran heftig ja kein problem so ich bin wieder da und ja und das kinderheiz evangelium von thomas kommt ihr das vor mit den vögeln und dass das und dass jesus als baby gesprochen hat da kann man ja den muslimen vorwerfen dass allah sich aus diesem pseudo evangelien sich bedient hat oder kann man ihnen ja vorwerfen oder natürlich da allah benutzt einfach äh glostische schriften ja er bedient ist die da allah ist genau dieser alte allah ja genau das ist ein konvertiert der viervogel hält auch sehr viel von ihm das so ein konvertiert ein ehemaliger christ der zum islam konvertiert ist und ein scheich wurde und er selber hat eine predigung wo er die muslime dazu aufruft nicht das bahnabas evangelium zu erwähnen weil das gegen sie feuert weil das bahnabas evangelium ist eine absolute fälschung was er sagt ich höre ich höre es ist nichts als verschwendung von papier weiter wenn du dachtest dass es so ein evangelium gibt dann wurdest du reingelegt das war kein evangelium nach bahnabas war ein testament nach bahnabas guck mal hier was er ist man existent in der early manuscripts of anything it was something that was in a library of one of the priests siehst du das war einfach nur ein schriftstück das irgendein priester gesammelt hat und dann irgendwann mal so in die welt gesandt hat siehst du damit ertäuscht heftig aber es gibt einen katholischen priester der zum islam konvertiert ist und das aufgeschrieben hat ja siehst du super das war der ehemalige piste siehst du wieder sich alles fügt dass diese leute versuchen dann werbung zu machen für ihren neuen glauben und versuchen mit allen mitteln die bibel ein schlechtes licht zu rücken den gott der bibel anzugreifen selbst sein wort anzuzweifeln dass er nicht in der lage wäre sein wort zu bewahren das muss sie mal geben kann man so ein gott vertrauen der ist eine lage sein wort zu bewahren was ist das das ist einfach krank das einfach krank was soll ich dazu noch sagen oder nicht ist das krank absolut absolut okay ich wünsche dir gottes segen und du machst super arbeit für den herren gott segne dich gott segne dich und deine familie dich auch einen schönen tag wünsche ich dir so haben wir weiter was was kann ich für sie tun diese fragmente diese stücke konnte man zusammensetzen und zuordnen und zwar zu etwa 800 schriftrollen 800 schriftrollen leute von diesen 800 schriftrollen sind 200 ungefähr biblische rollen also bibeltexte und man hat alle bücher des alten testaments gelegt heftig alle bücher des alten testaments sind gefunden worden wie hammer gott ist wie wundervoll der herr ist deswegen sagen wir wir können gott vertrauen allah den kannst du gar nicht vertrauen diesen allah diesen allah den kann man gar nicht vertrauen das ist ein nicht so wenig ist ein prophet zu vertrauen man kann weder allah vertrauen noch muhammad sie beide sind nicht vertrauenswürdig ausnahme des buches äster aber das muss nicht überraschen denn es gibt ein anderes biblisches buch das nur einmal belegt gefunden also der unterschied dass man etwas nur einmal findet oder oder gar nicht das ist nicht so groß ja von anderen büchern hat man sehr viele gefunden wie jesaja oder oder daniel aber nach eine ganze reihe von fragmenten gefunden und natürlich zu den fünf büchern mose von der torah aber eben jetzt gar nichts alle diese schriftzeit vom dritten jahr vor christus bis 68 nach christus das kann man sehr fast genau datieren das ende 68 nach christus markiert nämlich die zerstörung von kumran durch die römische armee die haben die siedlung in schutt und asche gelegt und danach sind sie durch die wüste hoch nach jerusalem gegangen um den belagerungsring um jerusalem zu legen im jahr 68 was dann schließlich im jahr 70 zum untergang jerusalems und des tempels geführt hatte hier auf diesem bild zeige ich den eingang zur höhle 4 man nummeriert die höhlen mit römischen zahlen durch von 1 bis 11 höhle 4 war die größte jetzt vergleichen roger liebi mit ein vortrag von roger liebi wie präzise und perfekt er das ganze ausarbeitet und eine powerpoint präsentation bietet und dann guckt ihr mal an was der piervogel davon sich gewinnt er über die kumran rollen spricht habt ihr einen größeren täuscher wie ihn gesehen im piervogel absolut bösartig nur damit er nicht den islam verlässt ist er bereit zu lügen und zu täuschen absolut schlimm schatzkammer also da hat man allein da hat man zehntausende von fragmenten gefunden warum konnten diese schriftrollen mehr als 2000 jahre überleben leute ich gehe noch mal raus und komme noch mal rein weil ich habe angst dass es auf einmal gesperrt wird weil es wurde nicht genehmigt live ist eingeschränkt und live sichtbarkeit ist eingeschränkt und alters beschränkt ich komme sofort wieder in einer in ein paar sekunden bin ich wieder da bis gleich macht ja sinn wenn wir an einen dreieinigen gott glauben dass innerhalb dieses dreieinigen gottes der vater zum sohn redet und der sohn zum vater oder aber was macht das für sinn wenn allah alleine da ist und mit wem redet er denn mit sich selber er kann ja mit alles reden was er geschaffen hat also warum hast du dann ein problem dass zum beispiel jesus christus betet denn allah selber betet und er gottes aber allah betet nicht also also laut mein verständnis so wie du es mir jetzt erklärst betet jesus sich selbst an nein jesus christus betet zu seinem vater er führte also die kommunikation die immer schon in ewigkeit bestand aufrecht wer ist denn sein vater ich verstehe der sohn ist gott der vater ist gott und der heilige geist ist gott aber innerhalb dieses gottes kommunizieren der vater und der sohn nein drei personen innerhalb dieses gottes wenn ich dir sage dass du wenn ich dir sage dass du aus körper geist und seele besteht bist du dann drei menschen oder bist du hast du bist du ein mensch bestehend aus mehr komponenten aber wie warum soll sich jemand in drei teilen verstehe ich nicht ja wer bist du denn dass du sagst was gott zu machen sag ich nicht um gottes willen schau mal wenn gott im schöpfung bericht schon mit sich sehr mit dem mit mit diesen dreieinigen gott immer schon kommuniziert hat lasst uns menschen machen sagt der herr guck mal ich sag dir so du hast schöne bizeps aber ich habe eine frage an dich also du bist ja ex muslim oder 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 nicht ja aber so wie ich das mitbekommen habe bist du nie muslim gewesen so weiß ich das wenn ich also nie muslim war da kannst du ja für uns jetzt die al fatih rezitieren warum damit ich sehe ob du ein moslem warst ich kann das machen aber so wie ich weiß du bist sarah trostra gewesen das ist ja nicht schlimm mach uns mal bitte äh zitieren uns mal bitte die al fatih warum soll ich das machen ja einfach ein bisschen hassanat sammeln für deine für deine ich weiß du bist grad ein bisschen nervös für dich bin ich ja eh so ein euro kommen moslem und ich komme irgendwie die araber in also in saudi arabien würden mich bist du langsam ein bisschen nervös geworden du bist doch der moslem wo ist das problem ein bisschen al fatih zu zählen nein laut dir laut dir bin ich ja ein euro kommen moslem oder nicht und die araber in der heimat wenn du mich als sarah trostra bezeichnet und du ein muslim bist wo ist das problem ich weiß nicht ob stimmt ich frage dich ja gerade ja deswegen sage ich bin keiner ich war ein moslem kannst du mich al fatih zitieren du bist ein moslem äh ich kann nicht zustimmen du musst selber live wenn er dich annimmt da will jemand hochkommen kann ich da zustimmen ne ne nicht ablenken ich möchte dass du dir al fatih zitierst du bist doch ein moslem warum soll ich das machen ja damit du beweist dass du ein moslem bist das musst du ja drauf haben ja ich hab drauf ja mach mal aber ich muss dir ja nichts beweisen ist egal du kannst den anderen das beweisen ich mach das ja nicht für dich ich mach das für mich du kannst ja für Allah machen ein bisschen hassanat sammeln ist doch schön mach mal das mach ich hier nicht vor der kamera auf TikTok naja das kannst du nämlich gar nicht das ist das problem kannst du gar nicht ich schwöre ich kann es ja dann mach warum ich warum soll ich damit auf TikTok aufmerksamkeit erzielen ich behaupte dass du nie ein muslim bist ah ja ja also also jetzt mach mal ich bin ich bin wie gesagt ich kann es privat machen ich muss es ja nicht es ist ja ein bisschen unangenehm wenn du auf einmal erwischt wurdest ne ist ja ein bisschen unangenehm gerade ne es ist ja ein bisschen unangenehm gerade ne es ist ja wie erwischt wie meinst du ich weiß er ist bekannt asan das ist man kennt ihn doch ja also guck mal ich verstehe nicht man kann ja du kannst ja auch zum beispiel ich finde es cool dass du ich glaube auch an die bibel ohne witz warum glaubst du denn nicht an das was der herr da offenbart hat wenn du an die bibel glaubst die bibel kam vor dem koran aber die bibel wurde verfälscht hast du dir eingeraucht hast du dir eingeraucht ne du redest wie jetzt im ocean man ich bin einfach nur müde alles an seinen sack ne du redest einfach so als hättest du valium ich guck doch abk man hast du valium oder sowas genommen wie bitte hast du irgendwas zu dir genommen du redest so als hättest du irgendwas zu dir genommen man nein und du siehst auch aus als hättest du eingedampft nein hab ich nicht da ich bin einfach ich seh das doch man du bist total ston man ich bin einfach nur müde ne du bist stoni ja ok ich bin grad aufgewacht töbe töbe ja du ja von diesem rausch von gestern noch ok sagen wir mal nehmen wir mal an es stimmt was eh nicht der fall ist was ändert unsere situation also das bringt dir das genau das ist eh nicht der fall natürlich ist das der fall kleiner lügner du wie bitte du bist am lügen du kannst doch nicht mal als alfati du warst am kiffen alles nehmen wir mal an es stimmt was eh nicht der fall ist aber was änderts dann warum gehst du auf diese karte verstehe ich nicht ja weil mich das aufregt dass du die ganze zeit nur am lügen bist nur am lügen ich tu nicht lügen mit was habe ich denn gelogen du hast behauptet dass ich kein moslem bin obwohl ich alles kann und ich habe behauptet dass du du sagst doch du bist ex muslim anstatt du mir das beweist anstatt du das beweist dass du wenigstens die alfati er kannst drückst du dich sogar noch dafür davor weißt du was ich grad nicht verstehe dass du stoned bist und ich noch du hast mich grad selbst versprochen du bist doch kein muslime du heißt ja ex muslim aktuell sagst du ja selber du hast mir einen vorwurf gemacht obwohl ich diese ganzen dinge kann und eindeutig ein moslem war und du kannst du abwarten ja aber man kennt von deinen kreisen sagen die leute dass du von diesem zaratrustras warst ja von deinen kreisen behaupten die leute dass du dir gestern 80 Typen gehst das sagt dein lg was sagst du jetzt das sagt ein belbier ja 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 stefanie chaka hehehe ist das voll bekippter Typ voll bekippter Typ ja jetzt hast du so was ist denn bloß hier los das möchte ich ja hallo ich habe eine Frage hallo Arnie wie geht's dir mir geht's gut danke wie geht's dir alles gut ich habe so eine Frage ja so ein Typ hat mir letztes Mal gesagt Christentum ist eine Mischung aus Judetum und griechischer Mythologie ich wollte fragen ob das stimmt nein das stimmt nicht der hat doch gesagt der satan versucht mit allen Mitteln irgendwie das Christentum schlecht zu machen dann aber auch die biblischen Geschichten zu klauen und sie in griechischen Mythologien einzuordnen damit der Mensch der das dann hört so verwirrt wird verstehst du ja aber die haben mir so auch Beweise gezeigt ja was für Beweise denn ja also mit Paulus das wir so hatten der hat so also der war Grieche und der so dieses griechische Glauben hätte Paulus war Grieche dieser Typ hat mir so gesagt anstatt du selber auf die Suche gehst und nach zu forschen wo Paulus ein Grieche war machst du nicht ja der hat gesagt Paulus hat alle griechische Gürtel zu einem gemacht oder so Paulus war ein Jude man ja aber trotzdem war der Grieche ich danke dir von mir raus raus hallo 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 mein Lieben also unfassbar ein Moslem der die Fatiha nicht rezitieren kann ja das kannst du dir nicht ausdenken das muss man ja bei jeder Gebetseinheit rezitieren weißt du also bei einem Moslem der fünfmal am Tag betet muss das 17 mal am Tag mindestens also ein Euro Shisha muss da haben wir noch gesehen man ja und der ist längst raus aus dem Islam der weiß es nur nicht also der betet ja wahrscheinlich nicht fünfmal am Tag und äh damit befindet er sich ja aktiv in Rebellion gegen Allah ja und ist längst raus die meisten die hier reinkommen und dich beleidigen die angeblichen Muslime sind raus aus dem Islam die wissen es so nicht unfassbar das ist ja die Fatiha ist ja so elementar wir haben hier ähm äh Millionen von abtrünniger Muslime in Deutschland und Europa ja vor allem die Fatiha die ist ja so elementar die Suche weißt du unfassbar naja auf jeden Fall ich kenne dich seit dem Abonagi Video das ist jetzt so lange her ich hab gestern noch geguckt August 2016 boah unfassbar naja in dem Gespräch gibt es eine Stelle die immer untergeht und die aber sehr wichtig ist ähm ähm da an der an der einen Stelle sagst du du hast längst äh Todesstrafe in ihr in deiner Heimat Iran und da sagt Abonagi seine Zunge war da schneller als sein Hirn er sagt dann ich frage mich sowieso wieso man dich nicht längst gepunkt Punkt Punkt hat ja das war heftig und da kommt sein hab ich nicht gekontert ne ja du hast recht ich bin ja mit dem Herrn gekreuzigt so sagt es auch der Apostel Paulus ja und da kommt sein äh da wo da wurde er halt demaskiert er hat dann gezeigt wer das Geistes Kind der wirklich ist natürlich diese Leute weißt du die Aussage die ist ja die das darf man nicht unterschätzen die ist ja unfassbar also ich frage mich sowieso wieso man dich nicht längst gepunkt Punkt also sinngemäß weißt du unfassbar also da muss man äh das darf nicht untergehen man muss da ein äh Augenmerk auf die Stelle legen die ist wichtig ja die meisten Leute wissen ja um die Gesinnung du siehst ja zum Beispiel Pierre Fugel hab ich in meinem WhatsApp Gruppenkanal da hab ich das äh drauf gemacht der Pierre Fugel ähm war mit einem Konvertit dort an einem Tisch und da war auch ein Schech dabei das war ein riesen Nummer dieser Schech das ist dieser Al-Huweni heißt der okay Schech Al-Huweni der ist so in Ägypten ne ein riesen wirklich so ein Weltstar der Typ und hat Millionen von Follower und dieser Schech Al-Huweni sagt so ganz normal in so äh so Predigten der der Grund warum Ägypten und die islamischen Länder heute arm sind ist weil wir den Dschihad aufgegeben haben denn wenn wir wenigstens einmal im Monat so ein christliches Land angreifen würden hätten wir diesen ganzen äh Schlamassel nicht da hätten wir in jedem äh jeden Dorf hätten wir da die ganzen Frauen erbeutet die Kinder als Sklaven genommen alles guck dir das doch bitte an ich klein war hab ich immer Geschichten man lernt die Religion ja von den Eltern kennen und als ich klein war hab ich mir vorgestellt wie so ein Engelstyp weiß so ein älterer dickerer Mann mit weißem Bart der nur Gutes tut dann habe ich mich mit dem Islam wirklich beschäftigt und irgendwann dachte ich mir so der Typ war ja eine Mafiaparte des siebten Jahrhunderts ja du musst dir mal vorstellen der hat dafür gesorgt dass alle diejenigen die jetzt auf Raubzüge sind ein Fünfte der Beute gehört immer ihm das heißt wenn die Leute ein Dorf auseinander nehmen gehört alles fast ihm die schönsten Frauen die beste Beute alles gehört nur ihm ja das ist eine der äh Privilegien ich glaub 17 Stück oder so gab's die er von Allah bekommen hat ja so Genghis Khan mäßig du musst dir vorstellen ja die nur er hat nur er ja und daran sieht man dass das einfach nur so so Kultführer ist mehr ist das gar nicht im Englischen das ist ja Cult Leader naja äh das war's eigentlich auch schon weiß eigentlich was Abonagi heute so heute so macht Abonagi der ist Abgeordneter musste das Land verlassen ne also als er gesagt hat sie im Fall habe ich gehört den Gott der auf Toilette geht den verachte ich den Herrn Jesus Christus der ja für ihn gestelltvertretend gestorben ist und er musste ja natürlich auf Toilette gehen der Herr Jesus Christus weil er auch komplett Mensch wurde ne er hatte Hunger gehabt er hat Durst gehabt er hat nur seinen Notdurft musste er verrichten natürlich klar als Mensch hat er auch komplett diese Menschlichkeit auf sich genommen ja und da hat er zu ihm gesagt diesen Gott verachte ich und dann musste da hat er gesehen dass er von Herr diese Strafe bekommen hat raus dann hier okay der meinte irgendwie mal der wäre Millionär im Palästina gewesen und hier lebt der von Hartz IV ne der war hier ein Geschäftsmann der Abonagi hatte mehrere Firmen und der war wirklich ein sehr großer Geschäftsmann aber irgendwie hat er sich da mit dem Islam beschäftigt und hat sich mehr und mehr ja radikalisieren lassen ne ja naja ok das war's dann ich empfehle mich wo ist Coach Frankfurt Coach Frankfurt Ja komm schreie mal einmal einmal muss der einmal am Tag muss der wenigste schreien Beeil dich. Chivil, der Bürger. Der wird immer von Chivil gewirkt. Wer hat mehr Wissen? Hansi oder Pierre Wellen? Ja, der Pierre Vogel hat schon, der ist dem Hansi ja auch schon sprachlich überlegen. Auch vom Gehirn her. Der Hansi, der hat ja null Ahnung, der Typ. Der ist jemand, der einfach so ein, guckt sich halt Debatten an von Xavi Ali und Ahmad Dedat und klaut da alles von ihm und nimmt das und versucht dir die Christen so ein bisschen zu verwirren. Der Pierre Vogel ist wenigstens jemand, der wirklich studierter Typ ist. Also der hat sowohl hier in Deutschland studiert als auch in Mekka. Er hat dort ein Studium absolviert und ist ein Dai geworden. Und der hat Ahnung, so ein bisschen Ahnung von dem, was er erzählt. Aber natürlich ist die Ignoranz größer als seine Intelligenz. Die Ignoranz ist manchmal größer als die Intelligenz. Ich mag die vom Tiger nicht. Haben die jeden Tag neue Account. Ne, ich hab doch nur drei. Okay. Nur drei Stück. Danke. Hier ist bei wie ein Burt. Hallo. 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 Du willst nicht reden. Du willst nicht reden. Warum willst du nicht reden? Du hast mit Abu Baraa vor... Abu Baraa, der ist hier mit spiegel TV beschäftigt. Der Abu Barada… Es gibt drei Hitzer vom Jobcenter. Ja genau, der, sagt derjenige, der von Jobcentern so lebt. Die Maßnahmen sind sehr wenige und dann müssen sie fotografieren letztendlich. Und was macht man mit Leuten, die mehr Zeit haben als überhaupt? Gebt man ihnen ein Gesicht? Man geht an ihnen vorbei! Herr Abu Dhabi, Sie wurden ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer noch. Seit Jahren. Ja, seit Jahren. Ich versteh nicht, warum die so einen Monarch wie Ihnen da überhaupt so kontrollieren. Der ist doch voll, der ist doch wie so ein kleines Schmetterling, der Abu Dhabi. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Ich glaube, du kannst das Wort nicht mehr hören. Ich habe eine Frage. Mein Mann, er ist Marokkaner. Ich habe ihn so weit gekriegt, dass er eingesehen hat, dass das Ganze nichts bringt. Ich habe ihn so weit gebracht mit Gottes Hilfe, mit Jesus Hilfe. Er hat den Koran weggeschmissen. Halleluja, sehr gut. Also dein Mann hat... Jetzt muss ich dich loben. Erstmal Gott und dich. Ich habe deine Live, deine Sendung, was du da gemacht hast, gezwungen sich anzugucken. Ehrlich? Wirklich. Und er hat dich auf YouTube gesucht. Und alle... Das war das Beste bei dir, weil du immer Suche gibst, wo er nachgucken kann. Sehr gut. Und ich habe ihn damit konfrontiert. Nur jetzt habe ich ein Problem. Er glaubt irgendwie gar nicht mehr an Gott. Ja, natürlich ist das sehr, sehr schwierig für ihn. Jetzt hat er natürlich vom Islam ist er natürlich ultra enttäuscht, weil er das alles herausgefunden hat. Jetzt muss man ihn langsam an den Herrn Jesus Christus führen und ihm Stück für Stück beibringen, dass Jesus Christus weitaus mehr ist als nur eine Religion oder was man aus ihm gemacht hat. Genau. Das habe ich auch gesagt. Er muss also alles neu programmieren. Du musst dir mal vorstellen, er ist als kleines Kind aufgewachsen mit Islam. Islam, Koran, Islam, Koran, Mohammed ist das beste Vorbild, alles super, Koran ist Wahrheit. Und dann auf einmal sieht er, nein, Koran ist nicht Wahrheit, Allah ist nicht Gott, Mohammed war niemals ein Prophet. Genau so ist das. Genau das ist passiert. Genau deine Worte, genau das ist passiert. Ja. Er hat einmal zu mir gesagt, ich bin belogen worden, ich bin damit groß geworden. Sag ja, Mohammed, aber das Problem tief in deinem Inneren, deinem Unterbewusstsein wusste, das kann nicht die Wahrheit sein. Und das ist jetzt rausgekommen. Vor allem, wo ich mal konfrontiert habe mit der kleinen, die kleine Aisha heißt sie, ne? Mit sechs Jahren hat eine Geirat um die neue Ehe verbracht, ne? Nein, das stimmt, früher war ganz andere Zeiten. Das ist okay, komm mal zum Frühjahr. Ja, ja, ich kann das nicht mehr hören, das früher war andere Zeiten. Dann gehen wir zu Moses Zeit, Noah Zeit. Wie waren kleine Kinder? Was haben die kleinen Kinder gemacht? Gespielt. Und das, was jetzt kam, das war 600 Jahre nach Jesus. War da keine Kinder? Genau. Ich habe jetzt eine Tochter. Jetzt kommt der Ula Kukala und sagt, du, Gott hat mir gesagt, ich soll deine Tochter heiraten. Willst du die Miriam denen geben, weil Gott das verlangt hat? Nein. Hat er gesagt, niemals. Weißt du, warum du nicht in dieser Zeit geboren bist? Weil du genau diese Meinung hast. Schon früher wärst du nackentherapiert. Du wärst doch kein Muslim mehr. Wenn das alles so normal wäre, wir haben ja das beste Beispiel. In Sunan An-Nasai, Hadith 3, 2, 2, 1, als Abu Bakr und Omar nach der Hand von Fatima, der Tochter von Mohammed, angehalten haben. Weißt du, was der Mohammed gesagt hat? Sie ist zu jung. Du musst dir mal vorstellen, wie alt war dieses Kind zu der Zeit? Die Gelehrten sagen, sie war zwölf, elf oder zwölf. Du musst dir mal vorstellen, dass der Mohammed eine Elf-, Zwölfjährige nicht abgibt zum Heiraten, aber selber eine Sechsjährige geheiratet. Tja. Und dann habe ich ein Beispiel gegeben. Ich will dich nicht zum Christen, weil hier ist ja nicht die Rede, du sollst Christen werden. Hier ist die Rede, die Wahrheit zu erkennen. Und hier, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Was hat Jesus gemacht und was hat Mohammed gemacht? Was hat Jesus zum Krieg gesagt? Er hat geheilt. Er hat Tode auferweckt. Aber nein, das ist ein normaler Prophet. Aber der Mohammed ist ein Prophet. Ja, sag mir, was der Mohammed gemacht hat. Ja, er hat es ja viel gemacht. Konnte nichts mehr sagen. Er hat den Mund gespaltet. Puh. Nein, er hat gesagt, Mohammed, das sind Leute mit IQ 75. So, und jetzt hat er gesagt, okay, das ist ein, das ist shit. So hat er gesagt, das ist shit. Dann habe ich gesagt, wenn du bereit bist, bin ich da. Und ich habe nur eine Bitte an dich. Sag nicht Jesus, sag nur einfach, Gott, die du Himmel und Erden erschaffen hast. Zeig mir den Weg zu dir. Warte ganz kurz, ich komme sofort wieder. Ein Moment. Ja. Mein Bruder kann ja so lange hier reinkommen. Er sagt, ich muss mal ein paar Sachen erledigen. Bist du da? Ja, ich bin noch da. Nein, ich meinte mein Bruder, der ist auch hier drin. Er ist da rausgegangen. Ah, okay. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, warum ich jetzt hier anrufe? Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Weil, bevor ich mit Mohammed drüber rede, ich bete immer zuerst. Ich werde, ich sage immer auch nicht, guck, mach, komm. Sondern, schau, prüf selber nach. Na, weil dafür hat ja der lieber Gott nicht nur einen Kopf gegeben, die Frisur zu machen, sondern auch zu nachdenken. Ja, genau. Ähm, das macht er auch. Nur, mein Problem ist jetzt, dass er gar nichts mehr glaubt. Wie kann ich... Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Ich bete für ihn, gib ihm mal ein bisschen Zeit. Ja, das tue ich. Den Christus auch mal vor, ne? Ja, genau. Ein bisschen mit ihm zusammen die Bibel lesen, ein bisschen die Worte des Herrn Jesus Christus näher bringen und schau dir das an. Zeig ihm zum Beispiel Matthäus 18 und sag ihm, guck mal hier, der Herr Jesus Christus warnt jeden Einzelnen, der Kinder anfasst. Du siehst, wie heilig und gerecht der Herr Jesus ist, ne? Ich komme gleich wieder. Okay. Okay. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, der Matthäus vorlesen, das ist ein guter Vorschlag. Und ähm, ich bin wirklich voll davon überzeugt, dass er irgendwie doch Kontakt zum Gott aufnimmt, wo sich Gott ihn offenbart. weil, ähm, es gab viele Muslime, wo das denen passiert ist. Ähm, schämt dich nicht? Nein, für was soll ich mich schämen? Für die Wahrheit? Für die Liebe? Für die Gerechtigkeit? Nein. Das tue ich nicht. Tue ich überhaupt nicht. Der wahre, wahre, es ist der wahre Glaube, die Liebe. Wenn sich jeder lieben würde, wird keine Kriege mehr geben. Stellt euch einfach mal vor, wird jeder, jeder sich lieb haben. So wie die Jesus sagt, liebt den Nächsten wie euch selbst. Meint ihr, wird noch Kriege geben? Wird noch Neid? Wird noch überhaupt irgendeine Bosheit auf dieser Welt geben? Nein. Warum hat uns Gott nicht alle Muslime gemacht? Warum hat Gott nicht uns alle Christen gemacht? Weil wir keine Roboter sind. Weil wir selbst entscheiden dürfen. Zum Wagen, zu wen und was wir wollen. Es gibt nur zwei Wege. Die enge und die breite. Der mit Steinen und Berge oder die Breite und Gerade. Und ist jedem überlassen, welchen Weg er nimmt. Er könnte so machen, dann wären wir alle Christen. Er könnte so machen, wären wir alle Muslime. Aber es steht auch geschrieben, nur derjenige, wer die Wahrheit erkennt, wer mit reinem Herz mich sucht, wird mich finden. Wer mich ruft, mit wahrem Herz, der wird mich finden. Wer anklopft, der wird dich öffnen. Wenn aber mit Vorurteilen geht, ja, und mal so Krümel, dann kommt das. Die, die sehen, werden mich sehen. Die, die hören, werden mich nicht hören. Die werden lesen und doch nicht verstehen. Ja, ich kenne es. Ich kenne es. Es gibt eine simple Erklärung. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin, ich kann nicht der andere dazu zwingen, Christen zu werden oder Nackentherapien oder, 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 oder. Sondern ich kann die Wahrheit verkündigen, ich kann mit ihm über Gott reden und es ihm überlassen, was er draußen macht. Ja, genau. Du kannst keine Menschen zwingen, deinen Glauben anzunehmen. Du kannst nur denen das erklären, was sie daraus machen, ist ihre eigene Sache. Genau so ist das. Aber das, was Vorurteilen da gemacht hat, ne, wir lesen das ja in Zai Muslim Buch 1, Hadis 33, dass er von Allah angewiesen wurde, die ganze, gesamte Menschheit zu bekämpfen, ne, bis sie die Schaade aussprechen, ne. Also der einzige Grund, warum Mohammed die Leute bekämpft hat, ist, bis sie, bis sie sagen, la ilaha illallah. Das ist Zwang. Amir. Ja. Ich weiß, dass du ziemlich gerecht bist und den Koran sehr gut kennst und die Bibel auch. Aber ich habe von Logik und ein bisschen recherchiert im Koran. diese Glauben berechtigt nur Männer. Das ist Glauben der Männer. Der Bedürfnis der Männer. Oder liege ich da falsch? Wenn der Mann stirbt angeblich, kommt er, hat er 72 Frauen. Hat die Frau auch 72 Männer? Ja. Ja, nicht nur das. Wenn der Mann mit der Frau im Diesseits zufrieden war, dann darf sie erst ins Paradies gehen. Guck hier, ich beweis dir. Guck hier. Erst wenn der Mann in der Dunja mit der Frau zufrieden war. Guck mal hier. Riyadus Salihin, Buch 1, Kapitel 35, Hadith Nummer 286. Um Salama, Allah habe wohlgefallen an ihr, überliefert, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und gebe ihm Heil, sagte, jede Frau, die stirbt und ihr Mann war mit ihr zufrieden, kommt ins Paradies. Überliefert bei At-Tirmidih. Und er sagte, dies ist ein guter Hadith. Hassan. Du siehst also, wenn eine Frau, also die wird dann quasi wie so eine Sklavin gehalten. Und wenn der Mann einmal sagt, ich bin nicht zufrieden mit dir, dann wird sie auch niemals das Paradies betreten. Heftig, ne? Das Paradies und die Hölle ist abhängig vom Mann. Guck dir das mal an, was der Mohamed anrichtet hat. Wahnsinn. Ja, aber komisch, der Mohamed, wo er gestorben ist, hat gesagt, er weiß nicht, wo er kommt und er weiß nicht auch, wo die Muslime kommen. Ja. Heftig. Okay. Die andere Geschichte ist auch so, meine Cousine ist auch jetzt mit dem Moslem, mit dem Iraner zusammen. Und die war ja genau so fest, so im Glauben, ne? Und er hat zu mir gesagt, ach, Argentina, weißt du was, ich glaube, ich muss meine Religion wechseln. So, sag nicht, dass du eine Muslime kennengelernt hast. Viele Frauen sagen, das ist meine Entscheidung. Ich habe das selbst für mich Bullshit. Ein Stück Wurst hat sie dazu gebracht. Ein Stück Wurst. Ein Stück Wurst. Ein Stück Wurst. Ja. Ja. Und der andere. Was Jesus für eine Sucuk verraten. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Und er hat, er ist doch so. Ja, ich weiß, wie du das rüber gemacht hast. So. Der Zweite ist es noch dazu gekommen, weißt du, dann plötzlich hat sie Kopptuch an. Amir, ich habe gemeint, ich nehme das Handy und ich klatsche an der Wand. Was? Ein Stück Wurst. Alles hat ein Ende. Die Wurst hat zwei. Lalalalalala. Der hat mit seinem Wurst eine gecheckert, das ist ihr Verstand und nicht ihr Putschkadella. Alleine Wurst. Wirklich. Also komm schon, Mann. Also ich werde langsam hier unverschämt, aber es ist die Wahrheit. Dann hat er gesagt, ja, hau ab. Dann hat er gesagt, komm ja nicht mit so einem Mist. Ja, viele Frauen. Sag du nicht mehr, dass deine freie Entscheidung ist. Nee. Entschuldigung. Du bist du ganz am Reden, ey. Sorry. Viele Frauen konvertieren wegen einem Mann zum Islam. Also die meisten Konvertiten sind Frauen. So. Und die Männer, warum machen die, weil in Deutschland nicht gerecht sind, mit einer Frau zu halten. Also gehen sie in den Islam. Ja. Weil da haben wir mehr Rechte als Mann. Ja, genau. Es ist so. Entschuldigung. Alles zu Vorteile ist für die Männer. Und die Frauen machen für die Stück Wurst. Voilà. Ja. Das kann aber nicht wahr sein. Ist so. Okay, meine Liebe, Gott segne dich. Okay, danke dir. Also ich versuche, diese Matthäus vorzulesen. Und ich habe mal weiter deine Tipps. Und Gott segne dich, möge deine Seele wirklich Schutz von Gott und von allen Engeln dich beschützen und mach weiter so. Gott ist auf deiner Seite. Danke dir, meine Liebe, Gott segne dich. Danke, dass es dich gibt und deine Mama, die dich gezeugt hat. Ciao. Na ja, sehr schön. Hallo. Hallo. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Amen, dich auch. Danke. Ich habe eine kleine Frage, mein Bruder. Ja, bitte. Und zwar wollte ich dich mal fragen, ob die Bibel was über flache oder runde Erde sagt. Über die runde Erde sagt die Bibel was, in Jesaja 40, 22. Er thront auf der Kugel, also Erdkugel. Okay. Ja, Jesaja 40, 22, aber auch in Hiob. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Kapitel, aber kann jemand hier reinschreiben. Hiob, das Buch Hiob und das Buch Jesaja. Alles klar, mein Bruder. Also die Erde ist dann rund, ja, sagt die Bibel. Die Erde ist rund, genau. Die Erde ist rund. Das ist eine Kugel. Kann man das nicht so verstehen, dass sie unten flach ist und über diese Erde so mäßig eine Blase? Ach, du meinst eine Kuppel? Ja, da gibt es einige Theorien, aber nein, die Erde ist schon eine Kugel. Das müssen wir schon so akzeptieren. Ich weiß, dass sehr viele jetzt mit solchen komischen Theorien um die Ecke kommen, ne? Aber, äh, das Gravitationssystem hat uns schon einiges, warte, ich muss ganz kurz was erledigen. So. Ja, Hiob 37, 12, ja, genau. Da ist das. Auch Dinosaurier, auch Dinosaurier werden in der Bibel erwähnt. Heftig, ne? Ja, das ist heftig. Ja, klar. Du kennst vielleicht diesen Vers, wo das mit dem Gewölbe gesagt wird. Nein, ich kenne keinen Vers mit Gewölbe. Ich kenne nur Araber Clans, die ins grüne Gewölbe eingedrungen sind. Und, äh, also von unschätzbarem Wert Juwelen geklaut haben. Das kenne ich im grünen Gewölbe, sind die eingebrochen. Die Araber Clans. Diese, diese Araber Clans. Ich muss dir mal vorstellen, die brechen ein für den Museum ein und klauen Juwelen vor. Das ist heftig, ey. Und dann bringen die die kaputt zurück. Ja, dann bringen die die sogar noch kaputt zurück. Da muss Polizei mit denen einen Deal ausmachen, damit die die zurückbringen. Das muss ich mal geben. Aber was sagen Sie, du durfst ein paar Sachen behalten. Komm, ich bin wieder, warte, ich komm gleich wieder ein Moment. So, ich bin wieder da. Grüne Gewölbe. Ich hab ein Video, kannst du dir das mal anhören? Ein Video? Ja. Na ja, lass mal am Spiel. Die Bibelfers wird von allen Christen. Hört man dich? Ich bin auch Christ. Also ich kenne zumindest keine Deren. Ja, da ist doch dieser eine mit dieser behinderten Maske da, die der da trägt. Ja, genau. Ja, ich muss dir mal vorstellen, wie der Schiss hat um sein Leben, wie der dein Gesicht nicht zeigen will. Wenn du schon, wenn du schon, bleib ganz weg oder zeig dein Gesicht richtig. Aber so mit dieser komische Maske da und diese komische Zeugs, was ist das? Entweder du bist, du bist so und sagst, ich kann das nicht aushalten, dass ich hier von Muslimen bedrängt werde, dann halte ich mich lieber im Hintergrund und man hört nur meine Stimme oder zeigt dein Gesicht. Aber so mit Maske da aufzuhören, was ist das? Ist das ein Black Mask oder was? Was ist das bitte? Okay, ich verstehe, wenn einige Geschwister nicht so, wie nennt man das? Sich so ein bisschen fürchten, ist kein Problem. Es ist nicht jedermann seine Sache, sich zu zeigen und so. Aber dann noch so eine Maske anzuziehen, da ist es die Härte. Der kommt mir auch sehr, sehr so charismatisch rüber, dieser Typ. Also charismatisch. Also kann man den nicht ernst nehmen oder? Ja. Ich weiß nicht, man kann natürlich einige Sachen hier und da nehmen. Der Herr sagt, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Aber auch, wenn er zum Beispiel Dinge sagt, die gut sind, die kannst du dann nehmen. Aber das ist das Schlechte, wenn du natürlich Geistesunterscheidung hast. Du kannst von allem und jedem eigentlich lernen. Aber du musst natürlich auch Geistesunterscheidung haben. Und vorsichtig sein, nicht, dass jemand dich dann auf einmal mit Irrlehren catcht, ne? Also dann bekommt. Du kannst von einigen lernen, aber das Gute behalten und das Schlechte verwerfen, ne? So. Ja, also ich halte nix von solchen Leuten, die da auftreten mit so Maske und so. Verstehe ich nicht. Ich muss kurz anrufen. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte noch einen Anruf, Alter. So. Ja. Hallo? Hörst du mich? Ja. Ja. Ich höre dich ja. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, weißt du, wo das steht? Das mit den Dunkelhäutigen, wo die verkauft wurden oder fast klar? Oder wo... Weißt du, wo das steht, wo der Prophet Mohammed die Dunkelhäutigen beleidigt hat? Ja, musst du einfach bei sunnah.com eingeben. Ich zeig dir das mal. Raisin Head. Wir tusten. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüss. Absolut bösartig. Geht man nicht auf Matches ein, macht man kein Geld, wenn man den Leuten das Geld nicht aus der Tasche zieht, dann ist man hier unerwünscht auf TikTok. Kaputte. Hoi kaputtka. Hoi kaputti. Tutti kaputti. So, hören wir weiter. Scheiß nicht möglich. Und sogar ist es ein Problem in Italien, Griechenland, das sind ja wirklich die heißeren Länder von Europa, aber dass man da eben Überlieferungen hat von Schriften, von Texten, die älter sind als 2000 Jahre, das ist fast nicht möglich. Aber hier war es möglich, weil Qumran gehört zu den ganz extrem heißen und trockenen Gebieten der Welt überhaupt. Das ist ein wichtiger Faktor, warum diese Schriften überhaupt so lange überdauern konnten. Jetzt möchte ich einige Worte sagen zur Gemeinschaft von Qumran. Was waren das für Leute? Nun, diese Ruistus bis eben 68er Christus. Und zwar war das eine Gruppe von Juden, die haben sich getrennt vom offiziellen Judentum, sind weggegangen, wollten nicht mehr weiter in den Tempel nach Jerusalem gehen. Ich werde dann noch erklären, was dahinter steckte. Und die haben sich also da in der Wüste eine Siedlung aufgebaut, um da die Bibel zu studieren und zu warten, bis der Messias käme. Denn sie wussten aus den Schriften des Alten Testaments, wir leben in der Zahl, wir dahin und was kommt, gefunden. Und die spätesten Münzen stammen aus dem Jahr 68. Das war eben dieses Datum der Zerstörung Qumrans. Durch die Römer. Nun, der Computer macht es möglich, man hatte auch solche Häuser von Qumran. Das war in Israel, im Judentum, eine Zeit der Krise und des Niedergangs. Man muss wissen, früher hatte man in Israel Schriftpropheten. Propheten, die inspiriert waren vom Heiligen Geist und Bücher zur Bibel hinzufügen konnten. Aber der letzte Schriftprophet, der auftrat in Israel, war Malachi, um 400 vor Christus. Er hat das letzte Bibelbuch des Alten Testaments geschrieben und ab da gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Ein Schriftprophet musste übrigens auch den Prophetentest bestehen. Er musste Nahzeitprophetie äußern und die musste immer 100% korrekt sein. Eine falsche prophetische Aussage und es war klar, das ist kein Prophet des Herrn. Genau wie Mormon. Er hat den Tod verdient. Ab 400 hört ihr das auf. In Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, da steht in Sanhedrin, im Daktat Sanhedrin 10, nach den Propheten, Zachariah, Haggai und Malachi, wächt der Heilige Geist von Israel. Und in dieser Zeit kam auch eine geistliche Unordnung in den Tempel zu Jerusalem. Wir sind da jetzt im zweiten Jahrhundert, in der Zeit, in der zweiten Hälfte, in der Zeit, nach der großen Makabäer Erweckung. Aber dann ging es steil hinunter. Aus diesen Leuten, die ursprünglich eine Erweckung ausgelöst hatten, kam Unordnung in das Volk hinein. Und zwar hat ein, einer der Makabäer, oder man nennt sie auch Hasmoneer, hat illegal das hohe Priesteramt an sich gerissen. Das durften nur Zadokiden begleiten. Also solche, die von dem treuen hohen Priester, zur Zeit von David und Salomo, abstammten, von Zadok. Aber die haben den Griff zum hohen Priesteramt gemacht. Und noch schlimmer, etwas später hat einer sogar das Königtum für sich beansprucht. In der Bibel haben wir immer die Gewaltentrennung. Priestertum und Königtum durften nie vereinigt werden. Nur der Messias sollte das einmal vereinigen. Genau. Und da hat man König und Priestertum miteinander vereinigt. Und das gab Treue. Ja genau, das ist nur der Herr Jesus Christus, der König und Priester in einem ist, nach der Weise Melchizedek. Aus Genesis Kapitel 14 müsste es sein. In Israel ein echtes Problem. Wie können wir weiter in diesen Tempel gehen? Das ist ja gar nicht mehr nach der Bibel. Und da war ein Zadokide, also einer aus dieser offiziellen biblischen hohen Priesterlinie, der sagte, ich gehe in die Wüste. Und andere gingen mit ihm. Und die gründeten die Gemeinschaft von Qumran. Und sie sagten sich, wir gehen da ans Tote Meer, in die Wüste und warten, bis der Messias kommt und einen neuen Tempel bringt und Ordnung schaffen wird. Denn sie wussten, es ist die Zeit, wo der Messias bald kommen würde. Und das wusste man aus Daniel 9. Die Prophetie über die Jahrwochen, wenn man die nachrechnet kommt, bringt einen das auf das erste Jahrhundert nach Christus. Da sollte der Messias kommen. Warum gingen sie genau in die Wüste? Nun, in Jesaja 40, 3 wird gesagt, dass ein Prophet den Messias einführen würde. Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Arawa eine Straße für unseren Gott. Sie wissen wohl, dass diese Prophetie sich erfüllt hat durch Johannes den Täufer. Johannes den Täufer. Johannes den Täufer. Der als Prophet auf... Hallo. Hallo. Warum nennst du dich Ex-Muslim? Weil ich den Buddhismus verlassen habe. Wie hast du das gerade genannt, Schatz? Ich habe das genannt nach der Weise, als Mohammed sein T-Shirt hochgezogen hat und sich den Bauch von einem Mann küssen hat lassen. Ah, weil wirst du meinen Bauch küssen, wenn du das noch einmal sagst. Nee, ich möchte das nicht. Und deine Stimme hört sich an wie die von Jibril. Sag mal, geht's noch? Wie kannst du so reden? Das ist gottlos. Nee, das ist nicht gottlos. Das ist einfach nur mal Gehirn benutzen. Und man merkt so häufig, dass du von Jibril gewirkt wurdest. Und deswegen ist das auch die Stimme von Jibril. Das geht ja mal gar nicht. Weißt du, wäre meine Schwester hier, ne? Der hätte dich so fertig gemacht. Ja, ich hoffe nicht, dass du mit deiner Schwester irgendwas gemacht hast. Aber das, was ich dich fragen wollte, ist... Ich glaube, es ist ja dann halal im Himmelreich, damit Schwester zu machen. Bist du Christ jetzt? Äh, ja, ich bin muslimisch, buddhistisch, hinduistischer Christ, genau. Okay, krass. Und was hat dich dazu bewegt, das zu machen? Ja, der Allah behauptet, dass ich mit zwei meiner Schwestern gleichzeitig im Himmelreich machen kann. Da habe ich gedacht, nee, das muss der Teufel sein. Das ist richtig abwärts. Und du hast so viele Zuschauer. Der hat mir gesagt, dass ich so Leute wie dich vom Hochhaus dann dementsprechend... Nee, Schatz, du kommst einfach nicht damit klar, dass ich dich gekrobt habe damals. Du hast einfach einen kleinen Mangel, mehr hattest du nicht. Ja, genau, eine kleine Wandel, genau. Mangel, ein kleiner Mangel hast du. Und dieses Trink hat in dich rein. Ja, da musst du auf jeden Fall den Jib Wilma anrufen und ihm Bescheid sagen, dass man dich vom Hochhaus dann dementsprechend unterwerfen soll. Ich nehme deine Hand und ich bringe zusammen. Wie wär's damit? Nee, ich lass das mal lieber mit Hand, weil vielleicht kann es sein, dass du da mit dir gerade deinen Finger in den Mund von einem anderen Muslim reinstecken hast. Nee, in meinem Mund habe ich dann schon was anderes. Ja, siehst du, dann solltest du nicht so viele... Du weißt schon was in den Mund nehmen. Danke. Also, da ist sowas... Unglaublich, ne? Keine, ich vergiss nicht mehr. Naja, weiter ein Text, ne? Da wollen wir ein bisschen wieder was dazulernen. Messias. Und sie haben in ihrer sogenannten Sektenrolle, die hat sich natürlich nicht Sekte genannt, sondern Jachat, das heißt Gemeinschaft, Vereinigung, die haben diesen Vers auf sich bezogen. Und darum gehen sie in die Wüste. Sie wollten gewissermaßen Stimme eines Rufenden sein. In der Wüste. Und der Vers sagt ja nicht nur in der Wüste, sondern die nächste Verszeile sagt, ebnet in der Arawa eine Straße. Viele Bibelübersetzungen haben hier Steppe, und das ist schon korrekt. Arawa meint eine Steppe, aber nicht irgendeine Steppe in Afrika oder so. Arawa, das ist diese Steppe in der Wüste Judäa beim Toten Meer. Halleluja. Bei Jericho. Ja. Selbst daran hat der Herr gedacht, wie präzise, ne? Wie präzise das passt, ne? Dieses Wort Arawa. Genau, passt genau dorthin, damit die Prophezeiung sich auch erfüllt, dass der Herr genau in diese Steppe da reinkommt, bei Jerusalem. Guckt euch das bitte an. Oder ich kann sagen, bei Qumran. Die gingen also da in die Arawa hinunter. Arawa. Und in Joshua 15, 61, bei der Beschreibung des Stammesgebietes von Judah, wird erwähnt in der Wüste, glaube ich, 15, 61, bet Arawa, mit Din und Sechachah. Sechachah. Und Sechachah kann man mit der Ortschaft Qumran identifizieren. Darum, sie haben sich gesagt, wir gehen in die Wüste, und zwar in die Arawa. Dort wird der Messias einmal auftreten. Das wussten sie. Denn Jesaja 40 sagt, in der Wüste ebnet den Weg und dann wird sich die Herrlichkeit des Herrn offenbaren. Und weiter haben sie sich gesagt, ja, in Hesekiel 47 erfahren wir, dass der Tempel, den der Messias einmal haben wird, wenn er kommt, dort wird ein Fluss aus dem Tempel hervorgehen und er wird im Toten Meer einmünden. Also gehen wir gleich ans Toten Meer. Nicht irgendwo in die Arawa, sondern in die Arawa am Toten Meer, wo dann der Fluss aus dem messianischen Tempel einmünden wird. Und zwar im Stammesgebiet von Judah. Es gab im ersten Jahrhundert nach Christus verschiedene religiöse Bewegungen. Ganz besonders wichtig sind diese vier. Es gab die Pharisäer. Das war auch eine Gruppierung, die im zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Und zwar auch aus der Bemühung heraus, wir wollen ganz genau nach der Bibel leben. Und wir wissen ja alle, in den Evangelien kommen die Pharisäer sehr oft vor. Ich habe hier als Beispiel erwähnt, Matthäus 16, Vers 12. Und dann gab es eine andere Gruppe, die Sadduzeer. Das waren vor allem Priester, und zwar reiche Priester. Reiche Priester. Sie waren auch nicht so zahlreich. Nur der 4000 Mitglieder, die im ersten Jahrhundert, die Pharisäer waren eine grössere Gruppe von 6000, und natürlich dann die Sympathisanten dazu. Aber die Sadduzeer, die sagten, nein, nicht das Ganze. Millimeter auf Meter. Ich bin der Ablo. Ich mache internationaler Import-Export. Ich komme mit USA. Was ist jetzt eine Tonne konsumiert? Du hast überhaupt gar keinen Export-Export. Was habe ich mit Schuss? Ich glaube, der hat eine Tonne konsumiert, anstatt zu schieben. Nein. Was war Apotheker? Eine Tonne konsumiert, was du schieben, Mann? Die schiebt alles zu reichen. Gott, aber wir haben nicht. Ja, du wirst es doch... Leute, raten euch mal Gedanken um eure Ewigkeit. Ich habe so viel Power. Ich bin internationaler. Ich schiebe meine Gladiatoren, die reißen dir dann ab. Ich scheiß dir den Hals, bis ich kann kurz dich trinken. Das ist krass. Die schiebt Tonnen. Du hast höchstens Tonnen in die Nase geschoben. Weiter. Das ganze Alte Testament ist von Gott inspiriert. Nur die fünf Bücher Mose. Die haben also den größten Teil der Bibel abgeschrieben. Im Alten Testament. Und das waren die Liberalen. Sie glaubten auch, mit dem Tod ist alles aus. Und darum der Schluss, ja, da muss man das Leben jetzt genießen. Und die haben aus dem Tempel ein Geschäft gemacht. Und im Luxus geschwelgt. Man hat Pharisäerwohnungen ausgegraben aus dem ersten Jahrhundert in Jerusalem. Im heutigen jüdischen Quartier, zum Beispiel The Burnt House. Kann man besuchen. Und Triadisch. Wow. Unglaublich, was die hatten. An Luxus. Und dann auch ganz in der Nähe von The Burnt House gibt es dann das Wohlmuseum. Auch unterirdisch. Unglaublich. Ein Pharisäer, ein Assoziapalast dort. 600 Quadratmeter. Die Pharisäer wollten so entschieden bei der Bibel sein, dass sie sich gesagt haben, aber wir legen die Gebote strenger aus, als sie gemeint sind. Um sicher zu sein, dass wir dann das Gemeinde auch wirklich umsetzen. Und so kann man sagen, die Pharisäer haben viele Gesetze, Zusatzgesetze erfunden. Bibel plus. Und die Saluzäer, Bibel minus. Und Jesus Christus greift beide Gruppen ganz massiv an. Massiv an. Und stellt sie als Irrtum dar. Aber, dann gab es auch die Nazareer im ersten Jahrhundert. Das waren Juden, die sagten, Jesus von Nazareth ist der Messias. Und diese Gruppe haben dann die Nazareer. Zum Beispiel Apostelgeschichte 24, Vers 5. Und damals im Judentum sah man eine neue Richtung. Breaking news. Ja, das kann ich für euch tun. Gott segne euch in eurem Familie. Ja. Das ist, seid ihr Muslim oder Christen? Christ. Ja gut, habt ihr den Herrn Jesus Christus, habt ihr eure Schuld vor dem Herrn bereut? Warum? Ja. Ich bin hier, ich muss mich mal ganz kurz stummen. Ich bin hier. Ich bin hier. der echte Max-Muslim. Ja, du bist nicht der Herr. Zeig dich doch mal. Nein, ich muss mit dir diskutieren. Ich habe sehr große Angst. Sehr große Angst. Warum? Warum? Wer jagt dich? Maybe he? Muslime jagen mich die ganze Zeit. Ich möchte das nicht. Ich habe Angst. Ey, was labert? Was für Muslime? Wir sind die friedlichsten Menschen in der Welt. Ja, du hast sehr, du hast sehr große Recht. Du hast sehr viel Recht. Ihr seid die friedlichsten Menschen der Welt. Stimmt das nicht? Ja, ihr habt nur 270 Millionen Tote hinterlassen. äh, ganz ist. Was ist mit? Was ist mit? Was ist mit? Ein einziges Drecksloch geworden, ne? Dank dem Islam. Ja, Hä? Was laberst du? Du guckst nur die Seite von einer Seite, du musst auch von der anderen Seite gucken. Ja, von welcher Seite willst du das denn noch betrachten? Das hat doch aber gar nichts mit Religion zu tun. Das hat einfach nur mit Krieg, Krieg. Krieg ist Krieg, aber was, wenn deine Religion dazu aufruft, Krieg zu machen? Wer ruft denn dazu auf? Ja, allein, Surah 9, Vers 5. Gut, was sagt ihr denn das? Tötet die Muschekin, wo immer ihr sie ergreift, belagert sie, lauert ihn auf aus jedem Hinterhalt. Ja, guck mal, das sind immer diese Standard-Suchen, die ihr rausnehmt, aber davor, was stand davor? Standard-Suchen. Hast du schon mal überhaupt den Koran gelesen? Wala, ja. Sechs Mal schon durchgelesen. Okay, was ist denn die sogenannte Abrogation? Guck mal, ich weiß nicht, was Abrogation ist, keine Ahnung, ich kenne mich nur so, so, wie soll ich dir das sagen? Also kennt sich gar nicht aus, mit dem Islam, sagst du das? Wala, ich kenne mich, ich kenne mich gut aus. Warum sagst du den Islam? Ich bin keiner, ich bin keiner, der jetzt so. Und schlägst du den auf deinen Gott, obwohl du dich überhaupt gar nicht ausgehst? Warum sagst du Wala? Ist das bei euch zum guten Ton geworden? Ich kenne mich aus. Ich kenne mich mit meiner Religion aus, aber ich kenne mich nicht so intensiv mit meiner Religion aus. Was hat das mit intensiv zu tun? Die Doktrin der Abrogation ist bei allen Muslimen, muss das ein Gesitzen. Ja, was ist das denn? Ja, das ist die Doktrin, Allah macht Fehler und korrigiert sie durch andere Verse wieder aus. Also er bügelt die ganzen alten Verse wieder weg und korrigiert die durch andere wieder weg, sozusagen. Allah macht Fehler und korrigiert. Ja, er kennt nur Steinküssen, genau. Er kennt nur TikTok, äh, live kommen und versuchen, Match zu machen. Das kennt er. Match. Match, 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 match. Işvil duch, match, 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 match. Işvil nullachem, on match, match. Ondanach, baken. Match, match, match. Oh, match, match. Oh, yeah. Viel, viel Geld aus den Taschen ziehen Me chill machen und viel Geld verdienen Me chill machen und das Geld aus den Taschen ziehen Ich will viel Geld verdienen Jetzt kommt der und nervt mich auch wieder, guck mal Was geht ab, Armin? Lange nicht mehr gehört, ne? Lange nicht mehr gehört Seit wann zeigst du dein Gesicht? Was? Seit wann zeigst du dein Gesicht? Wie? Darf ich nicht, oder? Ist das zum Gersten verboten? Oder hab ich da immer solche Fragen? Nein, ordentlich! Also, sag dir mal eine Sache Ja, sag mal zwei Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen Sing bitte Kamelo Green Lied Bei der Sprechung Wir beide wissen, dass es nicht stimmt Ja klar Ja, Jamiya Tjirvi Ja, Jamiya Tjirvi Was? Jamiya Tjirvi Die hat hier schon mal 22 Du siehst doch richtig aus, ein Foto aus dem Euro-Schicha-Moskel. Was meinst du? Foto-Tippe aus dem Euro-Schicha-Moskel. Mal eins an! Mach doch, der Mann ist da! Amir, ich sag dir eine Sache. Heute Abend, ich pack meinen Laptop, alles was du sagst, ich komm mit jeder Quelle, ich google und dann wirst du sehen. Du hast einfach Sachen gesagt, wo ich nichts mehr wusste. Allahu alam, hab ich gesagt. Du dringst. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Bruder, wie viele Brüder hast du denn da? Wie bitte? Wie viele Brüder hast du denn da? Ich hab drei Brüder. Ich hab auch Kinder. Ich hab drei Brüder. Assalamat. 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 Okay, Summit. 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 Ja, man, er hat mich doppelt. Da hab ich keinen Nervauf drauf. Das war so der Prototyp Dings. Der Summit ist ein echt cooler. Wie oft hab ich mit dem geredet damit, Summit. Der wusste gar nichts über seine Religion. Nichts. Nichts. Nada. Der wusste nada. Ja, ich weiß nicht. Bei dem war irgendwie Kamelurin-Echo. Er weiß ja nicht schlimm. Auch die Euro-Shisha-Muslime müssen ja die Wahrheit hören. Mein Song ist heftig, ne? Die ganzen TikTok-Metschi, Metschi, Metschi. Metschi, Metschi, Metschi. Kamelurin. Für euch alle. Komm, wir hören jetzt wieder weiter. Jetzt die Nazareer. Und eine weitere Gruppe, die Essener. Die werden so namentlich im Neuen Testament gar nicht erwähnt. Und trotzdem, es gab sie überall im Land. Und aus dem, was wir wissen über die Essener, und einem Vergleich mit dem, was wir jetzt aus den Schriften von Qumran kennen, kann man sagen, diese Qumran-Gemeinschaft, die gleicht sehr stark in den Überzeugungen der Essener. Und trotzdem ist es nicht ganz das Gleiche. Denn die Qumran-Leute, die gingen wirklich hinaus aus der Gesellschaft, sonderten sich ab. Die Essener blieben noch in der Gesellschaft. Also kann man so erklären, dass die Qumran-Bewegung in die größer gefasste Essener-Bewegung hinein gehört. Interessant. Hier sehen wir das Museum mit den Schriftrollen von Qumran in Jerusalem. Das ist das Museum mit den Schriftrollen. Sieht aus, das Museum, wie ein Tonkrugdeckel aus Qumran. Werden wir gleich noch sehen. Und hier diese schwarze Wand. Warum hat der Architekt das so gemacht? Er wollte den Kampf der Söhne des Lichts mit den Söhnen der Finsternis darstellen. In der Sektenregel von Hayachat heißt es, die Mitglieder müssen die Söhne des Lichts lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Das ist interessant. Warum? Ja, im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt sagte Herr Jesus, Kapitel 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne auf und es dreht. Ich wäre ein Ich weiß, mein Erdogan ist, ich bin Erdogan. Ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd Dadach, aber du hast du ein Kuchen, warum hast du das? Ich bin ein Pferd, aber erst mal in den Spiegel gucken, dann hast du den größten Kuchen Nein, du bist du, ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd Aber wirklich, wenn du in den Spiegel gucken hast du hast du schon ein Aarco Kuchen Dadaach, ich sage wirklich, ich habe einen Pferd, aber ich habe einen Pferd Wenn du in den Spiegel guckst, bist du den größten Kuchen, hast du recht Du musst in den Spiegel gucken und dann noch mal sagen, Kieram Tokunet Nein, alles gut, reg dich dich auf, mir ist Fitness Aber ihr könnt mit einem Fitness, damit ich solche Leute ein wenig imponieren kann Dadach, wenn du in den Spiegel guckst, wenn du in den Spiegel guckst, wenn du in den Spiegel guckst, dann noch mal sagen, Kieram Tokunet Nein, aber wir können ja das mit deiner Schwester machen Ich habe einen Ablamach auf Du könnt ein wenig mit deiner Schwester Aus Teheran, aus Teheran, Dadach Aus Teheran, Dadach, ja genau, du wirst du, was für ein Regalat nemikisch, schimpst du dich kein bisschen Irana zu sagen Ja, du, Regalat nemikisch, Dadaach, inja nowestet Ex-Muslim, چhe Karabadie, jaanie, či akhe Was suchst du denn hier, was suchst du denn hier in Deutsch, wenn er so schön ist? Ja, okay Dadaach 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 Aber dann kommt diese billige Ausrede und sagt, ja, das, was die Mullahs machen. Dann sagt er, ich habe Koran gelesen, alles. Hast du auch Koran-Zuche 9 Vers 5 gelesen? Dann sagt er, nee, da bin ich noch nicht angekommen. Guck dir das mal bitte an. Wieder beleidigt. Ekel, Mann. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Ich sage mal, ich habe... Ja, sowas kenne ich nicht von Iranern. Das ist ungeheuerlich, dass ein Iraner so mit einem anderen Iraner redet. Wie der so sagt, ich mache meinen Punk-Punkt in deinen Hintern rein und so. Ein richtiger... Ich habe es nicht schön aufgefressen. Mann, Mann, Mann. Er kocht meine Wut in mir. Das ist heftig. Er kocht das in mir. Aber ich muss den segnen, ne? Das geht nicht anders. Ja, da sieht man, wie schwierig das ist, dem Herrn Jesus Christus zu folgen, ne? Wenn der Herr sagt, segnet ihr euch beleidigen, ne? Guck dir das mal an. Aufs Übelste beleidigt der und dann muss ich noch ruhig bleiben. Aber manchmal fällt mir das schwer, ne? Aber okay. So ist das halt. Oh, danke. Danke, Pastor. Hallo. Hallo. Hi. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Aber jedes Mal, wenn ich so, keine Ahnung, mehr über den Islam lerne und mehr über den Christentum und sehe, wie lächerlich der Islam eigentlich ist und so, werde ich immer aufs Neue so mit Fragen überdrängt, die gar keinen Sinn ergeben. Dann habe ich irgendwie so komische Gefühle, dass ich irgendwie zum Islam gehen will, obwohl ich weiß, wie scheiße, was für eine Rotze das alles hat. So eine Pädophilität und Lust, alles mit Lust so. Ja. So komische Gefühle, als ob das gar nicht schlimm wäre, diese Sachen. Ist das normal? Ja, diese Sachen ja auch nicht schlimm. Ja, ich hatte halt voll mit den fettesten komischen Gefühlen bedrängt. Du wärst mit solchen komischen Gefühlen bedrängt? Also ja, so, wenn ich sage, ja, so Pädophilität, auf einmal, ich fühle mich, wenn ich jetzt gerade angegriffen habe, also spirituell, weißt du das mal, ne? Dann kannst du mal deutlicher sprechen. Mach mal langsam und deutlicher und mach mal einen vernünftigen Satz. Bild dir mal einen vernünftigen Satz. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich sündige. Ja. Und ich bin gerade vom Weg abgekommen, dann passiert das immer, dass ich irgendwie auf einmal nicht mehr, irgendwie das Gefühl habe, nicht mehr Jesus zu folgen, sondern auf einmal irgendwo anders hinzugehen. So. Ja, okay. Ja, das, das, das... Ja, natürlich. Ja, man hat dann das Gefühl, dass man totale, also die Verbindung zum Herrn dann verloren hat, ne? Ja. Wenn man dann anfängt zu sündigen. Ja, aber der Heilige Geist in die Liebe gedämpft wird, ne? Mhm. Und immer, wenn das passiert, auf einmal, ich denke, ich check, dass diese Sünde, also diese Lust und so von Satan ist. Und dann schaue ich zum Schlag. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7, müsste es sein, das, was ich eigentlich nicht tun sollte, das tue ich. Denn in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, ne? Das Gute, das Gute, das ich vollbringen will, das tue ich nicht. Das Schlechte, das ich nicht machen sollte, das tue ich. Ja. Wundervoll. Da siehst du, dass der Apostel Paulus selbst mit sowas zu kämpfen hatte. Mhm. Natürlich nicht in dem Maße, wie wir das heute haben, ne? Der Herr hat ihn auserwählen. Der Herr hat ihn natürlich, weil der Apostel Paulus einer der, die stärksten Pharisäer der damaligen Zeit war, ne? Er war ein sehr, sehr schriftkundiger Pharisäer, der Apostel Paulus. Sowohl von der Stärke als auch vom Geist her. Er kann sich also bestens aus mit den Schriften. Deswegen hat der Herr ihn auch auserwählen. Mhm. Ja, ich wollte nur fragen, ob das normal ist, ne? Ja, also wenn du zum Beispiel sündigst, dann hast du natürlich, kommt es dir so vor, also mir kam es auch immer so vor, dass ich dann nicht so richtige Verbindungen zum Herrn habe und so sehr weit entfernt von ihm bin. Das ist, ja, das hat jeder Christ eigentlich, ne? Ja. Dass wir dann nicht so eine richtige Verbindung zu ihm haben. Und der Heilige Geist auch in uns gedämpft wird, wenn du dann viel sündigst und so, ne? Deswegen empfehle ich dir immer, viel ins Gebet zu gehen und auch Bibel zu lesen. Predigten anzuhören und allgemein dich mal so ein bisschen mehr mit dem Glauben zu beschäftigen. Ja, passt. Sonst finde ich das, was du machst, stark Gottes Segen gemacht. Gott segne dich und deine Familie. Halte aus, ne? Dich auch. Okay, ciao. Ciao. Na, Gott segne. Ja, damit haben wir alle zu kämpfen, ne? Gleichliche Gelüste in uns oder sei es allgemein die Sünde, ne, die uns total beherrschen in unserem Leib, ne? Nur am Ende der Zeit wird der Herr Jesus Christus uns befreien von diesem sündigen Leib und uns einen neuen Leib geben. Wer ist jetzt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist? Samer. Samer Ahmadli. Samer Ahmadli. Samer Ahmadli. Oh Samer, rede mit mir. Oh Samer, rede mit mir. Oh Samer, rede mit mir. Ich bin ein Schuss, das geht mit so viel. Samer. 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 Hallo. 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 Samer, Samer, jetzt kannst du nicht mehr in den Kommentaren rumbellen. Jetzt musst du reden. Hallo, Samer, sag was. Samer, hallo. Hallo, hallo. Und Samer begnügen. Und Samer begnügen. Ich gehe kaputt. Dann komm, nächste. Samer möchte nicht, dann komm der nächste. Azra Osman, selamu aleyküm. Allahu ekber, free Palestine. Reden wir ein bisschen über dein Christentum, über den Heiligen Geist, ein bisschen, was der mir so zugeflüstert hat heute Abend. Was sagst du? Dein Heiliger Geist hat mir heute was zugeflüstert. Warum lässt erst du den Heiligen Geist, Mann? Du glaubst doch selber an den Heiligen Geist. Typ. Das war ein Mensch. Er lästert den Heiligen Geist. Das ist echt. Sagt die Schahada auf. Ja, genau. Sagt die Spaghetti auf. Spaghetti Carbonara mit ein bisschen. Sosa. Sosa. Schöne leckere. Oh, ja. Was willst du? Geh weg, Mann. Komm nie wieder hin. Denver wird auf ewig blockiert. Wer den Heiligen Geist lästert, der wird auf ewig blockiert. Keine Lust auf so Blödsinn. Ja, die Muslime können nichts anderes außer diese Beleidigungsschiene zu fahren. Kein Problem, du kannst Kritik äußern oder versuchen deinen Standpunkt zu vertreten. Das ist alles vertretbar, aber wenn du so anfängst aufs Übelste zu beleidigen, auch den Heiligen Geist zu lästern, das geht nicht. Dann müssen wir Cut machen. Das ist nichts gut. Ja, genau. Beleidigen und dann die Opferwolle spielen. Ah, mir sagt Riese, dass Paulus Grieche war. Erzählst du da? Dr. Schecher, aber mir wird langsam wieder müde. Immer um diese Uhrzeit, drei Uhr ist immer so, tritt das alles immer rein. Die Müdigkeit. Ja, aber ihr dürft euch niemals von diesen Leuten verleiten lassen. Es ist natürlich schwierig, mit solchen Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen und mit ihnen reden. Das Ganze dann auch noch mit Gutem überwinden. Das Böse mit Gutem überwinden, wie schwer mir das manchmal fällt, aber ja gut, dann müssen wir durch. Wir dürfen uns nicht versündigen, so wie sie. Aber dann lass ich mich leider Gottes auch manchmal dazu verleiten. Ich muss sie direkt rauswerfen. Ich kann nicht mit diesen Leuten dann auf dieses Niveau da ran. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Das sind nichts. Das sind zwei Stunden Zeit. jobs Am al-Az bla. Das sind die Chat. Das ist devine,visionen. Das ist wichtig. Bis zumüyorsunen skalorno. da blockieren schön weg ganz schnell geht das ganz schnell da machen wir kurzen prozess das ist so mülleimer mülleimer verhalten das sind solche sogenannten mülltonnen wo man diesen müll noch nicht entleert hat eigentlich ist der müll da um ihn zu entsorgen aber irgendwie haben wir es verpeilt ja ich war gestern kurzzeitig bei tesla han mal drinnen wie der abgeht und was der sagt das ist schon ultra heftig das ist so grausam wie der tesla han redet wahnsinn das ist so heftig ich verstehe nicht was hat er denn davon was was hat denn der tesla an davon will er so auf die schnelle umgelegt werden oder was das muss der mal sagen was hat er denn davon wenn er so was sagt muslime werden noch umlegen wir evangelisieren ja und versuchen die muslime aufzuklären gegenüber ihrer religion aber zu sehr solche wörter dazu sehr heftig aber naja jeder muss selber wissen was er da tut ist heftig dr scherabon hier kommt sofort wieder er verspricht sich geld ja kann aber warum warum sollte jemand dieses thema aus auswählen wegen geld ist krank also dr scherabon hier ist wieder da lasst uns wieder weiterhören oder was gott segne auch dich dazu ja ich wünsche mir von ganzem herzen dass alle auch die die mich beleidigen gerettet werden auch die jenige die nach meinem leben trachten auch die sollen gerettet werden ich wünsche mir das von ganzem herzen dass sie umkehren und ihre schuld vor dem jesus christus bereuen für ihre taten und alles die sie hier auf erden begangen haben ja sie eigentlich müssen wir weinen um diese leute na weinen den ganzen tag nur weinen eigentlich müssen wir den ganzen tag weinen hört ihr mich ja hallo ja hallo ich habe eine frage an dich könntest du mich von der christentum überzeugen ja wenn jesus christus sein leben dich nicht überzeugt wie kann ich dich denn dann überzeugen und was war in sein leben könntest du ein bisschen erzählen was dich so überzeugt hat er hat ein heiliges makelloses perfektes leben gelebt sündlos heilig gerecht und hat für deine schuld bezahlt aus liebe ist das nicht ist das nicht schon gut genug ihm zu nachzufolgen er hat kein kleines kind geheiratet er hat nicht die zunge in den mund von einem kleinen kind gesteckt er hat nicht den pn ist eines kindes geküsst er hat nicht frauen verkehr er hat keine kriege geführt er hat nicht in den die seine finger in den mund von jemand anderen gesteckt er hat sich nicht in drecktümpel gebadet verstehst du möchtest du ihm zu folgen ja aber das problem ist wer sagt denn dass sie ist in der frei war das ist sowohl die bibel als der koral ich darf mich bitte kurz aussprechen ich habe mich auch aussprechen gelassen zum beispiel jesu war nicht in dem frei obwohl die kristen das sagt denn einer einer der beleidigt kann ich den frei sein oder eine der lüge kann ich den frei sein und dort und weiß dass jesus gar keine kriege geführt hat der doch hier geführt zum beispiel der hat ja moses empfohlen die amalekita selber geführt wie bitte muss er den unterschied merken zwischen hat er kriege geführt oder hat er einen befehl gegeben in seiner göttlichen form im alten testament ja gut in seiner göttlichen form ist als er mensch wurde der jesus als er gewandelt ist hatte jemanden verletzt ja hat er sogar er hat er hat sogar gesagt in offenbar 222 dass er kommen wird und die kinder von isabel tüten wird wer ist denn isabel was ist denn dieser bild hat eine frau das ist eine frau und ich habe mich auch echt selbst gewundert was die kinder von isabel dafür konnten dass sie getötet werden sollten weißt du ich gerade verarscht oder was wie bitte wer ist isabel der geist diese frau eine frau das ist eine frau aber ich frage mich was die kinder von isabel dafür können die schicken die kinder von isabel ich frage mich noch mal wer ist isabel der geist ist eine frau was hat es jetzt zu tun aber trotzdem trotzdem hat er gesagt dass er kommen wird und töten wird der herr jesus christus als bei als als er als mensch auf diese erde kam hatte jemanden verletzt ja oder nein ja hat er wurde du musst erstens warst nicht die zwei naturlehren unterscheiden wenn du sagst dass jesus hundertprozentig mensch war dann sagst du doch doch hundertprozentig auch gott dass der war und wenn du das so sagst wenn er inhaltet hat ist das die mann lassen oder erst grauen für den drei videos und die erste mode ist in einem 3d ein fers guck mal nennen wir einen fers wo jesus christus wie mohammed mit dem schwert den menschen reingeschlagen ob die ersten und der profi da leistowatt wassalam bevor die auf einen krieg gegangen sind hat der regen aufgestellt die regeln dass man eine sache gut dass man die kinder nicht bieten sollte und so weiteres durch erbringen soll ich den hadith bringen geh frauen und kinder töten ja aber das ist daiv weißt warum das ist da mussten ist daiv ist nicht aber dann widersprichst du dich das kann nicht richtig sein bei ein sekunde kurz weil allah azzawajal sagt selber im koran wenn jemand einen menschen menschen zu unrecht tötet so ist es als hätte er die ganze menschheit getötet eine nach dem anderen jetzt ja ich will doch was viele bitte doch so geredet ja okay du hast gerade gesagt dass mohammed nicht angeordnet hat frauen und kinder umzulegen richtig hat er nicht hat er nicht ich möchte dass du uns das vorliegen muslim 17 45a warte ein sekunde ja okay solche das vorlesen bitte ok töte kein kind kein frau keinen älteren oder kranken menschen ja genau im allgemeinen sollst du das nicht machen aber was sollen wir machen wenn zum beispiel wie ein dorf einnehmen und darunter frauen und kinder sind wenn wir sie nächtlich angreifen und dann ja ok die man die hatte ich doch mal bitte sei muslim 17 45 17 55 ja ja dies war vor warte ich muss das kurz übersetzen ja mach mal übersetzen warte eine sekunde berichtet dass in einer dieser schlachten eine frau getötet aufgefunden wurde deshalb verboten gesandt alle hatte warte 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 ich muss jetzt kurz noch mal kurz auf diese webseite gehen wir sind von ihnen interessiert das nicht wie bitte sie sind von ihnen interessiert nicht ob frauen und kinder darunter sind du kannst bitte ein hadith zurücklesen sei muslim 1744 b lesen bitte lisa vor bitte ich war das war bitte das ist doch deine antwort muslim 17 1744 b das ist doch weiter lesen worum es gehen warte mal du siehst also das sagt du siehst also wie ich das gerade eben gesagt habe im allgemeinen ist es nicht erlaubt frauen und kinder einfach so umzulegen aber wer war das das wer waren wer waren die leute die das gemacht haben wir waren in dieser politik politik ist ja im allgemeinen sagt mohamed ihr sollt eigentlich nicht frauen und kinder umlegen genau kam ein muslim und sagte ja aber das so la la darunter waren ja auch frauen und kinder während unserer nächtlichen angriffe anstatt der mohamed gesagt hat ja ich habe euch gesagt ihr sollt nicht frauen und kinder zu töten hat ja genau 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 jetzt jetzt der hat den regeln aufgestellt für dieses ein kam für dies eine kam jetzt sage ich doch sei muslim 7 1744 b weil darum gerade zitiert im allgemeinen sollst du es nicht tun aber wenn es darum geht ein dorf einzunehmen dann ist es kein problem das ist das ja nein stimmt nicht stimmt natürlich das ist ich sagte ich sagte mal diese aussage stimmt nicht weil der propheten haben ist aber noch alle wassalam bevor er auf einen krieg gegangen ist an der folgenden regeln aufgestellt dass man keine kinder keine frauen dienen sollte das war nicht so gut reden dass man zum beispiel schlachten sie kein schaf kein kuh oder kein kamel außer zum essen und so weiteres aber zum beispiel dein gott hat doch ja in der alte testament auch befolgen schaffen kamel zu töten und säuglinge zu töten weißt du ist der gott des alten testaments nicht allah sagte allah sagt allah spana der heutige alte testamente der heutige der von damals ist wer ist denn der urheber von alte testament noch mal sagt allah dass der dass der heutige der heutige alte testamente von damals ist sagt dass am hallo ich muss den ersten in hebräer 10 28 steht ja selber dass du dich an die schrifte alte dass du dich an die schrift der mose halten solltest ja das problem ist die das ich jetzt nicht an die schrift hallo hallo hat du musst dich an die schrift von mose halten oder du musst vor drei oder vier auch lange hingerichtet werden du kannst du dir das richtig nicht aus dem kontext bitte wir liegen zusammen denn dein gott sagt dass du die alte testament annehmen sollst die schrifte von mose was war die schrift der mose das war die alte testament daran merkt man was für ein low class level gehirn du besitzt das ein was ich bin ich ein jude stimmt nicht stimmt nicht weil jesus sagt doch ja wer das gesetz des moses mose bewirft muss ohne erbarmen auf die aussagen von zwei oder drei zeugen die sterben so was sagt apostel paulus in hebräer brief dies war vier verse vorher auch hier was sagt er denn lasst uns so gut liebe anspornen heißt dass wir sollen jetzt die leute mit guten werken und liebe umlegen oder was das problem ist dass du widersprichst dich gegen dein eigenes bibel schrei doch nicht schrei doch nicht behalte doch deine nächste liebe du musst mal bitte einfach dass mich aussehen wenn du so mal spiel dich nicht auf mit einer ahnung von deiner religion noch von anderen ich bin ich nicht auf mit einer 15 jahre 16 jahre was du bist nicht mit einer 15 16 warte mal lasst du vom thema nicht ablenken warum lenkst du ab warte warum lenkst du ab hallo warum lenkst du ab warum lenkst du ab warum lenkst du ab so der prophet alaihi salatu wassalam lass mich doch reden lass mich doch reden der prophet alaihi salatu wassalam hat für die kriege regeln aufgestellt jedoch dein gott dein gott hat moses befohlen säuglinge zu töten okay wo ist das gerecht wo ist das gerecht ist denn der gott von moses laut deinem noch mal noch mal noch mal noch mal zeig mir mal bitte aus dem koran zeig mir mal bitte aus dem koran hör auf immer in mein wort reinzufallen zeig mir mal bitte aus dem koran wo allah sagt diese kriegstexte die ich mose gegeben habe waren nicht meine befehle mach mal das möchte ich mal sehen 10 sekunden was 10 sekunden du hast sogar suche 5 vers 33 fall existiert ich gebe dir den vers ich ich gebe dir den vers warte ich gebe dir den vers warte kurz warte warte 3 ok ich schließe jetzt vor was vor und dann sei leise ok und dann sagt mir das ob das die alte testament auch gesagt hat ok guck oh ihr glaubt sei stark lass mich doch lesen warte du das vorlesst lass mich doch lesen bitte was hab ich dir gesagt ich lese ja das vor ich sollte jetzt ich bringe ich bringe jetzt versen aus Koran dass dass es nicht richtig ist was in der alte testamento steht denn wenn die alte testamento你就 warte mal okay man schreie nicht und sei ein mann und hört zu okay sagt er okay angenommen ich mit 15 da sei leise bitte in erster petrus 3 wenn jemand als kapiert das kapiert ein kleiner kacka und dann beruhigt ich mal ich respektiere dich ich respektiere nicht warum wieder mit 15 jahren willst du mich hier übertönen in meinem eigenen stream oder was ich bin 21 ich bin 21 du bist nicht 21 schwarf dein gott sei leise sei leise lasst mich jetzt lesen in schule füge wie der 8 steht warum legst du ab warum legst du ab warum legst du ab mit 15 jahren 21 warum legst du ab warum legst du 21 du kannst weiterreden ich mich jetzt weiterreden und dann hast du gesehen kleiner junge du ich schwöre nicht lass mich jetzt lieben sei leise dass du 21 bist sonst redest du hier nicht weiter warum schreie nicht warum nein ich schwöre nicht wie ein kuffar die sind alle egal ob von klein bis groß ich bin 21 der war 14 oder 15 der kleine kacka warum soll ich schwöre nicht warum soll ich schwöre nicht warum soll ich schwöre nicht warum hast du den bruder nicht ausreden lassen ich wollte ihn ja ausreden lassen wollte dass er bei der wahrheit bleibt ich will dass er wahrheitsgetreu ist so wie er sagt ich bin ein mann der hat gesagt ich bin 21 habe gesagt schwör doch auf deinen gott warum willst du dich schwören ja aber er wollte dir doch gerade in dem verspunkt was hat das ist ja kein problem erstmal ich habe gesagt du kannst weiterlesen schwöre erst mal dass du nicht gelogen hast wo ist das problem habe ich ja die berechtigung zu oder eigentlich nicht weil wenn ihr ein thema hat dann bleibt aber ein thema und du fragst ihn schwör mal bitte auf dein gott dass du wirklich einundzwanzig bist hast du ihm geglaubt ist dass die art und weise von einem muslim anhand der stimme kann man nicht erkennen wie alt jemand ist es einfach sei dir sagt die wahrheit kommen herauf mit dem blödsinn das ist ja ich kann ich kann das nicht einschätzen ob der einsteuerlich höchstens 14 15 jahre alt dieser kleine idee ich kann das nicht einschätzen natürlich kannst du das einschätzen also denkst du wir sind dumm oder was okay dann 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 lass doch einfach sagen wir mal diesen 15 ja der kann jeder hier reinkommt wenn er sagt ich schwöre auf mein ich schwöre auf allah dass ich 21 bin dann kann er weiter reden wenn er ehrlich und wahrhaftig ist kann er sagen ja ich schwöre auf mein gott und wenn ich lüge sollten allah mich sofort töten oder soll mir nächste zeit krankheit gehen wir was auch immer dann nehme ich den erst und selbst wenn er dann geschworen hat was ändert es an der tatsache dass sie gerade einen dialog ich will nicht dass er hier reinguckt und lügt du merkst ja dass er die ganze zeit am lügen ist schon allein das sagt er wollte es dir auch gerade nennen du hast ihn unterbrochen kein problem ich hätte ihn ja auch ausreden lassen ist ja gar kein problem du siehst ja dass ich den ausreden haben lassen die ganze zeit aber der wollte aber wieder hoch wieder hoch und dann könnte in dialog her anstatt so eine kinderkarte abzuziehen in der größe ist 14 mann muss mich verarschen oder was ist nicht 21 hast du das nicht action jackson also wenn du kommst verstehe ich nicht falsch wenn du mir jetzt als nicht muss dem sagt schwärmer auf allah ich brauchte auch nichts zu beweisen und auf allah zu schwören ich bin 21 und sagte erwarte warum lügst du gerade so du bist nicht 21 und sagte doch ja selbst schwirr mal auf den gott wo ist das problem zu sagen ja okay ich schwör auf allah dass ich 21 bin okay dann geht es weiter er ist doch nicht in der beweispflicht was hat denn natürlich ist er nicht so weispflicht er hat die ganze zeit schon gelogen und er lügt weiter aber raus ich kann nervt was rede ich mit dem auch nicht normal sein ja hallo ich will dass du die wahrheit sagst du bist nicht ein und 20 mal du bist der letzte bei denen ich schwöre mal bitte einmal ich schwöre nicht ich schwöre nicht dass jetzt weitermachen ich bin jetzt ich verspreche dir du kannst weiterreden ich verspreche dir du kannst weiterreden sei ehrlich sei ehrlich sag ja ich habe gelogen an mir ich bin ein ich liebe wo ist ein ich bin ein und 20 siehst du warum hast du denn angst ich lasse dich weiterreden hallo ich schäme dich nicht für dein alter du musst dich gegen dein alter lügen warum sagst du hast du keine angst vor allah dass du dich in die hölle werfen lügen oder ist das bei euch erlaubt ich habe ich habe wie dein gott gelogen lass mich doch dein gott hat auch gelogen siehst du also hast du gelogen ich habe genauso gelogen wie dein gott ja raus ekel wie die drauf sind diese kinder da sei ehrlich sag wie alt du bist dann geht es weiter aber so ekelhaft wie der wieder auch redet unfassbar ich weiß doch egal wie alt er ist lass ihn doch reden die kleinen 15 jährige ist schon wieder der nächste ist nicht doch gerade du heuchler der zerstört ich mir seine 15 heuchler kannst du den nennen der ein sechsjähriges kind kann ich lass ihn doch reden 15 jährige das ist das problem du heuchler was du bist warum ist das bei euch normal im islam zu lügen du heuchler kannst du den spiegel siehst du kannst du den spiegel siehst du kannst du den spiegel gerade ein kleiner ekel mensch was für ein haufen müll du und kannst du den spiegel siehst du und so nix da abarbeiten hallo amir hallo mein lieber gott sehr gut ich bin schon in der familie ja deine auch danke für deine arbeit und du machst alles richtig aber heute werden viele bleiben kommen weil heute wegen freitagsgebet und so weißt du das ist normal ja ich weiß wollte ich auch ansprechen wollte das sagen leute ist euch das mal aufgefallen freitags sind die muslime immer ganz ganz aggressiv gegen diesen freitags predigt heftig weißt was das schlimm ist die kommen die linken irgendwie die kommt zu einem der irgendwie gar keine ahnung hat obwohl die selber keine ahnung haben und dann vor allem wollen die ein sura haben dann zeigt zu denen dann sagen die das stimmt doch nicht ich muss selber gucken dann gucken die noch mal selber und glaubt immer noch nicht also egal wie du denn das zeigst das bringt nichts und die denken natürlich dass wir auch nicht mal arabisch können aber okay amir kann vielleicht in arabisch aber wir können arabisch und das und wir können bestätigen was er sagt also also keine ahnung was bei diesen leuten los ist also ein bisschen weiterentwickeln wäre ganz gut ne oder einfach seinen horizont erweitern aber irgendwie ist da so keine ahnung aber ich wollte einfach super aber machen mach weiter und ja möchte so jetzt auf den gott schwören Guck mal, ich fordere dich heraus, nenn mir einen Versen aus dem Choran, der gewalttätig ist. Ich fordere dich heraus. Suche 9, Vers 5, dann liest weiter. Suche 9, Vers 8, weiter. Okay, dein Argument habe ich jetzt widerlegt. Jetzt habe ich eine Frage. Du hast Suche 9, Vers 5 gebracht. Wer bringt Suche 9, Vers 5? Dann liest du Suche 5 von Ibn Kassir. Hallo, hallo. Okay, der Chorani Karim. Okay, bringen wir den Tafsir Ibn Kassir, bitte. Mein Kleiner, mein Kleiner, mein Kleiner. Du musst mich herausfinden. Du musst mich herausfinden. Guck mal, lass doch mal. Sag erstmal, Amir, ich habe gelogen. Nimm dich ernst. Ich habe nicht gelogen. Amir, ich habe wirklich 14, 15 Jahre alt. Mach, sag die Wahrheit. Was hat das mit der Sache zu tun? Was hat das mit der Sache zu tun? Wir reden bei Religion. Religion hat kein Alter. Religion hat kein Alter. Das hat sehr viel mit deinem Charakter zu tun. Dass du bereit bist, um jeden Preis zu lügen. Das stellst du gerade zur Schau. Oh, guck mal, guck mal, ich sage dir. Jesus hat doch gelogen. Jesus hat doch gelogen. Du bist bereit für jeden Preis zu lügen. Das will ich den Leuten nur damit zeigen. Nein, ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Dann sag, wie alt du bist. Sag, wie alt du bist. Sag, wie alt du bist für dich. Hallo, darfst du jetzt auf dein Surah 9, Vers 5 eingehen? Surah 9, Vers 5. Surah 9, Vers 5. Ich lese dir vor. Ich zeige dir, dass dein Argument keinen Sinn macht. Wenn du einen Vers weiter liest, dann sagt Allah. Und wenn jemand von den Götzen, die er dich um Schutz bietet, dann schützt er das Wort. Erstmal muss er nacket werden. Erstmal muss er nacket werden. Wo steht das? Bis sie was? Bis sie das Wort Allah hören. Du musst das richtig lesen. Nein, natürlich. Bis sie das Wort Allah lesen. Stimm dich. Stimm dich. Und wenn jemand von den Götzen... Natürlich, liest du mal den Vers. Liest du den Vers. Ich lese, bitte. Ja, bis sie das Wort Allah hören. Lassen sie hier drauf das Wort Allah hören. Das heißt, wenn ich Allahs Wort höre und mich immer noch nicht dafür entscheidet, dann muss was? Darf ich jetzt reden? Lass mich doch reden. Ich habe mich rausreden gelassen. Ich rede, bitte. Ich will nicht von dir hören. Ich will, dass du den Tafsih von Ibn Kathi vorliest. Allahs Wort ist wichtig. Ich spreche Allahs subhanahu wa ta'ala im Koran. Ja, okay. Lass mich jetzt aufreden. Zeig mir mal bitte den Tafsih von Ibn Kathi dazu. Lass mich kurz den Koran-Fers lesen. Den Koran-Fers. Der Koran ist wichtiger. Lass mich jetzt reden. Guck mal. Guck mal. Der kam jetzt gerade mit dem Argument. Tötet die Ungläubigen. Macht dies und das. Wenn wir jetzt ein Vers weiterlesen. Was sagt Allahs subhanahu wa ta'ala? Lass mich doch reden, mein ich. Was sagt Allah? Und wenn jemand von den Götzen tun an, dich um Schutz bezieht, dann gewähre ihn den Schutz. Dann gewähre ihn den Schutz. Bis er was? Weiter geht? Weiter geht? Bis er das Wort Allahs hört. Aber warte. Bis er das Wort Allahs hört. Bis er von Allahs subhanahu wa ta'ala hört. Aber man soll bis dahin den Schutz gewähren. Weiter geht. So, hier auf. Was ist wenn ich mich dann gegen in die Stammentscheid? Weiter, warte, warte, warte. Hier kommt jetzt das Wichtige. Geh auf, lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Die, weil die Leute sind, die nicht bescheid wissen. Ja. Okay. Und gehen wir noch ein Vers weiter. Ja. Solange sie sich euch gegenüber Recht verhalten, verhaltet auch ihr euch gegenüber Recht. Okay. Wo ist das jetzt? So. Okay. Wer interpretiert den Koran jetzt besser? Hallo, hallo, hallo. Wer interpretiert den Koran? Besser du oder eben Kassi? Weil er, weil er der Schöpfer der Koran. Allah, Allah interpretiert den Koran. Schau mal an, wirst du ein geistlicher Durchfall, du bist. Allah interpretiert den Koran? Guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala redet im Koran. Das sind seine Worte. Kalimatullah. Allah redet im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala redet im Koran. Allah redet im Koran. Allah redet. Okay. Hey, wer interpretiert den Koran? War das der Heilige Geist? 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 Du musst doch schon, du musst doch mal zuhören. Du bist doch am reden. Wer interpretiert den Koran am besten? Wer? Der Schöpfer. Der Schöpfer. Ah, der Schöpfer interpretiert den Koran am besten? Ne, sollen wir jetzt den Schöpfer fragen? Nein, der Schöpfer, lass mich doch reden. Der Schöpfer redet im Koran und du hast alle Antworten, alles was du brauchst. Also bist du ein Koranite? Bin ich nicht. Denn ich glaube auch an die Sunnah vom Propheten, an die Hadithen. Das sage ich nicht. Jetzt müssen wir eine Tafsir aufschlagen für das bessere Verständnis, richtig? Ja, aber warum soll ich jetzt ein Tafsir aufschlagen, wenn dieses... Allah SWT sagt im Koran, es gibt eindeutige Verse und mehrdeutige Verse. Das heißt, die eindeutige Verse kann man einfach affizieren. Ja, okay. Okay, mein Kleiner. Okay, ich habe verstanden. So. Wer interpretiert den Koran jetzt am besten? Du mit 15 Jahren oder eben Kassir, der Großgelehrte? Okay. Okay. Ist das nicht ein klares Vers? Ein deutliches Vers? Nein, für mich nicht. Wie fühle ich das denn? Ja, vielleicht interpretiere ich den falsch. Vielleicht interpretiere ich den falsch. So, jetzt müssen wir gucken, wie Mohammed und die Sahaba den interpretiert haben. Und was hat der Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dazu gesagt? Ja, jetzt müssen wir den Tafsir aufschlagen. Jetzt kannst du ja die Stunde aufschlagen. Also, warte, warte. Jetzt willst du mir sagen... Ich schäm dich nicht. Schlag mal mit dem Tafsir auf. Schäm dich nicht. Du hast gerade gesagt, in Tafsir spricht der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Du hast gerade gesagt, in Tafsir spricht der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Du hast gerade gesagt, in Tafsir spricht der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ich habe nicht gesagt, in Tafsir spricht der Prophet. Ich habe gesagt, die Interpretation, die zurückzuführen ist zu Mohammed und den Sahaba. Jetzt liest mal bitte vor. Okay, von wem? Von welcher Gereate? Von Ibn Kathir. Zitieren wir bitte. Von welcher Surah? Surah 9 Fester. Hey, lies doch ein Vers weiter. Du kannst nicht ein Vers aus dem ganzen Kontext rausgehen. Muss ich mir das sagen? Du musst einen großen Lern über Ibn Kathir. Ein 15-jähriger Kritik, der hat mehr Ahnung als Ibn Kathir. Nein, nein. Wallahi, da sind, guck mal. Ich bin ein Unwissender. Ich bin ein Unwissender. Lass mich doch reden. Jedoch musst du den kompletten Vers lesen. Du musst weiterlesen, worum es geht. Du musst verstehen, worum es da geht. Ich will ja verstehen. Ich will ja lernen von dir. Ich lasse einfach die größten Gelehrten beiseite und gehe zu einem 15-jährigen Tiktok-Muslim. Hab ich das gesagt? Subhanallah, wann hab ich das gesagt? Nimmst du dich ein bisschen? Schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich nicht, weil ich brauche solche Fehler. Dann schlage dir die Gelehrten auf. Schlag bitte den Tafsir von Ibn Kathir. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Lass mich doch reden. Du nimmst einen kompletten Sura. Es geht weiter. Die Sura geht weiter. Du nimmst nur einen kleinen Sinn. Was brauchst du nur noch zu sagen? Deswegen hab ich gesagt. Lies doch mal bitte die Interpretation von Ibn Kathir. Mal gucken, was er dazu sagt. Einverstanden, was du davon dir gibst mit diesem Durchfall. Okay, mach mich groß bitte. Ich leh's vor. Mach mich groß. Mach ihr, bitteschön. Erstens will ich dir kurz was zeigen und danach mach das vor dein Gesicht auf und dann wir lesen zusammen. Erstens, ich zeig dir kurz die Sura. Ich kenne dich so und alle kennen die Sura. Ich möchte die Tafsir lese. Es gibt Leute, die das nicht wissen. Kannst du mal aufhören? Ich möchte die Tafsir. Guck mal. Nein. Du brauchst überhaupt nichts vorzulesen oder wir kennen alle den Fers. Ich spreche dass du Tafsir aufschlägst. Ich mache das. Ich mache das. Ich möchte die Tafsir lese. Tafsir lese. Es ist einfach die 7.9. Ein paar ab, die Räume. Lass mich doch reden, lass mich doch reden. Ich spüre dass du redest mit Wahrheit und Haken. Du nimmst so eine kleine Stelle raus und du sagst. Allah Azza wa Jalla hat das ihm das gesagt. Ich sage das nicht. Das hat Dich mit der Kaffee hin. Hallo, das hat ein Großgelehrter. Hallo, mein Kleiner. Jetzt kannst du meine Tafsir aufschalten. Okay, komm, sei mal diesmal einmal, auch wenn du ein kleiner Kacker bist, aber jetzt sei mal diesmal einmal. Ja, aber das Problem ist, ich sehe jetzt nicht, was dein Argument ist, denn dein Argument ist quasi... Ja, mein Argument ist, dass dieser Vers so zu verstehen ist, dass Allah sagt, dass man die Moschekin auf der gesamten Welt umlegen kann und das an jedem Platz der Erde. Stimmt nicht, stimmt nicht. Okay, das ist ein allgemein gültiger Vers, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Dies mit dem Tafzir. Lass mich reden, bitte, bitte. Ich mache nicht den Tafzir auf. Lass mich reden, lass mich reden. Ich möchte, dass du jetzt bitte den Vers aufschlägst. Mache ich, ich mache doch. Aber du musst doch den Vers weiterlesen, damit du weißt, was Allah noch dazu sagt. Du musst doch weiterlesen, du musst weiterlesen. Möchtest du hören? Hallo, beruhige dich. Du hast gerade eben gesagt, dass du den Tafzir aufschlägst. Ich weiß, dass du dich gerade schämst. Subhanallah, was soll ich aufschlagen nochmal? Tafzir ibn Kassir. Und da gucken wir, wer rechtert. Du, kleiner 15-Jähriger oder Dr. Scheer Abu Amin. Erstens, ich sage nicht, dass ich rechter bin, sondern ich spreche Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist wichtiger als das. Hallo, hallo, hallo. Beruhige dich mal. Ja, okay, ich leide. Jetzt habe ich den Verstoßerwahn umgekommen. Guck dir das mal an. Wegen belästiger und Mobbing. Ihr seid so der allerletzte. Pah, Dreck. Der Typ, ach, der Kleine hat einer Dings bekommen. Der wurde gesperrt. Hä? Er hat gemobbt. Der Kleine hat gemobbt. Was ist das denn gewesen? Das ist so cringy, ey, das ist heftig. Ich wollte ihn so weit bringen, dass er wenigstens noch den Tafsil liest, dieser Kleine. Wie der sich schämt. Ja, nochmal, die Tafsil sagen uns das hässliche Gesicht des Islams, was der Islam vorhat. Vers 5 ist bei allen Gelehrten bekannt. Und zwar Ayatul Seyf, der Schwertvers. Dieser eine Vers hat alle friedlichen Verse aus dem Koran aburgiert. Jetzt heißt es entweder Muslime oder wir. Der Islam hat sich damals in Dararhab und Daran Islam aufgeteilt. Haus des Islams und das, was noch islamisiert werden muss. Wahnsinn. Die Muslime werden auch niemals aufhören. Die gesamte Welt zu bekämpfen. Bis sie la ilaha illallah muhammada rasulallah sagen kann. Das ist Islam. Das ist Islam. Das ist Islam. Sehr, 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 sehr schlimm. Das ist Islam. Hallo! Hallo! Also Armin, großen Respekt, dass du das so durchziehen kannst. Die Moslems sind mit Abstand die größten Lügner und Betrüger und Heuchler, die ich jemals gesehen habe. Richtig, richtig schlimm. Großen, großen Respekt, mach weiter so. Diese Betrüger muss man aufklären, also zeigen einfach, was das für Leute sind. Ich muss dir mal vorstellen, wie überheblich dieser kleine Lümmel ist. Er tut so, als hätte er mehr Ahnung als die Großgelehrten des Islams. Wie ein Ibn Kassil, der zum Beispiel uns die ganze totale Wahrheit sagt, wie das zu verstehen ist, Surin 9. Ah Tauber, die Reue. Ja, das ist eine Beleidigung in unserer Intelligenz. Er wusste ganz genau, wo die Reise hingeht, wenn er das aufgeschlagen hätte. Das wollte er die ganze Zeit nicht machen. Natürlich, man. Die schämen sich für ihre eigenen Schriften und versuchen alles zu relativieren und es schön zu reden. Richtig hinterhältig. Ey, Wahnsinn. Mach weiter so, bleib stark. Wir werden dich alle unterstützt. Mach weiter so. Okay? Alles Gute. Der wurde gesperrt, der Typ. Der helft dich. Alles Gute. Kein Wunder. Ciao, ciao. So. Hört ihr mich wieder? Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich von der Familie. Gott segne dich, Armin. Armin, ich hab nicht so viel Zeit. Ich mach jetzt die Kurzfassung. Du kennst doch die Geschichte bei Sunan Abidawut 4361, der blinde Mann, diese Story. Ja. Ich hab diese Geschichte einem Muslim erzählt, aber nicht auf Mohammed bezogen, sondern ich hab, äh, aus Mohammed hab ich gesagt, das ist ein Herrscher der Welt gewesen. Also quasi, dass er nicht wusste, dass das jetzt ein Islam-Thema ist, ne? Ja. Wo ich dann zum Ende der Geschichte gekommen bin, hab ich ihn gefragt, und was hältst du davon? Wie findest du die Reaktion des Herrschers? Dann hat der gesagt, geht gar nicht, komplett falsch reagiert, der sollte seine Post abgeben, sollte kein Herrscher sein, dann hab ich ihm gesagt, ja guck mal, das ist, dann hab ich ihm die Wahrheit gesagt, danach war der stumm, da wusste ich noch, was der sagen soll. Ja. Da hab ich auch ein bisschen Dakiya betrieben. Ja, der Mohammed lässt, der Mohammed lässt sogar Kinder ab einem Alter von ungefähr acht Jahren, äh, du weißt so, Nacken therapieren. Das könnt ihr hier nachlesen, zeig ich euch, guck mal hier. Das ist geisteskrank. Ja. Aber genau so, mit dieser Methode. Das ist ein Mythos, das der Mohammed niemals Kinder hat umlegen lassen. Der Mohammed hat sehr wohl, äh, Frauen und Kinder, ihr wisst schon, was machen lassen. Aber guck mal, genau mit dieser Methode, die ich angewendet hab, also ich hab nicht gesagt, dass das Mohammed oder was Islamisches ist, sondern ich hab einfach nur, so den Namen Mohammed hab ich dann einfach als Herrscher gemacht quasi. Und dann hat er die Wahrheit gesagt, dann hat er gesagt, geht gar nicht. Als ich ihm dann gesagt hab, ja das ist ne Geschichte von euch, das ist Mohammed eigentlich, der wusste nicht mehr, was der sagen soll. Weil er da die Wahrheit gesagt hat. Ja. Hätte ich aber gesagt, das ist Mohammed, hätten die wahrscheinlich wieder Ausreden gesucht oder so oder so. Kannst mal sehen, wie die ticken. Ja. Kannst du mal eben mal gucken, ab wieviel Jahren ungefähr die Schambehaarung einsetzt? Ab wieviel Jahren? Ab 10 oder 9, 10 kommt schon die erste Schambehaarung oder was? Ab 10, 11 oder sowas? Äh, ich geh kurz aus TikTok raus, also ich bleib da drin und hör's nicht wahrscheinlich. Ich meine, ich guck eben. Ja. Ja, das ist so im Schnitt zwischen 11 und 15, je nachdem. Ja, genau. Also sagen wir mal ab 11, 12, ja. Hier, guck mal, das befindet sich zum Beispiel in, äh, sag ich dir jetzt, einen Moment. Äh, einen Moment. Hier fragt einer, wo das steht mit den Blinden, ähm, Sunan Abidawud 4361. Wenn das hier jemand aufschreiben könnte, wäre super. Sunan Abidawud 4361. Ja, der Splatter-Movie, ja? Wie bitte? Das ist der Splatter-Movie, als der blinde Mann diese Sklavin da umlegt, ne? Genau, genau, genau. Da wo Mohammed davon gehört hat. Ein Kind kommt sich mit den Beinen hervor. Beide umgelegt und der Mohammed bestraft den Mann nicht, weil der Typ auf Mohammed geschworen hat und gesagt hat, ja, das soll Allah, diese Frau hat dich beleidigt. Genau. Ist das eigentlich... Das ist eine Geschichte, da hat eine Frau, äh, schlecht über den Propheten geredet und ihr Herr, also quasi, sie hat ihn gehört und der Mann hat gesagt, hör auf, den Propheten so darzustellen und die hat nicht aufgehört. Und dann hat der Mann sie einfach umgebracht, TikTok-sportlich. Als Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, davon gehört hat, wollte er wissen, wer das war. Dann ist der Mann aufgestanden und hat gesagt, ich war das, ich hab das aus dem und dem Grund gemacht. Anstatt, dass der Prophet sagt, warum machst du sowas, sowas geht nicht. Wisst ihr, was der sagt? Der sagt, für ihr Blut ist keine Rache nötig. Also er hat das quasi gut geredet, legitimiert. Für ihr Blut ist kein Geld zu bezahlen, ne? Genau. Katastrophe, Katastrophe. Ja, wer den Propheten schmäht, der wird dann eliminiert, ne? Das ist krank. Das ist so krank. Das ist so typisch so Kult-Liederverhalten. Kennst du das so? Ich tulde keine Widerworte. Kennst du sowas? Was? Ja, ich hab's grad geschrieben hier. Sulan Abidawoud 4361. Macht euch Screenshots und guckt alle selber nach. Die Geschichte ist authentisch. Sahi. Kann man also nicht drum rum reden. Ist genau so passiert. Und muss angenommen werden. Fertig. Da soll mal einer sagen, der Typ, Mohamed, war sündlos und hat die besten Entscheidungen getroffen. Am Arsch. Gar nichts. Hör mal hier. Guck mal Leute. Ich war unter den Gefangenen von Kureyza. Wir wurden untersucht und wer Schamhaare, bei wem Schamhaare gewachsen war, wurde Nackentherapiert und wer keine Haare hatte, durfte am Leben bleiben und wurde nicht Nackentherapiert. Sulan An-Nasai 4981. Mohamed lässt also Kinder ab einem Alter von 11 Jahren Nackentherapieren, wo die Schambehaarung einsetzt. Und dann beschweren die sich über den Gott der Bibel und sagen, guck dir das mal an, was der Gott der Bibel sagt. Mach deine Kinder. Der Profil hat's doch genauso getan. Guck dir das mal an. Das ist so geil. Das ist krank, Amir. Keine Ahnung. Kann man nicht in Worte fassen eigentlich. Ja. Okay, David. Gott segne dich schon. Der Familie. Gott segne dich. Gott segne euch alle Leute. Ciao, ciao. Da ist der Kleine wieder. Ja, hallo. Danke nochmal für das Sperren. Danke schön, Leute. Sehr, 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 sehr nett hier. Wahnsinn. Danke schön nochmal für das Melden. Ich weiß nicht, wo ihr das gelernt habt. Lass doch mal besuchen Neupers Höfler, ja? Ja, wer, 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 wer sind wenigstens die solche, die Lüge. Du bist hier irgendwie der Lüge. Ja, ich würde sagen, Ibn Taymir, es kann sein, dass er einen Fehler gemacht hat. Es kann sein, dass er Fehler macht. Denn er ist nicht perfekt. Lass mich doch jetzt reden, guck. Lass mich doch jetzt reden. Habt ihr das gesehen? Ein 15-jähriger kleiner Typ der Bremsspur in der Unterhose hat, sagt, Ibn Taymir macht Fehler. Guck mal, der kann auch Fehler machen. Lass mich doch weiterreden. Warum nimmst du dann von Ibn Taymir? Warum nimmst du dann von Ibn Taymir? Warum nimmst du dann von Ibn Taymir? Weil er Wissen hat. Aber er ist auch ein Mensch, der auch Fehler machen kann. Okay, dann zeig mir mal bitte, warum er in dieser Sache einen Fehler gemacht hat, mein 15-Jähriger. Guck, ich will jetzt bei Suche 9 Vers 5 bleiben, okay? Deine Antwort kriegst du schon weiter, wenn du einen Vers weiterliest. Denn du musst den ganzen Kontext verstehen. Du kannst den Voran so lesen. Guck mal, ich will dich nicht anschreien, du bist noch klein. Guck mal, hey, hey. Kannst du bitte von uns den Tafsir von Ibn Kathir zitieren? Aber warte mal, du hast doch deine Antwort einen weiter, wenn du einen weiterliest. Ich will nicht von dir irgendwas hören, ich will von den Großgelehrten das hören. Du bist niemand, du bist ein Nix. Wie kannst du sagen, dass du von Gelehrten wissen willst, obwohl Allah im Koran redet? Okay, wer erklärt den Koran besser? Habib, kleiner Mann, kleiner Mann, kleiner Mann, Stückchen für Stückchen. Wer erklärt den Koran besser, du oder Ibn Kathir? Wann habe ich denn gesagt, dass ich den Koran besser erkläre? Ich habe das doch nie gesagt. Versuch es doch gerade zu erklären, bitte. Ich sag dir doch, lies doch ein Vers weiter. Okay, alles klar, vielleicht liegst du ja falsch. Vielleicht liegst du ja falsch mit dem, was du da interpretierst. Wo liege ich falsch, wenn ich ein Vers weiterlese und Allah es einfach gesagt hat? Habib, mein kleiner Junge, mein kleiner. Lass uns doch einfach schauen, ob das, was du gerade sagst, mit dem zusammenhängt oder zusammenfasst, wie Mohammed und die Sahabas verstanden haben. Ja, aber das Problem ist, guck mal, Ex-Muslim, guck mal, das Problem ist, guck mal, lass mich kurz reden. Nur eine Minute. 10 Sekunden, lass mich reden. Ich will nicht, was du reden, ich will, dass du zitierst. Was? Ja, ich zitiere dir, ich zitiere dir. Okay. Okay. Ich hab dich vor 10 Minuten gefragt, dass du den Tafsin aufmachst und du machst es immer noch nicht. Und ich hab immer noch... Ja, aber Obimis, guck mal, du schiebst Faxen, obwohl deine Antwort eine weiter ist. Wenn du ein Vers weiterlese, sag ich mal deine Antwort. Guck mal, ich sag's dir zum letzten Mal, ich bin die ganze Zeit nett und höflich, die ganze Zeit zu dir. Ja, natürlich, aber du... Lass uns doch einfach beide, lass uns doch einfach... Guck mal, Habib, hör mir zu. Lass uns doch einfach beide, wir halten beide den Mund und dann lesen wir das, was eben Kathir sagt zu dem Thema und er zitiert die Sahaba und Mohammed. Bist du damit einfach... Ja, aber das Problem ist... Nur jetzt, nur jetzt, nur jetzt, ich hol den Tafsir, okay? Nur jetzt, ich will noch kurz einfach sagen. Aber liest doch einen Vers weiter. Warum machst du das so schwer? Warum liest du dich einen Vers weiter? Habib, verstehst du nicht? Verstehst du Deutsch? Kannst du Deutsch? Ich kann auch Iranisch, wir können auch Iranisch reden, ich kann auch Persisch reden, kein Problem. So, jetzt hörst du mir mal zu, jetzt hörst du mir mal zu. Ja, bitte. Guck mal, Habib, hör mir mal zu, beruhig dich. Habib, hab ich den Kaffee, zitiert uns... Hallo, hallo, hallo. Bitte Ruhe. Eben Kaffee zitiert uns die Sura Al Tauber, die Sura 9 und erklärt uns, was es auf sich hat mit dieser Sura. Sura 9 Vers 5 ist Sura Ayatul Seif. Dieser Vers ist bekannt unter dem Namen Schwertvers, weil dieser Vers Mohammed die Berechtigung gegeben hat, die ganzen Götzendiener vor die Wahl zu stellen und sie zum Islam zu zwingen. Und das ist die Doktrin des Dschihad und des Zwangs, die Menschen zum Islam zu zwingen. Das stimmt nicht. Okay. Fall. Lies uns das bitte vor. Lies uns das bitte vor. Ja, warte. Deine Aussage ist falsch. Ich sag dir. Das ist falsch, was du da sagst. Stimmt nicht. Okay, dann gucken wir, ob das falsch ist. Wir zieht hier mal bitte. Lies nochmal. Lies nochmal. Mit einem Wand oder mit einem Menschen. Lass mich doch jetzt ausreden. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist ein kleiner Hampelmann. Lies bitte Tafsir, wenn ich kassieren will. Oh, diese kleine Hampelmann hat dich auseinandergenommen. Diese kleinen Hampelmann. Willst du jetzt lesen? Lies jetzt ein Vers weiter. Lies jetzt ein Vers weiter. Wenn du runterschmeißt, hast du Angst. Lies jetzt ein Vers weiter. Ich sage zu dir. Schlag bitte deinen Tafsir, deinen sunnitischen Gelehrten auf, man. Aber Allah ist wichtiger. Allah redet im Koran. Wieso soll ich jetzt ein Tafsir aufschlagen? Okay. Allah redet im Koran. Aber wer versteht den Koran denn besser? Du oder Ibn Kathsir? Ich will... Warum sagt Allah im Koran das, Mann? Der Koran. Es gibt eindeutige Verse. Warum schälfst du dich denn so, Mann? Lies doch einfach vor. Mach ich auf. Mach ich auf. Guck jetzt extra für dich mach ich auf. Obwohl das keinen Sinn macht. Der sagt schon seit 20 Minuten. Ja, lese ich vor. Ja, lese ich vor. Leider ist es. Und ich will gleich von dir. Hallo, hallo. Warte. Ich warte noch immer auf meine Antwort. Wieso dein Gott in 1 Samuel 15 Vers 3 empfohlen hat, Säuglinge zu töten? Das ist dein Gott. Aber der ist doch... Er hat doch die Prophetenbeauftragte oder nicht. Oder wer ist der Prophet? Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Weil Allah Azzawajal sagt im Koran... Okay, beweist mir, dass Samuel das nicht gemacht hat. Ich beweist mir, dass Allah Samuel das nicht gegeben hat, diese Verse. Ich beweist dir das. Okay, ich beweist dir das. Ich beweist dir das. Nimmst du den Islam an? Ja, okay. Ich beweist dir das. Nimmst du den Islam an? Ja. Beweis dir das. Sag mal. Ja, wenn ich dir das aus dem Koran... Ich beweist dir das aus dem Koran. Nimmst du den Islam an? Ich beweist dir das aus dem Koran. Ich habe die Lava. Du bist 15 Jahre alt. Du hast überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Zitiere jetzt bitte dein Pferd. Okay, lass mich jetzt reden. Lass mich jetzt reden. Lass mich jetzt reden. Zitiere einfach mal. Ist das ein Dürer? Lass mich jetzt reden. 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 Oh, junge, mach mich anzumisch. Allah Azza wa Jal sagt im Koran in Ture 60, Vers 8. Was sagt Allah Azza wa Jal? Allah verbietet euch nicht gegen diejenigen, die euch nicht wegen eures Glaubens bekämpft und aus euren Häusern vertrieben haben. Gütig und gerecht zu sein. Und das ist also der Vers der Beweis, dass Allah das nicht herabgesandt hat, diese Kriegstechnik. Lass mich noch reden. Guck mal, du lässt mich nicht reden. Du lässt mich noch zitieren. Lass mich noch reden. Was habe ich dir gerade gesagt, dass du zitieren sollst? Du sollst dein Vers aus dem Koran bringen? Habib, guck mal, kleiner Mann. Was war meine Challenge an dich? Kleiner Mann. Was war meine Challenge an dich? Meine Aufgabe war jetzt, dir zu beweisen, dass jetzt das, was in der Alte der Zahme befohlen wurde, dass es nicht Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Ich möchte, dass du mir zeigst, wo Allah sagt, diese Texte, Tora, was ich herabgesandt habe. Diese Kriegstexte sind nicht meine Texte. Okay. Diese Befehle habe ich niemals gegeben. Zeig mir das aus dem Koran. Lass mich jetzt reden. Lass mich jetzt ausreden, bitte. Guck mal, erstens, du musst erst verstehen, was im Koran steht. Wenn es auch in der Alte Testament steht, dann ist das richtig. Aber wenn etwas im Koran gibt und es in der Alte Testament widerspricht, dann ist die Alte Testament falsch, was da steht. Okay. Zeig mir bitte, dass mir Allah gesagt hat, diese Kriegstexte, was ich dem Propheten gegeben habe, waren nicht von mir. Los. Was soll ich jetzt zeigen? Der Allah sagt doch im Koran, dass man nicht umsonst töten soll. Man darf nicht töten. Man darf nicht machen. Ja, aber der sagt doch in Suche 5, Vers 33, dass man Leute Hände und Füße abmachen soll. Okay, warum geht die Suche 3, Vers 33? Suche 5, Vers 33. Du weißt ja gar nichts hin. Okay, warum geht's? Erklär mal bitte. Erklär mal bitte. Ja, es geht darum, dass der Mohammed jemanden befreundet hat, Kamelurin zu trinken. Und diese Leute waren nicht begeistert und dann haben die den Schäfer umgelegt. Und der Mohammed... Guck mal, dein Gott sagt im Hesikel Kapitel, dass man auf Brotschock schmieren soll, Scheiße schmieren soll und essen soll. Und erstens Kamel... Du weißt, wenn ich die Beweise, dass die Fatos sagen, dass du kacke essen darfst, verlässt du den nicht wahr? Warum soll ich diese Fatos annehmen? Lass mich los als die Leute, ne? Lass mich doch nicht reden. Nein, ich habe das auch nie gesagt. Erstens, dass mit Kamelurin, aus Kamelurin werden Medikamenten hergestellt. Lass mich jetzt reden, das ist sogar gesund. Aber dein Gott sagt in der Bibel, dass man auf Brot scheiße schmieren soll und das aufessen soll. Was sagst du dazu? Das ist gesund. Oh, das ist gesund. Dein Gott sagt, man soll scheiße auf Brot schmieren. Dein Gott hat sich einen Radierer gemietet. Was sagst du dazu? Du bist so kaputt. Raus mit dir, du geisteskranker. Du geisteskranker kleiner Wahnsinniger. Wie der Gehirn gewaschen ist denn? Boah, das nennt man einen richtigen Karussellfahrten, hat er bekommen an Gehirnwäsche. Dass er sich aber auch nicht durchlesen will in der Lektüre des Islams. Er will also nicht die Gelehrten aufschlagen, was die Meinung der Gelehrten zu dem Thema ist. Suche 9 Vers 5. Er will sich also nicht Tafsil Al-Jadalain durchlesen. Er will sich nicht Ibn Kathir durchlesen. Er will nicht Al-Tabari dazu lesen. Gar nichts. Er will einfach nur reden. Was interessiert mich dein Gelaber? Ich will hören, was die Gelehrten zu dem Thema sagen. Aber gut, Kamilurin. Was für ein kleiner Lübbel. Kamilurin für den kleinen Jungen, damit die Gehirnwäsche aufhört. Wie indoktriniert kann man nur sein, Mann? Das ist heftig. Wie indoktriniert kann man nur sein? Der Arme. Heftig, heftig. Es tut mir leid für den kleinen, was der da redet. Kamilurin ist gesund. Hau mal rein. Ehrlich, komm. Ist gut. Ich habe schon gedacht, dass du ein wenig verrückt bist, kleiner Mann. Aber dass du so am Ende bist. Hallo. Hallo, mein lieber Gott segnet dich. Und deine Familie. Wieso müssen Muslime und Christen immer so irgendwelche Verse picken und gegenseitig fertig machen? Das ist ja alles gar nicht. Wenn es den Koran nicht gibt und die Muslime keine Streitschrift gegen uns hätten. Das ist auch Kindergarten. Das bringt auch gar nichts. Ich gehe auch in den muslimischen TikTok rein und mache das genau das Gleiche mit der Bibel. Das ist so lächerlich. schlecht. Ja. Das soll jedem selbst überlassen. Die anderen können dann mit den anderen diskutieren. Keiner braucht sich das ja anzugucken oder anzugucken. Ja, das dachte ich so. Früher haben die Menschen wirklich nach der Wahrheit gesucht. Aber jetzt diese Zeit, die versuchen auch noch gegenseitig fertig zu machen. Also nicht in Wahrheit. Gegenseitig fertig zu machen, wenn die Muslime keine Streitschrift gegenüber uns Christen hätten. Der Islam behauptet ja Dinge, die utopisch sind. Verstehst du? Die behaupten, dass die Bibel verfälscht wäre, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Also ein kompletter Angriff der Bibel. Das ist... Sollen die Christen jetzt schweigen oder was? Oder sollen wir das einfach hinnehmen? Nein, man muss dann aufklären. Aber jetzt so... Ah, sehr gut. Dann muss man aufklären. Wenn man auch aufklärt und Beweise bringt, dann kann man nicht mal wieder danach, am nächsten Tag wieder die gleiche Sache erwähnen und wieder aussachen. Das bringt doch gar nichts. Das wurde schon geklärt, weißt du? Ja, okay. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Ja. Das war jetzt... Du hast mal, glaube ich, heute gesagt, irgendwie... Welche Surah war das? 53 Vers 1, glaube ich. Ja. Dass alle einen Hund hat. Aber ich habe das gelesen, da stand nichts von uns, sondern irgendwas... Habe ich dir noch gesagt? Was habe ich noch gesagt? Was ist das Thema nochmal, was ich gesagt habe? Ich weiß nicht, weil ich habe noch den jetzt zurück gehört. Ja, genau. Ich habe gesagt, Surah 53 Vers 1, Tafsir Al-Tabari. Wer erklärt dir, was es auf sich hat mit der Surah 53 Vers 1? Warte, 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 warte. Kannst du bitte erstmal den Vers nur einmal lesen, bitte? Ja, kann ich lesen. Ja, kann ich lesen. Nur den Vers lesen, ohne den Tafsir, bitte. Ja. Warum soll ich den einfach nur so lesen, ohne Tafsir? Weil ich will das erstmal so sehen, ob das überhaupt was bringt, den Tafsir zu lesen. Weil ich habe gelesen, dass es so ein kleiner... Nur was kurz geschrieben ist. Ja, genau. Bei dem Stern, wenn er singt. Genau. Aber was hat das jetzt mit Tun zu tun, wenn das steht bei dem Stern, der singt? Ich meine, da kann es unmöglich eine Aufklärung sein. Ja, das fragen wir uns auch. Deswegen müssen wir für das bessere Verständnis wieder reingehen in die Lektüre des Islams. Und zwar zu den Großgelehrten des Islams, um eine Erklärung zu bekommen. Okay, und was steht da auf Klärung? Also... Ja, das kannst du jetzt mal machen. Du kannst auf die Saudi-Arabische Seite gehen, koran-ksu.com Und dann bist du auf der offiziellen Seite von Saudi-Arabien. Dann liest du zum Beispiel den Tafsir von At-Tabari. Und er sagt uns, dass Allah einen Hund hat im Himmelreich. Da steht genau das Wort Hund. Ja, genau. Bei diesem Vers, bei den Sternen, der singt. Dieser Vers, da braucht gar nichts mit Hund oder irgendwelche Geschöpfung zu machen. Ja, ja. Kann nicht sein, also ganz ehrlich. Was soll ich dir sagen? Meinst du, ich bin hier und lüge die Leute an? Nein, ich erwähne nur Quellen. Ja, zeig mal mit Kamera. Ja, ich bin doch gerade am Fahren. Du kannst es doch machen. Ist doch kein Problem. Gib mal einfach 1,53 Vers 1 Tafsir At-Tabari. Gucken, ob Google das für dich da rausspuckt. Okay, das macht nichts. Und ich wollte noch was sagen. Der eine Typ war hier und hat, glaube ich, über einen bestimmten Hadith erwähnt. Und es ging um da, ich glaube, um seine Frau, wo die Frau über den Propheten Mohammed bin, beleidigt hat, provoziert hat und das tagelang. Und das gibt dem Mann die Berechtigung, ein Deutsch an ihren Bauch zu setzen und durchzudrücken, während das Kind und sie dann umgelegt wurden? Ich will dir erstmal was sagen. Ich habe den Hadith jetzt mal gelesen. Also da steht nirgendwo, oder der Prophet Mohammed, dass er dem gesagt hat, dass es gemacht werden soll erstmal. Das ist erstmal das Wichtigste. Da steht nirgendwo, dass man töten soll seine eigene Frau, sondern es wurde... Hat das jemand behauptet, was du gerade sagst? Oder sind wir entsetzt von die Reaktion von Mohammed? Was war denn die Reaktion? Warum bist du entsetzt? Erzähl mal. Oh Leute, oh Muslime, seid meine Zeugen. Für ihr Blut ist kein Geld zu bezahlen. Mit anderen Worten, kein Problem. Ihr Tod wird in Kauf genommen, weil sie mich geschmäht hat. Ist das okay? Okay. Wenn man über den Heiligen Geist lästert, steht auch irgendwas mit töten. Man sollte über den Töten... Ich bin mir sicher. Ich konvertiere heute zum Islam, wenn du mir ein Vers aus der Bibel nennst, wo man getötet werden soll, wenn man den Heiligen Geist lästert. Also wenn man den Heiligen Geist lästert, ist man der Antichrist. Und den Antichrist soll man töten. Wenn du schon hier reinkommst und sowas zitierst, dann erwarte ich ein Mindestmaß an Ahnung, dass du mal wenigstens irgendwas gelesen hast. Ja. Wenn man über den Heiligen Geist lästert, ist man der Antichrist. Ist das richtig? Nein. Wenn du über den Heiligen Geist lästert, ist die einzige Sünde dir der Herr dir nicht vergeben wird. Die Lästerung des Heiligen Geistes. Verstehst du? Ja, aber da steht doch, man ist ein Antichrist. Ja, im Endeffekt, natürlich bist du dann ein Antichrist. Und jetzt... Ja. Man sollte den Antichrist kämpfen. Nein. Dir wird einfach nur deine Sünde nicht vergeben. Das ist das einzige, was der Herr dir nicht vergeben wird. Die Lästerung des Heiligen Geistes. Ja, das interpretiert jeder Christ anders. Komisch. Ja. Es gibt Christinnen und es gibt Christen. Ja. Ja. Manche Christen sagen, der Messias wird kommen und sich gegen den Antichrist. Und Muslime. Genau. Es gibt Muslime, die den Koran ernst nehmen und auch die Kriegstexte in die Tat umsetzen. Und dann siehst du diese ganzen Organisationen, die im Namen Allahs, Fisabilillah, Suche 9, Vers 41, praktizieren und die Tat umsetzen. Suche 9, Vers 29, Suche 9, Vers 123, Suche 8, Vers 39 und und und. Ja. Steht auch in der Bibel. Steht auch in der Bibel. Sehr schön. Sehr schön. Also mein Nachbar, mein Nachbar hat gerade eine Frau vergehen und weil er das gemacht hat, gehe ich jetzt auch eine Frau vergehen. Ist das deine Argumentation? Nein. Ich habe gesagt, das ist normal. Warum sagst du das? Das ist doch Kindergarten, was du da machst. Nein. Nur weil das da zum Beispiel steht. Heißt das jetzt, dass das die Legitimation ist, dass man das jetzt auch machen kann oder was? Nein. Was ist das für ein Argument? Ich will damit sagen, dass du deinen Fingern nicht auf dem Koran zeigen kannst, weil das auch in der Bibel steht. Das meine ich doch. Nur weil es zum Beispiel dort steht, habe ich doch gerade als Beispiel genannt. Mein Nachbar hat gestern eine Frau vergehen. Und jetzt, weil er das getan hat, gehe ich das jetzt auch machen. Ist doch nicht schlimm. Ist doch kein Problem. Er hat es auch getan. So. Schau mal an, wie schwach sind die Sachen. Und im Koran steht auf der Keidigungsferse. Das steht jetzt keine Angriffsferse. Angriffsferse waren damals. Aber ehrlich. Was hättest du, wenn du von Zuge 9 bis 29 kämpfst und diejenigen will ich an Allah glauben. Ja, aber bis sie aufhören, die Jungs zu kämpfen. Hast du dich schon mal einmal in deinem Leben mit dem Islam beschäftigt, was es heißt? Dar al Hab und Dar al Islam. Ja, aber das geht um die Verteilung. Man soll nicht unschuldige Menschen töten. Unschuldige Menschen. Im Islam ist jeder schuldig vor Allah. Nein, guck mal, in der Scharia lebten auch Christen und Juden. Guck mal. Sogar in ISIS, ja, in der islamischen Staat, da lebten sogar auch Christen. Unter welchen Bedingungen? Unter der Scharia. Aber die lebten dort. Soll ich dir mal die Kondition aufzwingen, die Omar ibn al-Khatab den Christen aufgezwungen hat? Was der islamische Staat... Ich will damit nur sagen, dass man Christen und Juden, die friedlich leben möchten, nicht töten darf. Ja, aber wie sollte man sich dann behandeln? Soll ich dich dann genauso behandeln? Was ist das? Das ist ja genau der insichere Tod. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist noch schlimmer als Tod. Der Tod ist ja direkt und das war's dann. Aber die wollen dich nach und nach quälen. Ja, warte mal. Akzeptierst du das erstmal, was ich gesagt habe? Das musst du doch erstmal akzeptieren, bevor du auf den anderen Schritt gehst. Was soll ich denn? Die akzeptieren alles, was du gesagt hast, ist Nonsens und völliger Unsinn. Alles. Alles, weil du dich überhaupt gar nicht auskennst mit Islam. Okay, ich frage dich. Darf man in der Scharia die Christen und Juden, die nicht gegen den Islam bekämpfen, mit dem Munden und mit den Taten leben? Dürfen sie leben? Natürlich dürfen sie leben. Unter welchen Bedingungen? Okay, das heißt... Okay, das musst du erstmal akzeptieren, dass unschuldige Menschen nicht getötet werden dürfen. Ja, aber warte mal. Du hast aber vergessen, unter welchen Konditionen und Bedingungen dürfen sie am Leben bleiben. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ja ein anderes Thema. Das ist aber ein anderes Thema. Nein, das gehört mit zu diesem Thema. Juden und Christen dürfen in einem islamischen Staat leben unter den schlimmsten Bedingungen. Sie müssen den Dimmi-Status annehmen und dann gehören sie zu den Ahlul-Zimma. Sie müssen orangene Kleidung tragen, sich den Vorderkopf rasieren und... Nein, nein, nein. Sie müssen sich so bekleiden wie die Muslime. Ja, sie müssen sich so bekleiden wie die Muslime. Und die dürfen... Natürlich, sie dürfen genau das tragen, was die Muslime tragen. Was ist denn los mit dir, komm? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Warum lügst du dir selber in die Tasche, komm? Ist das nicht langsam lächerlich? Hast du schon mal was von dem Pakt von Omar gehört? Der Vertrag von Omar? Was denn? Suche 9 Vers 29 und die Kondition, die man einem Christen auferlegen muss, wenn man sein Land erobert hat? Habe ich nicht. Siehst du? Hast du mal Lust, das Ganze für uns zu zitieren? Jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte auch niemals Lust, sowas zu zitieren. Weil stell dir mal vor, in einer Mehrheitsgesellschaft, stell dir mal vor, die Leute, die hier leben, finden heraus, was deine Religion mit ihnen vorhat. Was meinst du, wie... Hätten sie Berechtigung, dich und deine Familie auseinanderzunehmen, wenn sie das herausfinden? Bestimmt, ne? Was? Hätten sie die Berechtigung, wenn sie den Vertrag von Omar lesen, was die Muslime versuchen, den Christen hier in diesem Land anzutun, hätten sie die Berechtigung, deine Familie und dich auseinanderzunehmen? Absolut. Schatten wir. Das ist die traurige Realität, was der Muslim nicht verstehen will. Er selber will es anderen antun, aber wenn man es ihm antut, ist er empört und weint. Verstehst du jetzt? Das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Ja komm, dann lies mal bitte den Vertrag von Omar ibn al-Khattab vor. Damit wir alle mal geschockt sind, was Islam ist. Die Muslime in Deutschland sind doch sehr friedlich, was willst du denn? Ja, aber stell dir mal vor, die Leute finden heraus, was der Omar in einem Vertrag... Die Muslime sind die Jugendlichen, die nicht den Islam praktizieren. Ja, Gott sei Dank sind die Jugendlichen nicht den Islam am praktizieren. Also die Wete und die Islam praktizieren sind die meisten, die Muslime in Deutschland, in Europa, sehr friedlich. Also, die haben schon den Islam verstanden. Ach, die haben schon den Islam verstanden. Ich glaube, die Leute hier in Europa haben den Islam falsch verstanden. Und die Leute in den islamischen Ländern haben den Islam richtig verstanden. Da wo der Islam dominant ist, siehst du den wahren Islam. Da wo der Islam in der Minderheit ist, sehen wir einen verwässerten, einen Takija-Islam. Kennen Sie das? Was? Meinst du in Saudi-Arabien? Unter anderem Saudi-Arabien, Sudan, Pakistan, Nigeria, Jemen, Irak... Aber Amerika arbeitet doch mit Saudi-Arabien zusammen. Okay, was? Saudi-Arabien an Saudi-Arabien machen die Mohammed nicht angewendete Art. Aber die tanzen, ob der Präsident... Bitte was? Also die Amerikaner gehen noch dahin, die tanzen mit den Saudi-Arabien... Unabhängig davon, ob sie sich mit Saudi-Arabien im Kreis drehen, die Amerikaner oder nicht. Was gibt es für Strafen im Islam, was Saudi-Arabien anwendet, was Mohammed nicht getan hat? Nehmen wir mal bitte einen. Darf man in Saudi-Arabien mit Bibel rumlaufen? Jetzt mal ehrlich. Darf man dort evangelisieren das, was die Muslime hier machen? Sollte man nicht. Darf ich Dauer machen? Darf ich Dauer machen in Saudi-Arabien? Sag mal ehrlich. Sollte man nicht, meiner Meinung nach. Sollte man nicht, aber darf ich das laut Islam? Darf ich die Menschen zu Jesus Christus einladen oder werde ich nackentherapiert? In der Türkei darfst du das zum Beispiel. Ist das Scharia oder was? Nein. Wir reden von einem Scharia-Staat. Wir reden nicht von einem Land, wo Bordelle sind. In der Türkei in Istanbul leben Millionen von Homos. In der Türkei hilft die Hoffnung mit Hand in Hand darum. Aber in Deutschland herrscht auch kein Christentum. Wenn hier ein Christentum herrschen würde, wäre der Islam auch verboten. Sei mal ehrlich. Ich wünschte, die Leute würden den Islam sofort verbieten. Aufgrund der Texte des Islams. Aber es wäre verboten. Ist das korrekt? Bitte? Wenn Christentum in Deutschland herrschen würde, dann wäre der Islam auch verboten. Ist das korrekt? Die Verbreitung. Nein. Nein, nein. Es wäre verboten. Es ist verboten, laut Christen die Falschheit zu verbreiten. Ja, okay. Aber man müsste die dann auffordern und sagen, hier geht sowas nicht an. Nein, ich will nur damit nur sagen, es ist okay. Also wie muss man das akzeptieren, wenn ihr das verbietet. Das ist ja okay. Das ist ja euer Land. Aber warum? Aber der Herr Jesus Christus hat uns hier sowas niemals aufgetragen, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus kam ja nicht, um irgendeine Politik zu gründen oder die Leute dazu aufzurufen, Verbote und Gebote einzuführen und sowas. Nein. Der Herr Jesus Christus hat den Menschen aus Gnade heraus das ewige Leben angeboten. Okay, das ist deine Interpretation. Okay, das ist dein Glauben. Das sind jetzt nicht die Mehrheit. Der Herr Jesus Christus hat in Matthäus 28, Vers 19 gesagt, dass man die Menschen evangelisieren sollte, das heißt im friedlichen Sinne. Der Apostel Paulus ist ja losgezogen und hat das Christentum friedlich verbreitet und zwar nicht mit dem Schwert, sondern nur durch Evangelisieren. Hat der eine nach der anderen Gemeinde gegründet, verstehst du? Aber das, was Mohammed und die Sahaba da gemacht haben, die haben ja den Islam durch das Schwert verbreitet. Warte, ich gehe gerade in die Dings rein. In den Tunneln, ich habe keinen Empfang. Ja. Also wie gesagt, im Christentum, wenn da Gesetze kommen würden, in Deutschland wäre es genau so, dass der Islam verboten wäre. Ja, das würdet ihr akzeptieren. Also ich weiß nicht, warum ihr dann so die Scharia taten würdet, das ist dann natürlich blöd. Hörst du mich? Ich höre dich deutlich. Hörst du mich? Ja. Also du siehst, dass das Christentum keinerlei Gesetze und politische Führung haben möchte. Das ist ja, die Leute, die hier leben, sind mehr Atheisten als Christen. Ja, ganz ehrlich, das ist jetzt deine jetzige, diese Zeit, deine moderne Ansicht. Aber damals gab es immer Gesetze, ja. In Ländern, Deutschland, in Europa, christliche Gesetze, wo es dann natürlich verboten war und andere Religionen. Und das war natürlich... Wofür steht denn eigentlich dein Name? Wofür steht denn eigentlich dein Name, dass du Quo Hai bist? Quo Hai? Nee, ich wusste nicht, wie ich mich nennen soll. Ich dachte, du bist so, du befürwortest das Hai sein. Was ist Hai? Meinst du... Ja, Hai, was gehört? Meinst du jetzt Dings nehmen oder was? Nee. Nee. Ja, genau. Nee, ich bin dagegen. Ja, du siehst, dass der Herr Jesus Christus weder ein politischer Führer war, noch versucht hat, irgendwie einen Staat zu gründen und die Menschen zu unterdrücken, so wie Mohammed das getan hat. Nein, nein. Jesus konnte es nicht. Da muss ich überreisen sagen. Ja, hast du recht. Nein, guck mal, Jesus steht auch in der Bibel, bringt den, der nicht möchte, dass ich König werde, der soll hingerichtet werden. Also, das zeigt einfach nur, dass Jesus in seiner Zeit nicht herrschen konnte. Ja, also, man hat versucht, ihn zu töten. Aber wenn er wieder kommen wird, dann wird er die Wahrheit dann verbreiten und die Falschheit entfernen. Damit bist du mit Sicherheit auch einverstanden, dass das auch so passieren wird. Kannst du mal bitte Lukas 19 richtig zitieren und das Gleichnis des Königs dann... Allah, ich sitze jetzt... Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie hier meinen Laptop aufzumachen. Das kann ich vielleicht nächstes machen. Also, du kannst ja nicht einfach irgendwas behaupten und dann einfach den Raum stehen lassen, ohne den Vers komplett von Anfang zu zitieren. Und dann siehst du, wie das einen ganz anderen Kontext ergibt. Was für ein Kontext das hat. Was ist das für eine Art und Weise, Mann? Ich habe eine Frage. Ich habe eine andere Frage. Nehmen wir an, ein Christ. Was? Ein geborener Christ. Ein geborener Christ, der jemanden vor Wut tötet, kann er wieder zurück umkehren zu Jesus? Ein Christ, der aus Wut jemanden tötet? Genau. Tötet, beleidigt, sündigt, jahrelang, dass er wieder zurückkehren möchte. Und was macht kein Christ? Es würde jemals aus Wut irgendwie jemanden töten, Mann. Der Herr macht aus dir eine neue Schöpfung. Ja, klar kannst du sündigen, aber du gehst nicht hin und mötest einfach jemanden aus Wut. Ist doch Quatsch. Doch, es gibt Christen natürlich Situationen, wo sowas passiert, wo die von Christentum abfallen und dann wieder zurückkehren. Du weißt, dass der ein Christ ist oder was? Oder wie machst du das? Meine Frage ist, ob Jesus Sünden vergeben kann in dieser Welt, dass er den wieder zurücknehmen kann. Ja, natürlich wird der Herr ihn vergeben. Aber wenn du auf einmal hingehst, wenn du jemanden ermordet hast und zum Beispiel dann Reue zeigst und Buße tust und das dann wieder tust, ja, was war das denn für eine Reue? Ja, warte mal. Das ist ja meine Frage. Wenn er jetzt den tötet und es bereut, werden seine Sünden vergeben durch das Tat? Das ist eine Frage, die man so nicht leicht beantwortet. Nein, das ist meine ehrliche Frage. Ich will das einfach nur verstehen, wie deine Reue das ist. Wenn du zum Beispiel zum Herrn Jesus Christus gekommen bist, sagt der Apostel Paulus, dass du einen neuen Geist empfängst. Und dieser Geist ist der Geist, der Heilige Geist. Und er wird überwinden. Und wenn du die Welt überwunden hast, dann wirst du weder jemanden töten noch irgendwie Schaden zufügen. Verstehst du? Also wie passt das? Ich verstehe. Deswegen frage ich dich ja. Wie passt das, dass jemand dann hingeht und jemanden dann ermordet? Okay, ich frage dich mal anders jetzt. Ein geborener Christ. Ja, ein geborener Christ. Du stimmst mir ja auch ein, dass Christen natürlich auch sünden können. Sünden können natürlich. Wir sind ja alle Menschen. Ja klar. Die Christen, die geborenen Christen, die sündigen, werden die Sünden auch vergeben, wenn die um Verzeihung bitten? Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christus ist ja für deine vergangenen, zukünftigen und gegenwärtigen Sünden gestorben. Aber er bittet so um Reue. Funktioniert das oder muss er nicht um Reue bitten? Du wirst einmal in deinem Leben um Reue bitten, das heißt Buße tun. Du wirst von Neuem geboren und empfängst den Heiligen Geist und bist versiegelt. Dann bist du in der Stellung, bist du vor Gott gerettet. Im Wandel bist du halt immer noch in diesem komischen, sündigen Körper gefangen. Das ist das ja. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7, nichts Gutes wohnt in meinem Fleisch. Die Sünde beherrscht mich. Das Gute, das ich eigentlich vollziehen will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Das ist das Problem an unserem sündigen Leib. Und der Apostel Paulus hatte ja selber zu kämpfen damit. Aber das heißt ja nicht, dass du hingehen sollst, wenn du Reue gezeigt hast und auf einmal Leute dann ermordest. Was ist das denn? Aber ist Jesus nicht der Barmherzige? Richtig. Sein Zorn bedeckt mit seiner Barmherzigkeit. Es kann aber auch sein, wenn du zum Beispiel aus dem Affekt heraus jemanden ermordet hast. Nicht, wenn du zum Beispiel einen Mord planst oder sowas. Kennst du? Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du aus Affekt heraus, aus einer Verteidigung her, irgendwie jemanden falsch erwischst und der auf einmal tödlich verunglückt und du dann Reue zeigst vor dem Herrn Jesus Christus. Oder die zweite Option wäre, wenn du auf einmal so hinterrückst, jemanden planst zu Nacketherapie oder was. Was würde er dann sein in dem Fall? Aber du musst erst mal verstehen, also töten auf gerechte Art ist nicht gleich Sünde. Ja, das war in Ordnung. Was für gerechte Art. Natürlich gerechte Art in Kriegszeiten zum Beispiel. Mal Alp. Mal Alp. Mal Alp. Mal Alp. Okay. Darf man ihn bei euch nicht verteidigen, sich verteidigen, wenn einer mit einem Messer auf die Vorte kommt? In einer Kriegszeit sogar? Ja, die Selbstverteidigung ist auch. Du musst dich doch verteidigen dann. Verstehst du was meine? Das ist die gerechte Verteidigung. Das ist die gerechte Verteidigung des Töten. Der Mensch wird im Affekt heraus, wird er immer sich schützend, also sich versuchen zu schützen. Ja, Karol, was dein Glauben eigentlich mit dem Kämpfen und so mit dem was in Koran steht eigentlich fast gleich ist. Nur ihr interpretiert das einfach nur ein bisschen anders. Ich danke dir. Ich muss mal ein paar Sachen in den Kommen. Wahnsinnig machen die mich hier. Die Muslime sind so cool. Die Muslime. Wahnsinnig machen die mich. Da sagt er, sei nicht so viel auf TikTok, ey. Hammer. Ich muss, ich muss diese ganzen Leute hier ein bisschen belehren. Ich muss denen ein wenig, ein wenig Belehrung bringen. Wenn man bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und Gott irgendwie mehr. Amen. 1 Johannes 4, 15. Sehr gut. Ah, mir hat die Toilette in der Karol sind es. Nein, nein, Leute. So, was haben wir denn hier? Hallo, gutes Segen. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ich meine, ich muss ja sagen, der 15-jährige Bub, der hat mich so ein bisschen an Hansi Junior erinnert. Ja, genau. Hast du gemerkt? Lass uns ausreden. Dass er total gehirngewaschen wurde von denen, ne? Total. Also ziemlich gleich geredet, ne? Ja. Eins, zwei, zwei. So kommst du aus Hansis Würmer da, oder was dann? Ja. Kennst du nicht das Lied? 15 Jahre, dunkles Haar. So stand er vor mir. Das ist heftig. Die werden schon so klein induktriniert, ja. Aber Gott sei Dank wird der noch nicht mit dem Dschihad induktriniert. Aber ja, da siehst du mal, wie krank das ist, ne? Ich möchte dir gerne ein Vers geben. Der ist mir vorhin, dem soll ich dir geben. Und zwar ist das 2. Timotheus 3, 12. Ja. Weißt du, welcher Vers das ist? Ne, lese uns bitte vor. Also, ähm... Ich kann dir nicht 100% wiedergeben, aber auf jeden Fall sagt der Vers, wenn du Jesus nachfolgst und wenn du so wie er lebst, dann musst du mit Verfolgung rechnen. Ja, ja, ja. Den kenne ich den Vers, ja. Wer Christus nachfolgt, der muss auch damit rechnen, verfolgt zu werden, ja. Ganz genau, genau. Und du lebst das ja jeden Tag, ne? Und ja, wir danken dir auf jeden Fall für deine Arbeit und Gottes Segen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja, dann wünschst du doch einen schönen Nachmittag. Lass dich nicht ärgern von Hansi Junior Co... Hansi Junior! Vielleicht war das der Sohn von ihm, keine Ahnung. Ne, der Sohn von ihm hat die Schnauze voll von Islam. Hat man schon gemerkt. Guck mal, hier steht ein Tweening! Hör auf jetzt so, ne? Hast du das gehört, als der Sohn drinnen war? Natürlich, klar. Ich hab, ne, ich konnte nicht mehr. Da hat der Sohn schon wieder zugeschlagen, ne? Aber immerhin muss Hansi immer auch lachen, ne? Der hatte auch Spaß an Lachen, ne? Das hat er wohl. Ja, ja. Aber andere macht er dafür an, ne? Guck dir das mal bitte an, was für ein Heuschler das ist. Andere macht er dafür an, dass sie mit mir lachen. Aber selber lacht er und schenkt mit mir. Guck dir das mal bitte an. Guck dir mal drauf an, wer das macht, weißt du doch, ne? Also diese Doppelmoral von dem, ne? Das ist so zum Kotzen, ne? Ja. Naja, egal. Danke dir, Sascha. Gott segne dich. Danke dir, gutes Segen. Genau. Hansi Junior. Hansi Junior! Hallo. 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 Komm zum Islam. Jesus ist Satan. Scheiß auf Jesus. Komm zum Islam. Guck mal, wie der Imam Metti seine Stimme festhält. Der Geist ist krank. Guck mal. Hey, komm zum Islam. Du lügst doch nur. Du lügst doch nur. Das steht doch gar nicht im Koran, was du sagst. Nur was der Koran sagt zählt. Imam Metti, du verrückter Mann. Jesus ist Satan. Scheiß auf Jesus. Jesus ist doch Junkie. Guck mal, wie dein Jesus aussieht. Hey. Raus. Hahahaha. 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 Das ist der Typ, der gesagt hat, ja. Sechsjährige, Dreijährige, alles superschön. Das ist, das macht Spaß. Ekel Mensch. Hallo, schönen Abend. Gottes Segen. Hallo mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich hätte mal eine Frage gehabt. Ja. Ähm, kannst du mir so den Unterschied erklären, was zwischen Katholiken und Orthodoxen ist? Da musst du die Katholiken und Orthodoxen fragen, mein lieber. Ja, aber du bist doch hier der Profi, der sich hier auskennt. Ne, ich kenn mich nur mit Kamelurin aus. Kamelurin, kann man das trinken? Ne, wie man das herstellt, um das den Muslimen zu verkaufen. Oh. Ja. Okay. Ja, wenn du wissen willst, wenn du darüber wissen willst, also was die Katholiken und Orthodoxen da machen, das weiß ich nicht. Aber Kamelurin kann ich dir auf jeden Fall erklären, wie das, wie man das so herstellt und das den Muslimen verkauft. Kannst du mir das mal erklären, also ich hör das gerade wirklich überall, Kamelurin, Karuinurin, was hat das auf sich? Ja, das hat das auf sich, dass du durch Kamelurin geheilt wirst, also das kannst du mit Krankheiten heilen, sagt der Mohamed. Denkst du das auch? Äh, wie bitte? Ich hab's nicht gehört, also ich war kurz weg. Ja, Kamelurin, sagt der Mohamed, dass es zur Heilung dient. Bist du damit einverstanden? Zur Heilung? Ja, wenn das so ist, dann ist das so, oder nicht? Ehrlich? Ja, ich sag ja. Ja, ist das ja gesperrt? Ja, ja, ich wurde gerade gesperrt. Ist ja nicht schön. Ich hab ja einen anderen Account zugelegt und noch einen anderen Account. Dr. Sheik, aber man muss viele Accounts machen. Äh, Sheik, ich hab eine Frage, ähm, jetzt. Ich glaub, TikTok hat dich gesperrt wegen dem Kamelurin, kann das sein? Ja, kann auch sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schade. Äh, ich wollte noch was anderes fragen. Wann wirst du Muslim? Äh, nächste Woche in 375 Millionen Jahren. Ha, 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 ha. Oha, okay. Nein, ich kehre nie wieder zurück zum Islam. Der Islam ist ein Schwindel, eine Lüge. Allah klaut seine Verse von einem jüdischen Rabbiner. Allah hat historische Fehler im Koran. Der Koran hat einen sehr, sehr fehlerhaften Text, den er überhaupt nie wieder gut machen kann. Der Koran wurde von zwei Lügnern und Betrügern überliefert. Und Mohammed stand unter Illusionen und, ja, kann man nicht vertrauen dieser Religion. Absolut nicht. Okay. Ähm, hast du mal davon gehört, dass es mal so ein altes Manuskript gefunden wurde von der Bibel, was halt sehr, sehr vom zweiten Jahrhundert irgendwie ist? Hast du mal davon gehört? Nein, ich habe nur von den Qumran-Rollen gefunden, äh, von den Qumran-Rollen, äh, gehört und gelesen und eindeutig bestätigt bekommen, dass die Bibel authentisch ist und die Datierung auf 200 vor Christus. Und, ähm, ich hatte ja letztens ja deine Diskussion gesehen, sage ich mal, mit Islam, Bayern und Anas Islam. Äh, was ich da nicht verstanden habe, ist, äh, wolltet ihr da irgendwie eine Debatte finden oder was, äh, war das so kurz am Ende mit der Eskalation? Naja, der Anas Islam, der will die ganze Zeit sich mit mir treffen, aber ich habe keinen Bock, mich mit dem zu treffen. Wenn es den nur um eine Diskussion geht, dann kannst du ja auch hier mit mir führen, hier auf TikTok, ist doch kein Problem. Nein, der will daraus so ein riesen Ding machen und der sucht total Aufmerksamkeit, klickgeiler Typ, so, weißt du, so einer ist das? Hm, ja, ich weiß, also das ist ja jetzt fast ein Jahr her und der fordert dich ja immer heraus und dann dachte ich mir so, ja, warum sagst du nicht einfach? Wenn jemand das wirklich ernst meint und wenn jemand Lust auf ein Gespräch hat, wo ist denn das Problem, dass er hier so reinkommt oder ich gehe bei ihm rein, wo ist das Problem? Du siehst doch, dass er auch mit anderen die ganze Zeit online redet, siehst du? Äh, ja, aber ich glaube, der wollte halt irgendwie was persönlich machen, was du auch mit vielen anderen gemacht hast, wie mit einem Irrfahrt. Warum mit mir? Warum mit mir? Warum? Du hast ja gesehen, wie hinterher dich der Typ ist. Boah, ich weiß das nicht, ich hab jetzt... Ist das eine schöne Art von so einem Muslim, sowas zu tun? Wenn er eine andere auf sich hat, natürlich nicht. Du musst dir mal vorstellen, der ist bereit Geld zu nehmen, für Fragen zu beantworten. Stell dir mal vor, du hast mir jetzt 5, 6 Fragen gestellt. Eigentlich schuldest du mir jetzt locker 20, 30 Euro. Er hat da... Das ist doch in Discord oder wo war das? 4 Euro pro Frage. Ja, genau. Und jetzt musst du mir laut Anas auch mal 30 Euro rüber spenden hier. Äh, ich schick dir da mal einen Löwen rüber. Ein Lion King. Ja. Ja, was ich sagen will, das ist einfach nur Betrug. Diese Leute geht es nur um Reichweite, Aufmerksamkeit. Ja, an denen geht es nicht um die Wahrheit. Genau. Denn die Leute haben die Botschaft schon gehört. Und sie wissen ganz genau, dass Mohammed niemals ein Prophet war. Anhand ihrer eigenen Quellen und ihrer eigenen Schriften kann es das beweisen, dass Mohammed niemals ein Prophet war. Ob sie es akzeptieren, ist die eine andere Sache. Aber es befindet sich in ihren Schriften. Er ist als falscher Prophet gestorben. Er wurde von einer Jüdin vergiftet. Da... Wo steht das? Im Koran oder wie? Ja, in Zuche 69, Vers 44. 69, Vers... Okay, okay, okay. Ja, in Kombination mit Sahi Bukhari, 44, 28. Ja, was ich nur zuletzt noch wissen wollte, ist... Du bist ja auch schon sehr, sehr lange, sage ich mal, unterwegs mit dem Thema Islam. Also wie lange beschäftigst du dich jetzt damit? Also so... Du hast ja auch immer so Videos gemacht, so Livestings auf YouTube. Aber ich beschäftige mich schon Jahre damit. Okay, interessant. Hast du dir denn selber Gedanken um deine Ewigkeit gemacht? Um meine Ewigkeit? Ja, du siehst doch, was der Allah dir dafür spricht, was für ein Bordellhimmel. Was ist das? Ja, ist das im Christentum nicht genauso? Nee, der Jesus Christus wird uns wunderschön machen wie die Engel im Himmel. Wir werden also rein und weiße Bekleidung kriegen und wunderschön gemacht werden wie die Engel im Himmel. Da wird es nicht sowas geben wie Hoodies und 72 Frauen mit erregierten Dauerpalmen, Pienjes und Riesenhintern. Du hast es nicht gesehen, ne? Okay, 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 okay. Was ist denn heiliger vor Gott? Dass wir im Einklang mit ihm zusammen leben oder dass wir dort oben Playboy-Menschen haben? Ja, dass wir halt mit Gott sind. Ist doch so, oder? Sehr gut. Du siehst, also anhand dieses kleinen Beispiels sehen wir schon, was der Gott des Islams dort für den irdischen Quatsch verspricht und was der Gott der Bibel für eine geistliche, wundervolle Versprechen ergibt. Dass wir so wunderschön gemacht werden, dass wir in Einklang mit Gott leben, dass wir seine wunderschönen Gottesdienste betrachten. Und für alle Ewigkeiten, da wo er ist, werden wir auch sein. Ist das nicht wunderschön? Ja, verstehe, was du meinst. Stell dir mal vor, du musst deiner Mutter das erklären, was der Gott des Islams da von sich gibt. Weißt du, Mama ist nicht empört, wenn die auf einmal hört, dass ihr Sohn 72 Jungfrauen bekommt, einen immer erigierten Dauerpalmen, PENIS, und der ist damit beschäftigt, Jungfernhäutschen zu zerbomben und sowas. Was ist das bitte, Mann? Äh... Fällt man das nicht so in Frage? Wie bitte? Fällt man das nicht so in Frage und sagt, ey, ich glaube, das ist der Teufel, der mir sowas verspricht. Also ich geh davon aus, dass du nur lügst. Ja, aber ich kann's dir ja beweisen. Ja, ich lehne das ab. Okay. Sehr gut. Immer ab. Immer schön ablehnen. So will ich dich haben. Alles, was auf einmal unangenehm wird, direkt ablehnen. Was? Ah, lehne ich ab. Ah, das lehne ich auch ab. Ah, Zeitbock. Ah, das lehne ich auch wieder ab. Nee, stimmt nicht. Ach so, siehst du doch. Ich hab dich gestern auf der Straße gesehen. Ja? Ja, ich wollte dich ansprechen, aber du bist direkt gegangen. Ich bin direkt gegangen, natürlich, klar. Ja. Sehr gut. Immer ablehnen, lügen. Das ist so typisch Islam. Komm, raus. Raus. Hallo, Amir. Hallo, Hasan. Wie geht's dir? Wie geht's gut, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Wie war dein Tag zu, wenn ich fragen darf? Mein Tag? Ja. Ja, bis jetzt gut, aber der kann jetzt noch besser werden, dank dir. Ähm, ja, okay, dann will ich dir den Tag nicht versauen. Okay. Dankeschön, das aber nicht. Legen wir mal los, Amir. Aber ich dachte, du willst ja den Tag nicht versauen. Das fängt aber an. Ich will dir, ich will dir, ich will dir doch, ich will dir doch, äh, den Tag ein bisschen besser machen. Du hast gesagt, ich will dir den Tag nicht versauen. Das heißt, wenn du anfängst zu reden, dann wird er versaut werden. Ja, also, also, ich will dir den nicht versauen. Ja, deswegen, deswegen sollst du nicht reden. Warum soll ich mit, warum soll ich nicht reden, hä? Ja, du, sonst versaust ja meinen Tag, wenn du anfängst zu reden. Okay, Amir, ähm, guck mal, ne? Ich hab ne Frage, okay? Ehrlich, das kostet aber vier Euro. Mann, ich, bist du Anas Islam ins Geheim? Ja, ich will, ich, weil die Leute lieben ja Anas. Und die finden den total spitze, den Typen. Also mach ich genau das, was er auch macht, damit die Leute mich dann auch so lieben wie ihn. Ich nehm auch vier Euro pro Frage. Ja, okay, dann überweich die mal später vier Euro. Nee, jetzt, bevor du das nicht gibst, kann ich ja nicht aktiviert werden. Also jetzt bitte schon mal vier Euro per Paypal und dann so ein Geschenk rein sind. Dann bin ich aktiviert. Wie bitte? Ja, ich kann besser, ich kann besser reagieren, wenn du jetzt ein fettes Geschenk rein sendest. Dann kann ich besser die Fragen beantworten. Guck mal, ich bin dir ehrlich, ich hab gar keine Coins, sonst würde ich dir ein Geschenk senden. Nein, ich mach nur Spaß, Mann. Ich will dir nur damit sagen, dass diese Leute absolute Betrüger sind, Mann. Komm. Okay. Ähm, guck mal, warte. Was soll ich erst mal fragen? Ich hab ne ernsthafte Frage, guck. Warum, ähm, die Trinität gibt's ja, Heiliger Geist, Vater und, äh, Sohn. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, okay. Aber, ähm, ich will jetzt keinen angreifen. Guck. Ähm, ich frag, Jesus hat ja gesagt, auch in der Bibel, ich bin Gott und kein Einziger. Wieso hat er dann alle so aus der Trinität ausgeschlossen? Nein, der Herr Jesus Christus erwähnt doch die Trinität in Matthäus 28, 19. Lies mal bitte vor. Ähm, eine Sekunde, ich hol kurz was. Ja. Eine Sekunde, ich hol den Waus, ich hol den ein bisschen. Eine Sekunde, eine Sekunde, ich muss kurz ein Ladekabel machen. Ein Nadelkamel. Ein Nadelkamel. Nein, ein Ladekabel. Ein Nadelkamel. Aber ich hab grad, äh, Kamelurin getrunken ein bisschen. Kamelurin hast du getrunken? Ja, an mir. Sehr gut. Also, wie schmeckt das? Der Asis-Katz, das schmeckt wundervoll. Ja, ich musste meine Medikamenten nehmen, deswegen hab ich Kamelurin. Achso, du hast Kamelurin in Tablettenform genommen, achso, okay. Ja, ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ähm, könntest du mir den Bibelfers nochmal sagen, bitte? Matthäus 28, 19. Matthäus, äh, 28, 19. Hast du auch gezogen oder was gerade? Nein, nein, ich bin ein bisschen krank, deswegen. Ich kann grad sagen, du hast irgendwie... Nein, ich bin ein bisschen krank, Entschuldige. 28, 19. Ja, okay. Ähm, Momentchen. Warum geht's hin und lehrt alle Völker? Tauft sie auf den Namen des Vaters und dem Sohnen und den Heiligen Geisten. Ah, ich kenn das. Auf den Namen, auf den einen Namen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Siehst du? Ähm, wenn du es weißt, äh, warum gibt es denn so die Trinität? So, Heiliger Geist und so weiter. Was macht denn der Heilige Geist so mit dir? Der Heilige Geist ist die ausführende Kraft. Und er selber spricht auch in der Bibel. Willst du das sehen? Wie bitte? Der Heilige Geist spricht auch in der Bibel und gibt Befehle. Willst du das sehen? Ja, ich will es sehen. Dann schlag mal Apostelgeschichte 13, 2 auf. Lies uns mal vor. Okay. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Ja. Ja. Ja, okay. Ach nein, ich hab aus. Ja. Vers 2. Lies ab Vers 1. Ja, okay. Es waren aber in Antio... 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 Antiochia. Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt. Oh nein, ich will das nicht sagen, ich bin gesperrt. Und Luzios von Kirino und Merlinian oder mit den Landesfürsten Herodes erzogen worden war. Und Saulus, 2. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondern mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ah, ist der Heilige Geist selber Gott, der Befehle gibt. Da fasteten sie und beteten und denken... Oh, ich glaube die Muslime haben nie die Bibel gelesen, oder? Wie bitte? Ich glaube die Muslime haben ein riesen Problem, weil sie nie die Bibel gelesen haben, ne? Der Heilige Geist spricht und gibt Befehle. Mmh... Houston, we have a problem! Houston, we have a problem! Äh... Könnt... äh... Hi, Amir... Amir... Ja? Könntest du bitte die Leute in den Kommentaren sagen, dass sie mich nicht auslachen sollen, oder so? Nein, die lachen über mich, über meine Faxereien, die ich mache, nicht wegen dir. Die lachen mich aus und so weiter, ich will das nicht. Hör auf jetzt ein auf Dings zu machen. Mach nicht ein auf Opferrolle einzunehmen und diese komische Stimme noch anzuwenden. Mach keinen Unsinn hier mein Kleiner. Aber ich beleidige dich. Sei einfach ganz locker und sei gut drauf und dann werde ich dir schon antworten, so gut ich kann, aus dem Heiligen Geist. Ich bin noch so gut zu dir. Und auch ne Frage, äh... Noch ne Frage, guck... Ähm... Ich will gar kein Angreifen auch und so, ne? Alle die ich... Alle Fragen die ich stelle, ich will nicht die Bibel oder so den Christentum so als irgendwas anderes zu bezeichnen. Ich will nur eine ganz normale Frage stellen, okay? Und jetzt... 4. Mose 31, 18, okay? Aha. Da steht ja... Äh... 1 Sekunde, ich muss das selber aufschlagen, ich vergesse, was da steht genau. Ja, ne? Mh... 4. Mose 31, 18, 18... Ja, 1 Sekunde... Ja. Noch... 18, 18, 18... Aber alle Mädchen, die noch nicht bei einem Mann gelegen haben, die das vor euch leben, okay? Ja. Aber auch die... Äh... Also die Rabbiner im Temmul von... Haben ja gesagt, das ist ja um drei Jahre und äh... Ein Tag lange Frauen da, also... Drei Jahre und ein Tag. Was ein... Was ein wahnsinniger Rabbiner sagt, interessiert mich null. Ja. Stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, äh... Du bist sunnitischer Muslim, ne? Ja. Äh... Ein schiitischer Schech hat gesagt, man darf äh... Laut diesem Vers so und so mit Frauen machen. Würdest du das akzeptieren oder würdest du sagen, was interessiert mich, was ein Schiite über die Schrift sagt? Ja... Ne? Ja... Oder akzeptierst du das, was die Schiiten sagen? Nein. Siehst du. Mach den Schiiten doch. Du warst doch selber Schiite, oder? Ich will dir nur ein Beispiel nennen. Ich will dir nur sagen, was du da gerade machst, ist ja totaler Nonsens. Welcher Christ der Welt akzeptiert einfach so einen Kommentar von irgendeinem Rabbiner, der Unsinn erzählt oder was falsch reininterpretiert? Ja... Äh... Und... Wie heißt er nochmal? Ähm... Als du in der Zeit... Äh... Als du Muslim warst, ne? Ja. Darf ich ein paar Fragen stellen? Darüber? Bist du sogar ganz offen? Ja, das kostet dich aber 80 Euro. Ja... Das sind viel zu viele Fragen, die du gestellt hast. Das wird teuer für dich, Hassan. Ja... Aber ist nicht schlimm. Ich hab heute Sonderangebot. Heute kriegst du es umsonst. Ja, geil. Heute Sonderangebot für dich, aber nur für dich. Danke, Amir. Ja, siehst du? So bin ich. Ähm... Du bist Freikirschler, oder? Weder noch, nein. Aber ich wüsste gar nicht. Ein wiedergeborener Kind Gottes. Ein wiedergeborener Kind Gottes. Genau. Wir wissen nochmal. Warum... Ich hab hier so mitbekommen, die Kirchenväter haben irgendwie gemeint, dass Maria zwölf war und Josef neunzig. Ja, da müssen sie das anhand der Schrift beweisen. Steht das in der Schrift, dass Maria zwölf war? Weiß ich. Die Kirchenväter haben... Siehst du, wir haben keine Altersangabe in der Bibel. Aber wir haben Altersangabe, wie alt Aisha war. Ja... Was hältst du denn davon? Sie war neun, ja. Sie war sechs? Ja, dann war die sechs. Ja, ist das schön, so ein Vorbild zu haben. Die Muslime... Du musst dir mal vorstellen, Hasan. Du musst dir mal vorstellen, Hasan. Die Muslime sind empört über das, was die katholischen Priestern so Kindern antun, ne? Mit Ferge, du weißt schon. Aber haben kein Problem, dass ihr eigener Gott in Suche 65 Vers 4 sagt, dass man so Kleinstkinder heiraten darf. Dass man Schenke-Fäcker mit ihnen praktizieren kann. Und dass man sie berühren kann, anfassen kann und küssen kann und alles mögliche. 65 Vers 4. Ja. Eine Sekunde, ich will mal nachschauen. Ja. Abi. Abi. 65 Vers 4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Warte seit drei Monaten. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie wieder niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Und wer Allah fürchtet, den schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Ja. Wer sind denn die sogenannten Frauen, die noch nie ihre Menstruation erreicht haben? Was meinst du? Einen Sekunde, ich muss noch mal. Ja, da werden ja drei Kategorien von Frauen erwähnt. Ich muss erst mal noch mal lesen, weil ich bin so ein Typ, wenn ich das noch mal lese, kann ich das besser so verstehen, weißt du? Und wenn du Leute nach vorne und bei mir erwarten. Wenn du in der Träger seid, sind ihre Warte seit drei Monaten. Diesejenigen, die noch immer mit dem Flugzeug haben, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie wieder niederkommen, als sie mussten im Leibern tragen. Ich habe mich, ich habe immer eine Gegenheit. Mach mich voll auf rein und wenn ich vor den, hier ... Hassan al-Jezeri. Du bist Algerier? Ja. Ja. Jezeri? Jezeri. Ja. Jezeri. Ja. ja ich hab den vers gelesen was soll ich davon halten möchtest du das bessere verständnis für den vers haben dann musst du den tafsir aufschlagen dann schlag mal tafsir ebn kathir auf oder al-kurtu viyatabadi ajalain egal welchen du willst ich habe gerade kein tafsir bei mir ja du kannst ja googeln und googelst ja schon die ganze zeit schon ja mach ich auch hi hi ja dann mach mal tafsir ebn kathir surah 65 vers 4 so ich kann kein englisch dicker ich mach mal kurz ibn kathir da steht es ich höre dich ich höre dich ja ok google übersetzer die edda derjenigen in dem wechseljahr und derjenigen die keine misurjahr und alle die haben erklärt die warte zeit der frauen in dem wechseljahr und das ist diejenige deren misurjahr ausgeliehen ist der betrieb drei monate ich hatte drei monate für die jenigen die misurjahr passierte das gleiche gilt für die jungen die das misurjahr gerettet aber drei monate in den wechseljahr das ist die bedeutung des wortes ich habe keine kurse kannst du mal lauter vorlesen ok die edda derjenigen in den wechseljahren und derjenigen die keine menstruation haben allah der ahabene erklärt die wartezeit der frauen in den wechseljahren und das ist derjenige deren menstruation aufgrund ihres höheren alters ausgeblieben ist du weißt ja die frauen die älter sind kriegen können jetzt kommt die erste kategorie jetzt weiter ihre inter betrieb drei monate also von den statt der dreimonatigen zyklen für diejenigen die mit mit ihren was da ja so da basiert sie jetzt mache ich gleich das gleiche gilt für die jungen die das mit relation ja noch nicht erreicht haben ist es handelt sich also doch um kleine kinder drei monate wie in den wechseljahren das ist die bedeutung seines wortes und wenigen die keine kurse haben was ein wort betrifft wenn sie zweifel haben es gibt zwei meinungen erstes hat erstens handelt es sich um die aussage einer gruppe der sellef im budget und eben seid das heißt wenn sie blut sehen und zweifel beschämt ob es sich um eine menstruation blut handelt handelte oder nicht zweitens wenn sie das urteil in diesem fall nicht kennen dann wissen sie dass ihre idda drei monate beträgt dies wurde von saad ibn jubayr berichtet und ist es von ist die von ibn jarir bevorzugte ansicht und dass ihre das ist die offensicht ihre bedeutung dieser ansicht wird durch die überlieferung von obay ibn kaab gestützt der gesandte der sagte o allahs gesunde einige frauen wollen im koran nicht erwähnt die jungen die alten und die schwangeren allah da haben und die erde schickte diese alle herab ja okay bist du man darf also im islam unter der scharia und allahs worte gesetzt darf man ein baby heiraten es gibt gar kein heiratsalter im islam du musst halt nur warten bis diese frau menstruiert das schema vor das kind menstruiert mit drei jahren oder vier jahren oder fünf jahren oder was auch immer dann sieht der muslim sie als seine frau und dann wird er da drüber gehen das ist geisteskrank man das ist satanismus ist das man das ist kein satanismus brauch was das für eine religion man wie bitte was das für eine religion hassan das ist eine schöne religion mit frieden oder was und jemand friedlich ist für dich keine ein baby dass ihr nicht ein baby eine frau die ihre menstruation hat oder ein mädchen ist sie für dich nicht in der pubertät sei mir ehrlich so heilige du würdest machen natürlich ich bin ich bin mit ich bin die mit respekt entgegen gekommen wasser ist das kann also kinder in kinder ehe so rechtfertigen würde ich für dich in der pubertät wenn sie ihre tage wenn ein kind für dich jetzt zum beispiel ein neun jahren also so menstruiert und da ist überhaupt nichts dran du würdest dass wir es mit dem kind machen keine sechs die jahre so warum warum machst du das dann warum das erzählst du denn da aber ich jetzt bin ich noch lange nicht dass man sie auch ich will nur wissen ob das ob die für dich nicht in die in der pubertät ist wenn sie mit menstruiert oder wenn ich jetzt mit neun jahren meine erste mit ersten tropfen bekomme wenn ich nicht für dich in der pubertät dann bin ich kein mann das eine hat mit dem anderen noch nicht zu tun bist du bist doch noch lange nicht geschlechtsreif für verkehrmann bist du krank oder was hast du mit in der pubertät hast du hast du einen durchgezogen oder was eine kleine schwester die jetzt neun jahre alt ist und dann auf einmal menstruiert würdest du es das herz bringen sie irgendjemanden zu geben weil du jetzt denkst dass sie eine frau ist ja du würdest das machen siehst du siehst du deine kacke geht nicht auf was ist bloß los mit dir mann ey krank ey amir scheich amir ja wie alt war denn Aisha sechs jahre alt würdest du ein sechsjähriges Kind heiraten aber nicht in der also als sie geheiratet haben war die aber war die neun jahre alt bro hallo warte ich muss kurz was machen ja ok ich warte mal loja sechs oder neun macht der witze siehne ähm hassen rebekka war drei hallo hab ich noch nie gedacht rebekka war drei ja brother was hast du genommen anastasia bitte bedeck dich mal loja erste chroniker vers 6 wo muss ich fahren ja gleich mein auto steht vorher schon mein mercedes ben steht vor meiner tür ja in meiner einfahrt warum stummt der mich du bist auch stumm amir bitte dich entstummt ich hab dich gestummt weil ich keinen bock hatte dass du die ganze zeit weiterredest das hat mich genervt bist du jetzt zu hause angekommen ich bin zu hause angekommen ja wo warst du denn wenn ich fragen darf was interessiert dich das denn vielleicht warst du so irgendwas in frau daten oder so was sagen komm guck mal ich will dir eine ernsthafte frage stellen eine ernsthafte ok guck in erster chroniker 6 steht ähm das eine frau sich bedecken soll wenn sie das nicht macht sollte sie sich an die klasse was um erster chroniker 5 steht dass eine frau sich bedecken sollte Wenn sie das nicht macht, sollte sie sich in die Klasse schneiden Danke Erste Chroniker Du meinst Erste Korinther, was für Erste Chroniker, Mann Warte mal, warte mal, eine Sekunde Erste Korinther Warte, eine Sekunde Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt Ja, 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 doch, Erste Korinther, Entschuldigung Ja, Erste Korinther, Entschuldigung Ja, das ist Gemeindeordnung Und damit meint der Apostel Paulus nicht, dass man ihr die Haare abschneiden soll Oder muss, genau, muss Du musst einfach nur weiter Guck mal hier, bei der Vers auf einmal, was für einen Sinn der ergeben Guck dir das mal an, Erste Korinther, Kapitel 6, ne? Ja Was hast du gesagt, Erste Korinther? Erste Korinther, Kapitel 6 Nein, Kapitel, Erste Korinther, Kapitel Kapitel 6 Dann kapitel 6 Du nicht! Warum? Amir! Ich, du nicht! Ich würde auch ein bisschen so na 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 machen! Dann bin ich komplett raus, okay? Nein, danach kostet dich das noch ein bisschen was Ja, ich Da steht in Korinther 11 Was leibst du? 6 Ja, stimmt, er hat recht Erst Korinther 11 Hier Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt Und an den Überlieferungen festhaltet So wie ich sie euch übergeben habe Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist Der Mann aber das Haupt der Frau Gott aber das Haupt des Christus Jeder Mann, der betet oder weiß, sagt Und etwas auf seinem Haupt hat Schändet sein Haupt Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet Oder weiß, sagt, schändet ihr Haupt Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre, siehst du? Nicht mal soll ihr die Haare abschneiden Wenn sie ihre Haare zeigen, bitte Unbedeckt, dann ist es so, als hätte man ihr die Haare abgasiert So Schändlichkeiten, verstehst du? Okay Schau mal her Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet Oder weiß, sagt, schändet ihr Haupt Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre Denn wenn sie eine Frau nicht bedecken will So sollt ihr auch die Haare abgeschnitten werden Wenn es aber für eine Frau schändlich ist Sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen So soll sie sich bedecken Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken Weil er Gottes Bild und Ehre ist Die Frau aber ist die Ehre des Mannes Denn der Mann kommt nicht von der Frau Sondern die Frau vom Mann Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen Sondern die Frau um des Mannes willen Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf ihrem Haupt haben Um der Engel willen Doch ist im Herrn Weder der Mann Guck mal her Doch ist in dem Herrn Weder der Mann Ohne die Frau Noch die Frau ohne den Mann Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt So auch der Mann durch die Frau Aber alles kommt von Gott Urteilt bei euch selbst Ob es schicklich ist Dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet Oder lehrt euch nicht schon die Natur Dass es für einen Mann eine Unehre ist Langes Haar zu tragen Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre Wenn sie langes Haar trägt Denn das lange Haar ist dir anstelle des Schleiers gegeben Wenn aber jemand Rechthaberig sein will Wir haben eine solche Gewohnheit nicht Die Gemeinden Gottes auf Weißt du was für ein Sinn das ergibt? Ja Okay Okay Du hast Okay Habe ich verstanden Hast du schon dran was der Apostel Paulus da sagt Ja Gut Okay In Sirach 26,25 steht ja auch Dass eine unverschämte Frau ein Hund ist Ein Hund Eine Hündin oder ein Hund So was sagst du jetzt dazu? Was? Wo? Wie? Sirach 26,25 Eine unverschämte Frau Sirach? Was ist Sirach? Sirach 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 Du meinst Sirach Diese scharfe Soße meinst du? Sirach S-I-R-A-C-H 26,25 Das ist links Das ist Apokryphen sind das Bitte? Das sind Apokryphen Das ist nicht Nicht In der Heiligen Bibel zu finden Das sind Apokryphen Was ist das Apokryphen? Ja das sind Außerbiblische Nicht inspiriertes Wort Gottes Warum steht das dann da? In der Luther Bibel? Ja in der Luther Bibel Ich akzeptiere keine Luther Bibel Wow Okay Bist du eigentlich noch Moslem oder nicht? Weil du bist hier so mit deinem Salafistenbart und so Nein Mach's Ich komm jetzt sofort wieder Schon wieder Oslomar Kurdi Ex-Muslim? Warte kurz Boah Du bist doch Dings ne? Iraner Mhm Ja Es ist richtig große Ehre Mit dir zu reden Das ist heftig Ich hab nicht gedacht Ich drangenommen werde Warum soll das denn eine Ehre sein Mit mir zu reden? Ich will dir danken Mein guter Weil ich bin Jeside Bruder Was der Islam mit uns gemacht hat Ist barbarisch Was sagst du dazu? Es gab was Sklavungen Und wir wurden getötet Frauen von uns werden vergewaltigt Stimmt doch oder? Ja das stimmt Ja leider Leider Aber stimmt es Dass der Prophet Mohammed Eine 60-Jährige gehertet hat 60-Jährige? 6-Jährige Bruder 6-Jährige Natürlich Krass Und hat er Ich hab gehört Mit neun Jahren Geschäftsverkehr Ja hat er auch gehabt Oder will ich das doch Thomas Teams sagen Die sagen immer so Ja damals Neun Jahre waren normal Wie heute 18 Und sowas Ja die machen aus A Ich eine Erwachsene Ja Aber ich War eigentlich Mohammed Zurzeit 60 oder so 53 53 Das ist schon heftig Stell dir vor Du hast deine Schwester Da kommt so 53 Und macht dann so welche Sachen Ja das ist dann sehr ehrenhaft Ne Ja das ist ekelhaft Bruder Da fehlen mir die Worte Ne ich dachte das wäre sehr ehrenhaft Na na Wirst du über mich lustig machen jetzt oder was Ne Das kann ich jetzt verstehen Oder die Muslimen sagen jetzt zum Beispiel Ja die Christen waren nicht besser Die haben Kreuzzüge gemacht Aber die Kreuzzüge waren nur auf Die Antwort auf die muslimische Angriffe Die muslimische Invasion Genau so sieht es aus Ich kenne mich gut aus Sehr gut Das hast du von Dr. Schecher Aber haben wir gelernt Ja und von Stürzenberger Kennst du den ne Ich kenne den Mach doch mit dir ein Video Ja ich mach mit dir ein Video für dich Na ja komm der ohne Scheiß Mach doch mal Oder geh doch mit ihm Geh doch mit ihm auf diese Proteste Wo er immer ist Auf diese Auf Podest Machst du mir mal einen Sprachfehler lustig Ja ich mach das Spaß man Ich bin nicht so jemand der so Nach draußen geht Auf so eine Bühne Und so ein Blödsinn Nein Das ist so schüchtern dafür Ne das nicht Aber ich mach das nicht Aber ich kann mir gut vorstellen Dass du richtig gut argumentierend bist Ja ich würde aber auch die ganzen Leute Da auf mich ziehen Wenn ich da hinkomme Dann glaube ich Die Leute besorgen sich Waffen Und mich dann direkt So von Dorn aus Die werden zum Mujahedin dann Ja Aber was auch richtig Was ich witzig fand Da wo du mit dem Al-Qudi live warst Ja Das war sehr lustig Ne Dings Hat er Doch Komm ich Andeugend drauf gemacht Dass er beim Islamischen Staat ist Oder Er ist nicht beim Islamischen Staat Er ist halt Nur ein normaler Muslim Der seine Religion Ernst nimmt Und weiß Zu was Die seine Religion Da aufruft Ja das ist heftig Aber Wenn jetzt Deutschland Mehrheitlich Jetzt muslimisch wird Da müssen die ja Nichtmuslime Hier im Land angreifen Das ist heftig Eigentlich ist es so gefährlich Dass man von muslimischen Ländern So viel in Deutschland aufnimmt Ja Weil erstens Das macht nur Rufen Und dann auch alle schlechter Stell dir vor Einer macht was Werden ja alle beschuldigt Jeder Schwarzkopf Wird dann beschuldigt Ja natürlich Mitgehangen Mitgefangen Das ist heftig Aber ich kann Aber ich kann es eigentlich dazu Dass du Epicare auf dich Reagiert hat Irgendwann Wie ist angefangen Der kam einfach auf mich zu Keine Ahnung Der hat einfach auf mich reagiert Aber die ist lustig Okay mein lieber Gott segne dich Und deine Familie Dich auch mein Bruder Ciao Die Chroniken von Mekka Genau Kamelurinleitung So Hi Amir Hallo mein lieber Gott Ich hab jetzt mal ein paar Fragen an dich Ich hab mal ein paar Fragen an dich Jetzt mal Bibel oder einmal zur Seite gelegt Warum machst du die Leute heute so fertig? Kannst du mich verarschen? Nein Davon redet keiner Mir geht es nur darum Mach uns Moslems nicht dreckig Du bist selber Moslem Mein Freund Wer macht wen dreckig? Meinst du nicht Dass die Religion sich in sich selbst Total auseinandersetzt? Was passiert ist passiert Was passiert ist passiert Wir können das nicht ändern Ja wie wir können das nicht ändern? Anhand der Fikir Nur Allah kann das ändern Du weißt du weißt das doch selber Bruder bitte Jetzt Spaß beiseite Jetzt Spaß beiseite Du machst uns alle dreckig Willst du dich nicht damit auseinandersetzen? Doch Du machst uns alle dreckig Du machst uns alle dreckig Und das ist nicht korrekt Du brauchst dich nicht 800 Mal zu wiederholen Mein Lieber Möchtest du dich nicht mit den Quellen auseinandersetzen Die ich dir nenne? Das ist deine Methode Meine Methode ist immer noch Allah Zawajal zu trauen Allah Zawajal hat uns erschaffen Wenn du ihn traust Warum praktizierst du dann nicht das was er sagt? Ich brauch das nicht zu praktizieren Weil ich das in meinen Herzen habe So wie du auch im Herzen fasst das Nein, nein, nein Ich fasst im Herzen Nein, leck dich nicht vom Thema ab Leck dich vom Thema ab Weil du bist derjenige Du bist der größte Der größte Schöckler von allem Du bist der größte Schöckler von allem Weißt du warum? Gott segne dich Wollt ich dir sagen warum? Gott segne dich Raus, raus, komm Komm, wir haben genug Unglaublich Ich fasst im Herzen Ich glaube an Allah im Herzen Das war's Unfassbar Was für Leute ich zu tun habe hier Das ist unglaublich Ich weiß schon Wieso ich zwei Tage Ruhe gebraucht habe Von TikTok Einfach Da brauchst du locker Eine Woche Zwei Wochen Erstmal Abstand von TikTok Das ist so krall Einfach Kamelurin Damit es mir wieder besser geht Ich wollte eigentlich nur mal mit dir Superstar sprechen Obwohl ich so oft Leute zu dir schicke Wollte ich einfach mal mit dir geredet haben Und dir sagen Bleib stark Bleib stark Im Herrn Oder Bleib stark Danke dir meine Liebe Eigentlich alles Ja Ganz tolle Arbeit Ich wollte mal mit dem Superstar Wollte nur mal mit dem Superstar mal kurz ein Wort gewechselt haben Weißt du Ich bin ein Superstar und ich bin ein Niemand Auf damit Ja ich glaube mir Nein Jesus ist der Beste Der schönste Der aller Respekt 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 Keep going Keep going Gott segne dich und deine Familie Tschüssi Ciao Mach's gut Karoli Abbas ibn Aisha Hallo Hallo Sohn von Aisha Hi Warum hast du so einen Namen? Wie bitte? Du bist doch Schiite Warum nennst du dich Sohn Aishas? Ich bin kein Schiite Ach du bist kein Schiher Nein Soll ich ein Schiher sein? Wie kannst du denn so eine Deine Mutter nennen Die andere Männer die Busen gegeben hat zum Nuckeln? Wie bitte? Wie kannst du denn nicht Eben Aisha nennen Eine Frau die anderen Männern die Busen zum Nuckeln gegeben hat Kann ich die Kamera machen hier? Ja nochmal Kamera Oh wie süß Du bist jetzt zwölf Nein ich bin nicht zwölf Weißt du wer ich bin? 13 Weißt du wer ich bin? Ich bin Hassan Al-Jazeiri Wie geht's dir? Ach du bist Hassan Al-Jazeiri Hahaha Ich fand gerade eben der kleine Mann Ja Ja Woher mein Taktop ja Guck mal ne Ich wollte dich was sagen Ich wollte dich immer noch so fragen So Ähm Du bist Du bist Du warst Schiite oder? Ja Ja Ich war mirite Mirite? Mirite? Ich war Ich war der Mirite Raus hier Kein Zeit für so ein Kindergarten hier Grüß dich Ami Hallo mein Lieber Gottes Segen dir Ami ich hab mal eine Frage Wenn die Muslime sagen Mohammed ist Gesandter Allahs Heißt das Dass es Mohammed auch gab Bevor er geboren ist Dass er bei Allah war und Allah ihn geschickt hat Oder wie soll man das verstehen? Ja der Mohammed wusste ja noch nicht mal selber Ob er ein Prophet war Er hat nur zu Ayisha Diese Geschichte da hat ihn geschildert Der Ayisha geschildert mit Ibn Walah Und die haben ihn zum Propheten erklärt Die haben ihn nicht für einen Verrückten erklärt Der einen Dämonen gesehen hat Nein Die haben ihn direkt als Propheten abgestempelt Nein Du bist nicht verrückt Oder hast den Verstand verloren Nein Das was du in der Höhle gesehen hast War nicht der Teufel Du bist ein Prophet Gott ist ein Auserwählter Ich muss mir vorstellen Die anderen geben ihm so Den Status eines Propheten Nicht Gott spricht zu ihm Und erklärt ihn zu einem Propheten Nein Gott spricht die ganze Zeit Für den Propheten Direkt zu ihnen Aber bei Mohammed macht er eine Ausnahme Und schiebt die ganze Zeit so ein Engel Den niemand sieht Genau Ich habe mal die Frage an einen Muslim gestellt Der meinte Mohammed war bei Gott Bei Allah Und als sogar Adam und Eva war Als Gott Adam und Eva gemacht hat Da standen auch keine Ahnung Welche Berge Mohammed seinen Namen Auf Berge oder Tobi Überlieferung Es gibt einige Überlieferungen Die besagen Dass vor Angebeginn der Zeit Hat der Allah schon So Mohammed Auserwählt Dass er Vor der gesamten Schöpfung So bevorzugt wird Genau Also gab es Laut dem Koran Laut dem Islam Mohammed Bevor er geboren ist War er bei Allah So wie ich das verstehe So wie die das erklären Nein Nicht ganz Und jetzt ist meine Frage Wenn es Mohammed gab Bei Allah Wenn er bei Allah war Dann muss er ja entweder Ein Engel gewesen sein Oder ein Gott Oder was war er da Bei ihm Und wenn er dann Zur Erde gekommen ist Wie Mit 30 oder 40 Jahren Ist er erst zum Propheten geworden Das heißt Er hat so lange gesündigt Laut dem Islam War er ein Sünder Wie kann denn ein Engel Oder ein Gott Sünder sein Der ist ja kein Gott Der Mohammed Aber die Muslime Machen aus ihm Ja Genau So wie das Genau So wie die das Erzählen hat Du darfst Mohammed Weder abbilden Und wir wissen ja Das nur Dass man keine Abbilder Machen kann von Gott Sie akzeptieren Die ganze Zeit Die Gesellschaft Wie sie Jesus Abbilden Wie sie andere Propheten abbilden Und 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 Aber sobald du Mohammed Abbildest Das ist für die So das Allerschlimmste Vom Schlimmsten Heftig Ne Ja Und da sieht man schon Diese Verbindung Zwischen Glücklichkeit Von Mohammed Man darf ihn wieder zeichnen Man darf wieder Irgendwie einen Film Von ihm verfassen Wo man so eine Stimme hört Oder ein Gesicht von ihm So sieht Oder was auch immer Der Typ Wisst ihr noch Derjenige Der die Biografie Von Mohammed Verfilmt hat Dieser eine Der war selber Moslem Mohammed Der Gesandte Allah Das kennt in diesem Film Wo der Mohammed Nie irgendwie Sein Gesicht gezeigt hat Wer der geredet hat Oder sonstiges Der Typ wurde von Muslimen In einem terroristischen Akt Ermordet Heftig Der Regisseur Obwohl der darauf geachtet hat Dass der Mohammed Nicht gezeigt wird Dass man seine Hand Weder sieht Dass man ihn wieder hört Seine Stimme Oder was Wir haben ihn umgelegt Da muss ich dir mal vorstellen Wie hoch Der Wie hoch Mohammed ist Solltest du Allah beleidigen Hast du drei Tage Zeit Zu bereuen Solltest du aber Mohammed beleidigen Musst du Gehen Auch wenn du Bereust Ja also stellen die den Wesen Von Mohammed höher als Allah Höher als Allah Genau Mohammed sagt in den Traditionen Fünfmal beten Allah sagt im Koran dreimal beten Auf was hören die? Auf Mohammed Auf Sayyid Bukhari Krass Krass Ja aber Da habe ich Da kommt Also noch eine Frage Aus dem Koran Esa Ist einer Der Sein ganzes Leben lang Nicht gesündigt hat Und Allah Hat den Menschen Laut dem Koran gemacht Damit Der Mensch sündigt Das ist ja sein Ding Hier Ihr müsst sündigen Sagt der Allah Hat den Menschen gemacht Damit die sündigen Und Esa hat keine einzige Sünde gemacht Das heißt Er hat Vollmacht über die Sünde Und wie die sagen Bibel wurde verfälscht Und so weiter Das ist ja auch eine Sünde Also hat Esa die Vollmacht Die Sünde abzulehnen Und auch Das Vollmacht Es nicht zuzulassen Dass sein Wort verfälscht wird Er hat der Vollmacht darüber Richtig Der Herr Jesus Christus Da gibt auch Sünden Auf der Erde Und sagt es auch Markus 2,5 Genau Er hat die Vollmacht Über alle Sünden Ich bin auch auf der Arbeit Ich wollte nur kurz mal Das fragen Gottes Segen Ich wünsche dir Gottes Segen Jesus segne dich Danke dich auch Und mach weiter so Wir sind stolz auf dich Okay Alle Ehre für den Tag Tschau 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 Hey, grüß dich Guten Tag Lieber Gott, segnen Sie und deine Familie Wir auch Dir und deine Familie auch Ähm, Frage Sag mal die Musik im Hintergrund Sorry, warte, ich mach sie leise Ich bin gerade im Arbeit Im Geschäft Aber ich kann sie ruhig leise stellen Eine Sekunde Gib mir gerade nur ein paar Sekunden So Hörst du mich jetzt wieder? Ja, ist gut Hat man die Musik noch im Hintergrund? Was? Hat man die Musik noch im Hintergrund? Äh, ne, man hört sie nicht mehr Perfekt Perfekt Alles gut, lasst dir Zeit Dankeschön, Leute Ich hab's erst, ich seh die Kommentare Nicht immer direkt Bevor mein Handy gleich hier ausgeht Ich muss da Alles, alles gut, lasst dir Zeit So Und eigentlich bezüglich des Kollegen Da gerade hoch Weil er gesagt hat Ich bin Shite Äh, bezüglich dem Thema Das, äh, Rasulallah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Schon vor allen existiert hat Wir Menschen haben ja alle schon vorher existiert Bevor wir in, in Fleisch quasi In unser Leib eingeflüstert Eingeblüßt, eingeblüßt wurden Genau Stimmt, uns gab's als Seelen schon Tausende von Jahren Wir haben existiert Bevor wir Menschen wurden Und dass jeder Ob's Jesus Christus war Obst du war's Ich Wir alle haben schon In einer Welt der Seelen existiert Daran glauben wir Muslime Ehrlich Ich gebe es ja schon vor Diesen Menschen Adam und Eva Die ersten Menschen Sind die ersten Menschen Ja, ja, klar Die aus Er hat sie zu Fleisch Er hat sie aus Ton zu Fleisch gemacht Ja, das sind die ersten Menschen Aber die Seelen Gibt's, gibt's ja schon viel länger Gab's schon vor den Menschen Wo waren denn diese Seelen Die ganze Zeit Wie bitte? Bei Wo war denn Allah? Das ist eine Frage Die kann ich nicht beantworten Eins, die sind Geschwister sagen Wir vielleicht auf seinem Thron Über seinem Thron erhaben Ja, wo ist denn der Thron? Was meinst du? Wie gesagt Wo ist denn laut Koran Sein Thron? Ich sage dir Darauf kann ich dir Keine spezifische Antwort Wolle ich dir eine spezifische Antwort Geben Ganz kurz Ich sage Wir Schiiten Glauben mir daran Dass Allah ohne Ort Und Zeit existiert Weißt du Ehrlich Überall und nirgendwo Ja, natürlich Warum sagen deine schiitlichen Quellen Dass Allah wie ein alter Opa So am Sitzen ist Und die Hand von Al-Hüsein abschütteln ist Ach was Das sagt er nicht Und wenn ein Hadith das sagt Dann ist er nicht Er ist ja nicht zu verwerten Weil er nicht vom Koran übereinstimmt Achso Die Leute überliefern einfach Lügen Über deinen Propheten, ne? Menschen sind nicht perfekt, mein Freund Ja, wenn du so argumentierst Menschen sind nicht perfekt Ich glaube, du hast ein Problem damit Diese Sachen anzuerkennen Weil das ging bei Ich habe gar kein Problem mit Also ich habe gar keine Ich habe gar keine Probleme Ja, wie erklärt es dir dann Für 68 bis 42 Dass du dich anbeten Vor einem Schienbein niederwirfst Kannst du den Vers mal bitte vorlosen Und auch die Ferse davor und danach Und einen Kontext rausziehen bitte Also ein Topsier Und nicht deinen eigenen Kontext Ein Muslim, der zu mir sagt Kontext Das musst du dir mal geben Ja klar, natürlich Alles hat einen Kontext Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird Und sie aufgerufen werden Und sie aufgerufen werden Sich anbeten niederzuwerfen Aber da werden sie es nicht können Ein Vers weiter Während ihre Blicke demütig sind Äh, haben wir Schienenbein zeigen Und dann werden sie sich anhand Des Schienenbeins Wenn sie sich dann niederwerfen Okay, kann man Kann man Soll ich dir sagen Also du willst es eh nicht verstehen Von daher komme ich nochmal Auf eine andere Sache zu dir Du hast vorhin gesagt Im Koran Du hast vorhin gesagt Im Koran steht Was von drei gebeten Das stimmt so Ganz und gar nicht Im Koran werden nur Drei Gebetszeiten erwähnt Ja klar, dass du quasi Zu drei Zeiten zu beten hast Aber wie viele Gebete du zu verrichten hast, steht nicht im Koran. Guck mal, das ist das, du verbreitest. Ich brauche mit dir eigentlich gar nicht auf tiefgründigere Sachen einzugehen, weil du gar keinen Plan hast von dem, was du da allein hast. Feftig. Ist doch so. Wie auch betet ihr Schiiten denn am Tag? Wir haben drei Gebetszeiten, aber verrichten fünf Gebete. Woher entnehmen wir das denn? Die Gebetszeiten entnehmen wir aus dem Koran. So, drei Gebetszeiten haben wir am Tag. Aber wir beten fünfmal am Tag. Wir beten Sajr, Dohr, Asr, Maghrib und Naisha. Woher habt ihr diese fünfmalige Gebete? Diese fünf Gebete, die nehmen wir in den Ahadith. Ah, jetzt auf einmal Hadith, wo Menschenfehler machen. Jetzt auf einmal nimmst du das? Warum? Wir folgen der Ahlul Bayt. Okay, die Ahlul Bayt überliefert, dass Allah sitzt. Wo denn? Sag mal schnell. Hast du eine Überlieferungskette? Ja klar. Die ganze Kette. Weil das ist wichtig, Ketten sind nicht stille Post. Ketten sind wichtig, genau. Nein, 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 Ketten sind nicht stille Post. Das heißt, irgendwann mal verplappert sich irgendjemand. Irgendwann verplappert sich. Genau, das heißt, wenn die Kette nicht passt und irgendeiner in der Kette und nicht vertrauenswürdig ist, akzeptierst du wie Harl Anwar? Natürlich akzeptiere ich wie Harl Anwar. Aber ich da alles aus wie Harl Anwar. Ja, wie nicht alles, also ist in dieser Ordnung. Es sind auch Lügen. Nein, 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 nein. Du kannst auch Lügen. Ich will dir mal kurz was ans Herz legen. Du warst da angeblich selbst schnitt, oder? Lass mal das Thema beiseite. Alles, was ich finde. Oder nur das, was du willst? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. heißt, wir haben kein Werk außer der Koran, der zu 100% authentisch ist. Alles andere, alles andere, da haben wir vier Maßstäbe und da müssen wir halt gucken, sind die Überlieferer nach den Imamen authentisch? Waren das Lügner? Waren das dies? Das ist genauso, wenn ich dir was ins Ohr flüstere, du flüsterst das da unten, dem Look ins Ohr und der Look dem Leid und so weiter und so. Da kommt was ganz anderes bei raus. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das ist doch das Prinzip von allen Hadithen, also musst du alles ablehnen. Nee, warum? Es gibt Menschen, die sind vertrauenswürdig, es gibt Menschen, die sind unvertrauenswürdig. AB, diese Überlieferungskette, dieser Isnat, wo überliefert oder ist doch diese Leute da drinnen, die überliefern das Allah gesessen hat, das ist also authentisch so. Ja, 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 aber wer ist in diesem Standard drin, wer sind denn Überlieferer? AB, hör mit zu. Diese Isnat, kannst du also nehmen, alle Namen, die dort drin verzeichnet sind, die als authentisch befunden wurden, dann siehst du, dass sie überall noch andere Quatschzeugs erzählt haben? Ja, ja, aber sind da, also sind alle im Isnat authentisch, das musst du ja ganz sehen. Das ist das ja, ja, richtig. Du kannst doch nicht einfach ablehnen, annehmen, deswegen sage ich ja zu dir gerade, hol mir dieizale hadernAhnAhnAhnAhnAhnahn phảiernahn subtle, fragt sie auf die Ebene, ich habe nichts da, ich bin am arbeiten, deswegen, sagt mir bitte wie, wo, was. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe kein Laptop, ich notier's mir das aufschreiben oder nicht so viel mir das ganz kurz vater schon ganz kurz zettel und stift zur hand gibt mir eine sekunde so stift habe ich zettel habe ich auch band 4 genau band 4 seite 34 36 36 hast du sonst noch was wir aufsteigen ja ich habe noch nie eine andere überlieferung als der mohammed als alles mit allah auf dem bett liegt und ihm die hand schüttelt und wo steht das dann sage ich dir ich schreibe mir das alles auf und dann recherchiere ich und ich komme dich wieder besuchen einfach und dann reden wir gerne darüber der ist das freund war völliger unfunk mit gesandt wie menschen wurden alle auf die erde herab gesandt wir haben alle schon als seelen existiert woran ich das mal ganz kurz darunter ich habe einmal was gefragt wie heißt der violetta kind gott das schau mal es gibt vier maßstäbe da und schieben woran die einhandel ist also wie die einhamnissen deklarieren ist einmal der koran zweitens überlieferer drittens die logik und viertens habe ich gerade leider nicht im kopf ich wüsste gerne sagen aber da müsste ich jetzt die logik genau als würde der islam logisch und sich ja eigentlich eigentlich schon kummer du bist richtig provokant mit deinem auswählen aber ich werde das ist ja das ist wie möglich zu meisen dass dann wir glauben nicht daran dass der koran verfälscht es gibt eine es gibt eine abschweifung es gibt natürlich überall abspaltungen und da gibt es gewisse gruppierungen die erwähnt auch so als jede der koran verfälscht ist niemals ja weil ich hier glauben daran nicht ich ja glauben daran ist dass eine kleine gruppierung dass eine kleine gruppierung die bilden nicht mal die bilden nicht mal fünf prozent das jahr und die sagen dass der koran verfälscht sein dass absolut das ganz neue beweise die bringen keine beweise die die ziehen sich irgendwas die tun sich da irgendwas raus weil ich sag dir was die wie willst du denn willst sagen dass der koran verfälscht ist wir sagen uns fehlt das verständnis vom koran so dass 100 und die hundertprozentige deutung wir sagen beispielsweise wenn der nahe die kommt also mit der salat sondern die zurückkehren auf diese erde und uns vom unheil befreien da tun wir das ganze potenzial vom koran ausschöpfen und die verdrehen dazu sagen der koran sei verfälscht schau mal wir sagen wenn wenn man die zurückkommen werden wird der koran oder ich erkläre sich anders hier der koran zeigt immer wieder wunder es gibt in der wissenschaft es wird wissenschaftlich immer wieder was entdeckt was im koran drin steht und das sind wunder kannst du nicht leugnen wie das meer beispielsweise wo salzwasser süßwasser trifft und so weiter und so fort sowas wurde nicht vorher aufgeschrieben von menschen weiß ich nicht ich habe mich mit anderen religionen leider nicht befasst und wir das beantworten zu können aber auf jeden fall steckt der koran voller wunder und die wissenschaft entdeckt immer wieder neue wunder und wir sagen wenn der mal sagt dass die frauen sperren haben in ihren rippen was das im wunder mann ganz kurz ist das ist ein wunder ganz kurz bitte lass mich noch mal ganz kurz zu Ende können du bist richtig provokanten ich bin sehr nett noch hier gegenüber also belastet doch einfach dabei warum willst du mich denn jetzt auf die panne bringen verstehe ich nicht wenn wir sagen nicht deswegen du sagst du mal der ton macht die musik weißt du was ich meine der ton was ich und dein ton und beim ton ist sehr normal sein das stimmt gar nicht mal ich sag dir ehrlich es ist du bist einfach ein sehr provokanter hetzer mehr bist du leider nicht ja also das was man halt ja natürlich der koran zeigt sehr viel wunder auf und die wissenschaftler entdecken bis heute was ich weiß das selbst du weißt das sogar besser als ich du kennst du kennst dich ja anscheinend du kennst du denn die ganze zeit mit koran ist ja dann geh raus wenn ich nur unfugler ist das ein typ heftiger was ist das bitte nur unfugler ist das für ein gesprächspartner mal hallo 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 mir geht's hier mir geht's gut kurze frage immer von kamen ja alles schön und gut ja jetzt auf kapitel 4 hinaus ja genau ja nichts willst du uns das mal vorlesen deine bibel kurzer vorlesen findest du also zu benutzen als dünger als als brennstoff oder brennmaterial ist das natürlich ekelhaft sowas würde ja keine religion oder kein gott sowas sagen brennstoff so weiter brennstoff das geht ja so ist gersten brot auch menschen gut backen ja backen ja genau aber nicht da drauf und jetzt man steht da drauf und wenn zum beispiel bei dir erlaubt ist dass der rauch dieses dieses brot berührt würdest du es akzeptieren wie bitte dass bei uns im video so meine quellen gehen ja aber wir wollen doch erstmal jetzt bei heseke bleiben wir können damit nicht einverstanden dass zum beispiel gott ein strafgebild über israel und sie müssen als strafe brennmittel benutzen und zwar aus dünger aus gut richtig du willst also sagen dass es natürlich so ekelhaft ist guck mal sie müssen gersten brot auf mensch gut back ist es eklig oder würde auch habe ich verstanden habe ich verstanden wenn ihr den vers liest er gibt einen ganz anderen sinn ich möchte dir nur damit sagen dass der gott des islams durch die fatwas durch die gelehrten sagt dass es zulässig ist dieses code auf links zu backen okay fatwas aber fahrt was sind wieder was andere sein fahrt das ist eine fatwa ok das eine meinung von einem gelehrten oder ein urteil sagt man zum beispiel und jeder gelehrte muss es mal gucken welche akide haben die denn die gelehrten das gruppe mich akide wenn es zum beispiel gibt es angeblich gibt es vielleicht gelehrte zum maschinen erstell ist das für sie oder nicht ja ich bin das so nie aber zum beispiel die es gibt auch gelehrte zum beispiel oder so viel gelehrte nämlich zum beispiel nicht an das so viel gelernt ich gebe dir von islam web dort nicht akzeptiert die größte muslimische fatwa seite der welt ja aber ist dieser der gelehrte hat er diese fatwa gemacht ja anhand der islamischen schriften der beweist dass der der bühne kann nicht jeder eine fatwa raushauen auf dieser seite ok dann kannst du mir den gelehrten zeigen bitte oder mann bitte seine akide wenn es geht da können wir weiter reden es ist von den seller guck mal hier fatwa das ist die fatwa nummer 45.155 ja alles gut ich warte bis du redest also hier ist die frage von einem muslim ist die verwendung von tier mist als brennstoff zum kochen insbesondere zur brot zubereitung zulässig dabei ist zu berücksichtigen dass das brot dem rauch ausgesetzt ist der durch den entzündeten mist entsteht jetzt kommt die antwort aller vollkommenen lob gebührt allah dem herrn der welten ich bezeuge dass es niemanden gibt der der es wert ist angebetet zu werden außer allah das macht ja so die schahada dies das jetzt nach den fundiertesten einschlägigen meinungen der gelehrten also ich mal die meisten gelehrten sind damit einverstanden ist es zulässig tier mist als brennstoff zu kochen zum kochen zu verwenden wenn es sich um ein essbares tier handelt ist sein mist rein und es ist erlaubt ihn als brennstoff zu verwenden der rauch ist in diesem fall rein weil er ist aus einer reinen quelle stammt handelt es sich um ein ungenießbares tier verwandelt sich sein mist bei der verwendung als brennstoff im rauch und asche nach der fundierten der beiden einschlägigen meinungen der gelehrten wird die unreine substanz rein wenn sie in eine andere umgewandelt wird dadurch ist der austretende rauch rein und verunreinigt das brot nicht shaykhul islam ibn taimiya sagte was den rauch des unreinen gegenstands betrifft so basiert die beurteilung auf dem folgenden prinzip wenn die unreine substanz in eine andere umgewandelt wird wird sie rein und wird die und wird wie andere reine dinge behandelt die gelehrten sind sich außerdem einig dass wein wenn er auf natürliche weise in essig umgewandelt wird rein und legal wird mittlerweile ist die transformation solcher dinge größer als die transformation von wein die jenigen die die meinung vertreten dass es einen unterschied gibt argumentieren der wein sei durch die transformation unrein geworden und er werde durch die transformation auch rein das ist anders als das blut das tote tier und das schweinefleisch und so weiter und so fort also du siehst du kannst dieses mist von tieren benutzen als brennmittel okay das ist also habe ich jetzt noch nicht sie gewusst diese faktor ist von die faktor war das von der schirr ist haben wir zitieren dann scherr und scherr und islam winter mir okay also ich kann er jetzt tierstoffe als brennmittel benutzen genau du kannst von einem rind die kacke nehmen und darauf backen man muss aber der unterschied zum beispiel das hat ja nicht mein gott bevor aber bei dir das hat der gott bevor zu erwarten muss aber das ganze kapitel lesen guck mal hier zeichenhafte darstellung des kommenden gerichts und du menschen sohn nimm dir einen ziegelstein das ist ein gericht was der herr den menschen aufguck mal hier und du menschen sohn nimm dir einen ziegelstein legen vor dich vor dich und zeichne darauf die stadt jerusalem und veranstalte eine belagerung gegen sie und baue einen belagerungsturm gegen sie und schütte einen wall gegen sie auf und stelle kriegslage gegen sie auf und sturm böcke rings um sie her und du nimm dir eine eiserne pfanne und stelle sie wie eine eiserne mauer zwischen dich und die stadt und richte dein angesicht gegen sie dass sie in belagerungs zustand komme und du sollst sie belagern das soll ein zeichen sein für das haus israel du aber lege dich auf deine linke seite und lege die missetat des hauses israel darauf für die zahl der tage die darauf liegt sollst du ihre schuld tragen ich aber habe dir die jahre ihrer schuld in ebenso viele tage verwandelt nämlich 390 tage so lang sollst du die schuld des hauses israel tragen wenn du aber diese tage vollendet hast so lege dich das zweite mal auf deine rechte seite und trage die schuld des hauses juda 40 tage lang je einen tag will ich dir für ein jahr auferlegen so richte nun dein angesicht und deinen entblößten arm auf die belagerung jerusalems und weißer gegen ist und sie ich will dir stricke anlegen dass du dich nicht von einer seite auf die andere anwenden kannst bist du die tage deiner belagerung vollendet hast nimm du dir auch weizen und gerste bohnen und linsen hirse und spelt und tue sie in ein einziges geschirr und bereitet ihr brot daraus solange du auf der seite liegen muss 390 tage lang sollst du davon essen und zwar sollst du die speise nach dem gewicht essen 20 schäkel täglich von zeit zu zeit sollst du davon essen du sollst auch das wasser nach dem maß trinken nämlich ein sechstel hin das sollst du von zeit zu zeit trinken und zwar sollst du die speise in form von gerstenbrot essen und du sollst sie auf ballen menschenbrot menschenkot backen siehst du vor ihnen vor ihren augen und der herr sprach so müssen die kinder israels ihr brot unrein essen unter den heidenvölkern unter die ich sie verstoßen will verstehst du jetzt sie nehmen es als brennstoff es wird nur als brennstoff genommen der herr sagt ihr sollt das dieses ding als brennstoff nehmen auslegung und nicht dass du auf kacke backen sollst verstehst du aber da steht auch bedeuten menschenbrot auf menschenkot backen auf menschenkot und die zweite frage ist von wo kommt denn überhaupt die kacke von wem ja ich weiß nicht von wegen die kommt von diesen ganzen belagerten dörfern da dass die menschenkot also von menschen wahrscheinlich von menschen genau ob du jetzt kacke von einem menschen ist oder von einem tier du siehst du dass die fatwa erlaubt die er von von einem tier die scheiße zu nehmen und darauf denkst du siehst du das guck mal der herr ist das sagt hier gerade ein strafgericht über jerusalem dass diese leute auf gut ihr brot quasi als brennstoff nehmen sollen und das gleiche sehen wir auf einmal dass die fatwa sagt es ist überhaupt kein problem das ist nicht mal zum strafgericht bei euch ist das einfach nur egal okay also bei der fatwa noch mal von welcher leute auf islam web.de oder islam web.de ok und welche fahrer war das geschaffen ist auch ja gebe ich dir sofort einmal lass mich nur ganz kurz was decken weil wenn ich von schick und islam mit dem termin war dann muss es ja dann muss es schon authentisch sein der gleiche schick sagt auch dass du babys heiraten ganz gut naja wo hat er gesagt dass man babys heiraten braucht manche mal als fahrer war scharia hat die nummer 60 58 manchmal vertraue manchmal vertraue scharia nummer 60 58 siehst du es ja und ich kann das ist von ebn thaymiya man wo wer ist denn manchmal vertraue oder was ist der scharia der ausdehung der scharia ach so ich habe ich habe ich also die esche regel ist nicht die als nein die meinte ich doch gar nicht man ist das einmal ja ich höre ich jetzt schlecht bist du manchmal ich meine mich die als gersten kuchen diese wurden üblicherweise in der heißen asche gekocht daher die besondere verunreinigung die durch den verwendeten brennstoff verursacht wurde dagegen plädiert der profit nicht nur als an sich empörend sondern auch als zeremoniell verunreinigt siehe zum beispiel hezekiel 4 14 leviticus 3 53 und ihm wird eine milderung der forderung gewährt aus ihrer sicht ist dies immer noch teil der vision und der kommentar zur kanzel ist der prozess des backens ist der prozess des backens in asche reicht bis in die zeit abrahams zurück und wird in arabien und syrien bis heute fortgesetzt der geknetete teig wurde zu dünnem fladen ausgerollt und auf hat auf die heiße holzglut des herdes und ofens gelegt oder darüber gehängt doch in einer belagerten stadt geht die versorgung mit holz als brennstoff bald aus die erste ressource besteht wie es im osten immer noch häufig vorkommt also bei euch in der verwendung des getrockneten mist von kamelen oder rindern vor hezekiels geist tauchte die vision einer noch schrecklicheren notwendigkeit auf auch dieser vorrat könnte zur neige gehen und dann wären die menschen gezwungen den getrockneten inhalt des zughäuser oder der jauchergruben jerusalem zu verwenden sie sie wären fast buchstäblich gezwungen den sport rapschackes zu erfüllen verstehst du also kann ich mir das so vorstellen gott hat den leuten sozusagen die strafe geben was sie dann das ist backen soll zusammen und also kann ich mir so vorstellen die mussten alle packen und dann mussten das hause und backen nicht so wie du das verstehst du siehst dass der herr den der belagerung jerusalem bzw israels zugestimmt hat und die israeliten dann wegen der strafmaß was der herr ihnen aufgewirkt hat ihr brot unrein backen müssen diese unreinheit dahinter dieser mist ist unrein das ist damit gemeint dieses strafgericht aber bei euch als er gerade gesehen der kommentar dass es heute immer noch verwendet wird im osten wenn in islamischen ländern als brennmittel brennstoff zum hier brot backen das schaue mich vom brot backen du hast er vorgelesen worden das hat mich vom brot backen nur als brennmittel ist sie noch mal die fatwa vorlesen damit oder sie war richtig lang keinen die keine zeit dafür so war viel zu lang einfach nur frage ist die verwendung von tier mist als brennstoff zum kochen insbesondere zum brotzubereitung zulässig nach dem fundiertesten einschläge meinungen der gelehrten ist es zulässig tier mist als brennstoff zum kochen zu verwenden was problem siehst du bei euch ist es halal und aber gott in der bibel macht daraus ein strafmaß ja aber ist da ein halal aber paulus hat doch gesagt alles was in gottes schrift ist es auch nützlich ja nützlich so lange ist nicht dem widerspricht nach dem was der herr jesus christus gegeben hat und wie er das als geburt mit was sie was gehen zugefügt was hat was hinzugefügt schau mal was habe ich paulus sagt alles was von gott eingegeben ist es nützlich ja nützlich überlehrung überlehrung du musst du musst den ersten timotheus ja auch richtig zitieren ja ich weiß was muss es in der schweiz 2 2 timotheus kapitel 3 vers 16 ist das woher die gesamte schrift ist von gott eingehaucht und nützlich gekehrt zweite timotheus kapitel 3 hat das im kopf hier zweite timotheus kapitel 3 vers 16 ich hatte recht alle schrift ist gott eingegeben und nützlich zur belehrung zur überführung zu zurechtweisung zur erziehung in der gerechtigkeit damit der mensch gottes ganz zubereitend sei zu jedem guten werk völlig ausgerüstet verstehst du und wie müssen wir das ganze verstehen so wie der herr jesus christus uns das beigebracht hat liebe deinen nächsten wie dich selbst denn wenn du deinen nächsten liebst so erfüllst du die propheten und alles was gesagt wurde merkst du jetzt aber das wusste ja nicht mit seinen gästen die hier hochkommen kommen hier hoch die damit die friedlich reden ich sage ich auch aus liebe die wahrheit aber du redest nicht mit nix liebe hat liebe heißt ja auch die die wahrheit zu sagen auch wenn es die schmerzen oder wird die ganze an gelogen werden nicht lieber als mit den menschen gut umzugehen mit den aufgerechnet auch ich würde nie irgendwas an ich bin also kommt von kann man die person hoch die wollte mit ihr dazu mal reden oder wusste so ein bisschen provokant nein der typ hat die ganze zeit einfach nur weitere du kannst du siehst du mit dem konnte man kein normales gespräch führen du bist doch ganz andere person als die kommen mit dir kann man doch ganz normal reden ja ja alles gut ich danke dir auf jeden fall danke dass wir so respektvoll reden kommen dort segne ich wünsche noch einen schönen tag gott sie sind abonix islam shalom amir und gottes segen hallo mein lieber gottes segen hat man sich wieder wortglauberei begangen bei mir war es gestern jesaja 6 vers 7 dass das wird ja kohle oder steine küssen müssen ja das ist natürlich eine rechtfertigung für diese ganzen götzendiener um ihre schandtaten zu rechtfertigen der da weil der herr niemals so was befohlen hat irgendwie nach irgendwo hin zu pilgern einen stein zu umrunden dort hin zu laufen und den stein zu küssen nein dieser dieser altar von wo die kohle kam da wurden ja auch opferungen gegeben zur vergebung der sünden also ist diese kohle dem jesaja auf den mund gelegt worden damit er diese unreinheit von seinem munde verbrennt und die sünden ausgetilgt werden weil dieses weil diese kohle auf dem altar lag wo sünden vergeben wurden und tieropfer gebracht wurden also opferung gebracht wurde wo das blut geflossen ist natürlich nur wenn man sehen wenn man das erklärt heißt es ja wieder ja das ist deine eigene auslegung wie kannst du das behaupten und gerade wenn man dann sagt es ist doch hier kohle von einem altar und darauf wurde ja geopfert da sind ja schon sünden vergeben worden und wenn ein engel dann noch kommt und sagt und reinigt jesaja dann geht es doch halt für ihn weil sein mund soll rein sein nein 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 das steht da noch nicht im vers da steht aber nicht da ja du siehst also das eine auslegung ihr seid kohl ihr seid steineküsse ihr steineküsse und dann mit einem hohen weil sie halt nicht verstehen wollen und dann richtet sich auf ja wo ist denn deine nächsten liebe du kritisierst hier und du musst du nächsten liebe weiten lassen ja das ist dann auf einmal ihre art und weise das ganze dann runter zu muttern aber als geister zuschauer reinkommen irgendwelche islamische musik zu spielen oder ich hatte sogar gehabt da haben sie irgendwie das gestöhne als pornos abgespielt na gut mein lieber gott segne dich mach weiter so ich wusste nicht dass so schnell hochkommen ich wollte dir diese ich wusste nicht dass so schnell hochkommen deswegen habe ich keine kopfhörer damit gottes sehen erst mal die fahrt war 60 58 die du gerade gemacht hast die wird von allen geleugnet die sagen der steht nicht im buch drin die schämen sich sehr für diese fatwa natürlich deswegen wollte ich das mal zeigen hier ist die sammlung von sharia hat was die offizielle seite von kuwait offizielle seite die offizielle seite von kuwait die fatwa und sharia forschungsministerium für stiftung und islamische angelegenheiten statt kuwait offizielle seite ich freue mich über ich zeig das jetzt nicht fatwa nummer 60 58 hier auf der seite ist es fatwa nummer 7436 und da hast du die komplette fatwa auf der offiziellen seite der regierung und du kannst dir das als rechtsurteil nochmals pdf runterladen falls sie irgendwo ein gerichtsurteil hast dass du auch was in der hand hast ja und die die haben jetzt eine neue masche das zu leugnen dass das nicht im buch steht aber wie gesagt wir finden alles sehr gut ja gottes segen ich wollte das nur mit richtigen schicken wir das mal bitte auf was für eine abgedreckte mülle mit bewegen gottes segen amir gott segne dich und deine familie haben wir das kannst du keinem erzählen das ganze wirklich keine man kommt rein und denkt er hat den knockout und sagt ihr backen auf kacke und du nimmst den jungen drehst ihn um und sagt knockout dein vater gottes segen hat der junge das verstanden mach ich immer weiter so amir du siehst ein strafgericht über israel jerusalem bringt ein strafgericht dass diese menschen auf unreinem mist den brennstoff also dieses kot zu brennstoffen nehmen und dann siehst du auf einmal bei denen ist das ganz gang und gäbe ja ja die kennen nur dass da was kript die lesen sich da zwei sätze durch und denken ja du kannst nicht von diese dauer leute nehmen dass das geht alles in die in die hose wenn du sobald du von denen nimmst wird dich jeder sofort platt machen der die quellen zur hand hat sofort auf jeden fall hast du gut gemacht mein guter mach immer weiter so gott segne dich und dankeschön deine familie auf jeden fall auch ich habe eine frage und zwar ich bin jeside und ich habe eigentlich immer christen sehr 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 gerne gemacht und das tue ich auch weiterhin und auch jesus finde ich ist eine sehr starke person ich habe nur eine frage und zwar dass eine christin die versuchte zu sagen also ich kann das verstehen ihr habt euren glauben wir haben unseren glauben aber die versucht unseren glauben schlecht zu reden ist das sind also darf man also ist es in ordnung von christlicher seite aus oder was sagst du dazu der christ muss zur wahrheit stehen und wenn er zu dir sagt dass alle religionen von vom widersacher sind da muss er zur wahrheit stehen auch wenn du ihm dadurch vielleicht feindlich entgegen stehst aber der christ an sich würde dir niemals auch nur ein haar krümm sondern er würde die immer aus wahrheit der weil er zu seinem herrn jesus christus stehen muss immer aus liebe zur wahrheit würde er dir sagen mein lieber du bist auf dem weg in die ewige verdammt ist ohne den herrn jesus christus und ich muss dir das sagen weil der herr das mir auferlegt hat dass ich dir das sagen muss es geht aber nicht deine gefühle zu verletzen es geht um unsere ewigkeit wo wir sie verbringen werden nur weil wir in einer religion geboren sind heißt es noch lange nicht dass diese religion überhaupt von gott kommt oder die wahrheit ist verstehst du jeder muss ein gewisses maß an selbst selbst auf opferung mitbringen verstehst du so eine art sich mal hinzusetzen sich zeit zu nehmen für diese ganzen themen und herauszufinden woher kommen religion wer hat sie in die welt gebracht und was ist das wahre erlösungswerk gottes das ist herausfinden müssen aber ich gebe dir auch zu 100 geboren ist oder nicht aber ich gebe dir auch auf jeden fall zu 100 prozent recht weil die art und es geht mir darum um die art und weise du hast ja dein glauben und das respektiere ich und akzeptiere und toleriere ich auch aber so ihre art und weise wie sie es macht sie sagt zum beispiel wie sind die bilder beten dass bösern vielleicht glaubt sie auch wirklich daran und das akzeptiere ich auch aber sie macht das immer und wieder und das mit einer haserfüllten art und vielleicht möchte sie dir nicht so wehtun wie du das denkst aber vielleicht steht sie halt so vielleicht versucht sie das auf einer anderen art und weise darüber zu bringen was natürlich in deinen augen nicht richtig ist aber man hat nicht so ein gewisses konzept wie man irgendwas vor und natürlich kann ich in engels zu dir reden aber wenn das nicht durchdringt durch dein herz manchmal braucht der mensch auch so eine art mal auf den tisch geklopft verstehst du dass das der mal aufwacht und sagt er ja stimmt das habe ich echt mal gebraucht dass jemand mal in einem harschen ton auch das ganze rüber bringt damit das auch über uns mal ankommt verstehst du ich verstehe total monoton das geht bei dem ein ohr rein ein ohr raus da ist gar keine keine lebendige hoffnung oder lebendige wie soll man das sagen ja so so ein lebendiges zeugnis was er dir gibt verstehst du und ich kann nicht die ganze einlullen und mit dieser einlullenden stimme und monoton und sowas das kommt einfach nicht mit den leuten an heutzutage das stimmt ich kann das verstehen und wie gesagt ich bleibe also ich bleibe halt trotzdem bei meinem glauben aber wie lieben euch trotzdem das weißt du auch und das hätte nichts damit zu glauben wir euch nicht lieben oder nicht wir sollen jeden das weiß ich auch das weiß ich auch das weiß ich dass die christen niemals wie muslime hinkommen würden und ein dings an euren hals halten entweder du glaubst an sie ist das oder du musst jetzt leider wir müssen aber zur wahrheit stehen und das heißt dass der jesus christus die absolute wahrheit beansprucht für sich in johannes 14 6 das ist die dann kann ich nicht liebe oder dich als menschen schätzen der herr hat mir auferlegt dass ich dir die wahrheit sagen muss und zwar dir das evangelium zu verkünden weil ich jeder kreatur das evangelium verkünden muss laut matthäus 28 vers 19 ich verstehe danke für den respekt und für die schönen worte und ehrlichen wort auf jeden fall ich wünsche mir von herzen dass du eines tages zum herrn findet dankeschön gottessegen lieben groß ja so ist das auch wenn ich alleine dann stehen würde und ja muss ich habe eine frage an die muslime und zwar die boykottieren jetzt alles coca cola und so weiter aber wieso gibt es in der so türkischen dönerläden noch cola fanta und keine ahnung nicht alles so boykottieren die da nix das ist meine frage an die nutzen doch die iphones der kuffer die benutzen doch die klamotten der kuffer sollen die das auch ausziehen da sollen sie alle rumlaufen in jala war weil das keine weil das christ weil die muslime keine christen sind ist das okay in der cola kann alles was sie nutzen alles was sie nutzen schau dir dass man das auto ist von den kuffern die ganze elektronik ist von den kuffern der herd ist von den kuffern die kuffern stellen das essen zur verfügung wenn sie das wenn sie wirklich ernst meinen dann sollen sie auch aufhören den herd zu benutzen dann sollen sie aufhören elektronische sachen zu benutzen dann bin nämlich die klamotten sagen sie sind bereit die gegenstände und das was die kuffer erfunden haben beiseite zu legen und nichts mehr zu machen meint sie sind so was man holsterbande weil das muss prima sind ist das natürlich okay da kann man cola kaufen weißt du aber so aber hauptsache starbucks kaffee dann nicht mehr trinken das ist dann die rat machen ich wollte nur wissen okay danke dir halt so doppelmorale hallo hallo mein lieber benutzen einfach alles das ist echt ein krasser zuvor dass ich gerade reinkommen bin und da spricht dieser jeside von wegen da ist ja so eine christin ich war öfter bei ihr im live und sie war jesidin und kennt sich also richtig gut aus natürlich mit ihrer alten religion und da ist die schlange ein ganz wichtiges tier bei den jesiden sie hatte halt ein bild wo jesus christus der schlange den kopf zertritt wir christen wissen ja was das bedeutet und ist ja auch ein schönes bild für uns aber für die halt nicht und dann sind wirklich total viele leute reingekommen haben sie versucht wirklich auch anzugreifen sie hat sich gewährt und natürlich wie du schon gesagt dass manchmal muss man halt ein bisschen hart sein weil entweder man versteht das oder man versteht das nicht mal überlegt was wenn der christentum recht hat was würde der teufel tun er macht eine religion und nimmt das wichtigste von vom christentum weg das kreuz er sagt einfach nicht jesus sondern einer der ähnlich war ist am kreuz gestorben und somit ist die erlösung nichtig das opfer gottes am kreuz ist nichtig und trotzdem gibt den leuten die verdammt sind das gefühl irgendwie noch gläubig zu sein verstehe also schlimmer geht es eigentlich nicht total also einen ganz logischen mensch denkender mensch konnte eigentlich schnell hinter runde dann wie gesagt wie kann man einem menschen folgen der mit einer sechsjährigen verlobt ist und mit neun jahren die ehe vollzieht ganz ehrlich aber selber wie morgen die ist ein eigener doch nicht mitgeben das ist ja manchmal genau manchmal bei diesem hadith gewundert hat muss ich mal vorstellen dass dieses kind so klein war dass mohammed selber gesagt hat sie ist noch zu jung wird was sind das überhaupt zwei gestalten die abu bakl und der omar die zu mohammed hingehen um nach der hand von so einem kleinkind zu halten sie noch dorthin gegangen haben gesagt wir wollen die deine tochter heiraten und der mohammed sagt die ist noch viel zu klein was muss man vorstellen was sind das für menschen die nach der hand von so einem kleinkind halten die versuchen das zu rechtfertigen aber wenn du die dann fragst würdest du deiner tochter erlauben neunjährigen tochter erlauben dass ein 15 jähriger droher steigt da sagt doch jeder nein jeder normal denkende mensch sagt nein das ist doch wohl logisch und dann lügen sie über das alter von rebecca weiß ich meine selbst wenn der becker drei jährige spielt das doch für uns überhaupt keine rolle sie lügen sie über das alter von rebecca was gar nicht stimmt die war mindestens 14 eine altersangabe sie beziehen sich auf einen jüdischen rabbiner der von anderen rabbinern zurechtgegeben wurde und auch schon längst widerlegt wurde ich weiß gar nicht warum die das nie mal auf dieses tote pferd mit rebecca immer noch reiten verstehst du irgendwie versuchen ihren ihren ich weiß nicht warum muss man etwas verteidigen indem man versucht das ganze mit lügen auszuschmücken lassen wir eben was sagen für muslime falls jetzt hier muslime drin sind leute hört mal bitte zu kommen als jesus am kreuz war seine letzten worte waren es ist vollbracht mit anderen worten ist es ist kein update nötig leute es ist kein update nötig und wenn doch gott wartet 600 jahre auf ein update oder was versteht er hat er erstmal gewartet was hat er gemacht däumchen gedreht oder was so lange ja genau als jesus am kreuz war als jahres am kreuz war hat er gesagt mein gott mein gott warum hast du mich verlassen ein nicht wissen da mehr der das alte testament nicht kennt könnte jetzt meinen hör wie wieso hat mich ist das möglich gott kann auch jesus nicht verlassen haben in psalm 22 1000 jahre vor christus hat david leader geschrieben psalme im psalm 22 der titel dieses 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 liedes ist mein gott mein gott warum machst du mich verlassen da wird die komplette kreuzigung beschrieben eins zu eins das was in dem lied drin steht ist da gerade passiert die prophetie wurde vor deren augen erfüllt und jesus hat ihnen gerade nur gesagt leute lest mal psalm 22 oder mit anderen worten die pharisäer und schriftsgelehrten kannten die bibel auswendig er hat ihnen nur gesagt guck mal leute was gerade passiert das hat david vor tausend jahren gewalt sagt steht hier die bibel ist perfekt leute ja durch die kumran rollen ist alles schon sowieso feierabend genau dann kommt mal was dazu hat mich gefreut dass mich reingeholt hast ich wollte noch mal kurz was loswerden vielen dank ja gott segne dich ja mit den kumran rollen hat der herr allen schon bewiesen in 1947 dass die bibel authentisch ist und man der bibel auch vertrauen kann und dass man gott auch seine seele anvertrauen kann weil was das für gott wenn du dich nicht auf ihn verlassen kannst ist das dass gott man kann sich auf menschen kannst du dich nicht verlassen aber auf gott kannst du dich doch verlassen menschen enttäuschen dich doch ja okay bin ich mit einfach aber doch nicht gott unglaublich gott enttäuscht niemals so sieht's aus dein kollege deine kollegin die kann dich enttäuschen ja aber nicht gott auf gott ist immer zu vertrauen ist nämlich vertrauenswürdig ich wollte echt nicht nerven aber du hast gerade keine gastanfragen und zum alter thema mit rebecca und dieser habe und kinder er ich zeig dir jetzt mal was das hast du nirgendwo bestimmt hast du bestimmt selber noch nicht gelesen habe ich in der kinder sparte das ist die fatwa 378.000 38 oder so ne das ist also aus der biografie aus der wissenschaftlichen bücher herausgeber mohammed bin sali attrmidi das ist ein buch ich habe da ein bisschen rum gelesen und die erzählen eine geschichte von den sahabern al hassan bin sali sagte ein nachbar von uns eine großmutter die 21 jahre alt ist eine großmutter sagte im jahr auf arabisch sind sogar 20 wissen was das heftige ist was die gelehrten sagen dass wenn du zum beispiel den am us-verkehr gehabt dass mit einer frau und der das 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 wasser des mannes da eingedrungen ist so wird das resultierende kind als dein kind betrachtet weil die das wasser durch die durchgegangen ist schau dir das mal an wie kaputt das ganze ist habe ich hier für die ganzen leute in die in die gruppe reingepostet hier sehr wichtig zu beachten wenn jemand mit seiner frau anal verkehr vollzieht und sie wird schwanger so ist das kind seins sagen ahmad eben handball und schaffi denn das sprr kann in diesem fall in die vulva gelangen heftig diesen verkehr von von 1 us gemacht hast und dann dem wasser da reingekommen ist und geht das so durch die in diesen in die gebärmutter rein ja wenn der prophet schon gesagt hat wer zuerst sagen august hat den ähnelt das kind dann was willst du von den leuten erwarten ekelhaft aber rebecca rumreiten und in seiner eigenen geschichte von mohammed die sahaba schon mit der mitte frauen hatten die mit 1 2 auf arabisch steht 20 ich habe es mit ein araber gewesen jetzt hikario er hat gesagt dass nicht 21 ist eigentlich 20 wie geht das also wann hat sie geheiratet wann hat sie ihr kind bekommen wann hat das kind ein kind bekommen das so krank ja auch auf das buch seite 2 band zwei seite 968 ich kann dir das auch schicken auf diesen account wenn du jetzt ja mach das gleich ja ich habe noch eigentlich heftige sachen aber du hast du dein programm ich will nicht stören danke dass du mich auch gut ist gottes segen wenn man es ist ja gerne arme höchst mich ich höre dich bruder ich wollte nur einmal deine arbeit loben und wirklich sagen dass mich schon so oft zum lachen gebracht hast du bist wirklich ein top mann alle ehre dem an jesus christus wirklich armen ich hoffe natürlich dass du deine entscheidung für jesus christus getroffen ist definitiv gott sei dank ja ja ich bin ja wieder auf inkognito ja ist deine schuld vor ihm bereut definitiv habe ich gemacht schon vor längerer zeit ich bin nicht gläubig ich will nicht sagen religiös ich sage immer gläubig ich bin nicht gläubig aufgewachsen obwohl meine mutter seite katholisch ist hat man mir nie so beigebracht ich habe irgendwie selber zum herren gefunden das war ist auch eine lange geschichte irgendwie von den einen auf den anderen tag kam alles plötzlich und ich habe wirklich ein gefühl gehabt dass wenn jemand da wären den ich nicht sehe und dann habe ich mich mit dem glauben befasst und dann habe ich zum glauben gefunden ja wundervoll ja ich hoffe natürlich dass du wahrhaftig dem herrn dein leben übergeben was uns buße getan hast 100 prozent habe ich gemacht und auch durch deine videos merke ich wieder wie das woran ich glaube ja so die wahrheit ist kann man das so sagen ja vielen christen hat das natürlich auch wieder die stärkung gegeben der viele haben sich auch immer wieder angefangen mit dem glauben zu beschäftigen ist unglaublich das sehe ich auch die argumente die du bringst sage ich mal gegen den islam ich sehe irgendwie vorher bevor du noch nicht so bekannt fast war vielen christen glaube ich gar nicht bewusst was sage ich mal alles in den islamischen schriften steht und irgendwie seitdem du wie die so groß ist mit tik tok und mit youtube sehe ich wie auf einmal viele leute sachen auch durch dich wissen auch mein umfeld die vorher glaube ich keiner wusste weil sich niemand damit befasst hat ja das geht so ein bisschen rum wie so wie so ein lauffeuer also wie so ein schneeballsystem da oben der armee der dann diese ganzen videos macht und dann gibt er die quellen und die quellen werden dann überall rum gereicht und dann wird darüber diskutiert und dann werden natürlich andere auch gute argumente finden wo die muslime dann zum straucheln kommen das heftig diese religion kannst du gar nicht mehr verteidigen das ist der wahnsinn du musst wirklich ein bösartiger mensch sein so was die ganze zeit zu verteidigen es ist geistes kann ja und leitung mit die leute die solche sachen halt nicht wissen weil das sind halt diese videos auch so dieser europa muslima die einfach sagen ja ich bin moslem aber gehen gar nicht nach der religion was sie machen ist vielleicht während ramadan die moschee gehen wir auch nicht die haben ja gar nichts mit deren glauben eigentlich zu tun wenn man wirklich so wie ich auch durch dich herausgefunden habe wie die sind ja gar nicht wie ein moslem an die sein soll ja genau ja okay mein lieber gott segne dich und deine familie dich auch was ist aber sein demo ich segne jeden der im stream ist und ich hoffe jeder die entscheidung für jesus christus getroffen das wünsche ich jeden hier dazu guckt und mehr brauche ich nicht sagen eigentlich bist du bist du türke ich bin halb kurde ist also mein vater ist kurde und meine mutter ist deutsch aber mein vater das sind alle lieben mal alle ok alles klar so ein bisschen diesen bereich der alle bieten bist du gekommen er war mal wundervoll gott segne den fall es damals natürlich auch haben wir wundervoll okay ja guck mal da beleidigen schon die ersten hier die albos sind auch schon da das einzige was sie können karen karen ich habe gesehen du hast schon eine albanische geld hinter dir irgendwie hatte ich letztes mal gesehen im stream ich habe die ganze albanische gang hinter mir die ganzen albaner eine armee über die manuel sind sagen wenn wenn ich wenn mir was passiert dann stehen 5000 kurden auf ein haus hinter dir nämlich ja genau die sache sagt unglaublich okay man ist da gott segne dich und deine familie die ich auch danke dass ich hier sind wenn man es ist kommen wieder hoch mache ich schon dann geht ja wenn ich will stehen 50.000 kurden wieder auf dein lachen bitte noch vergehen nein niemals werden mein lachen vergehen gott segne dich romero niemals wird vergehen was wenn ich in der Ewigkeit bin dann vielleicht ja aber mein lachen bleibt trotzdem hier auf tik tok und youtube da hast du immer noch was davon die geschwister werden es immer teilen gott segne dich gott segne dich und deine familie mein lieber ich war bei rob mal wieder im stream drin was der wieder alles erzählt hat ich glaube ich muss mal kurz was erlegen einmal rede ruhig weiter ich höre dich ich war bei rob im stream drin mit ein paar anderen jungs noch und das sind ja alles amerikaner sie sprechen überwiegend englisch ich habe zwar ein paar screenshots gemacht aber ich habe leider die 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 momente verpasst wo er gezeigt hat wo was drin steht und ich weiß jetzt nicht mehr ob das ein hadith gewesen ist oder ob es im koran drin steht dass die frauen da als tiere gleichgestellt werden oder irgendwie was 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 mit der menstruation zu tun hat alles was quasi so auf gut deutsch gesagt seine tage kriegt und darunter fallen ja auch die frauen das sind alles tier so wurden sie betitelt und in irgendeiner stelle aber ich glaube dass es in irgendeinem irgendeinem buch war was was quasi bestimmte koranverse erläutert da stand einfach drin dass allah die frauen als kappa betitelt da bin ich echt vom glauben abgefallen die dinge erfährst du halt nur wenn ich wirklich schlau machst und dann wirklich dich hinsetzt und ließ 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 was die meisten halt nicht machen und noch ein haufen anderen zeug was der da rausgefunden hat oder herausgefunden hat und den anderen mitgeteilt hat richtig erschreckend auch so die wie sagt man da ja die sind natürlich sehr bewandert in der arabischen sprache die können noch mal ganz anders die quellen betrachten der ist ja übel und dann siehst du natürlich dass der den allerletzten haufen müll da rausholt und das den leuten zeigt und die ganzen leute sind natürlich schockiert was der islam was zu bieten hat welches spektrum des wahnsinns sich dort drin befindet vor allen dingen auch so ein bisschen den werdegang vom vom muhammad mal erklärt so wer eigentlich sein vater ist wer sein großvater ist unser zeug und auch über seine seine mutter und das will ich jetzt gar nicht so groß breit fächern aber echt erschreckend ja das heftig seine geburt hat vier jahre gedauert ja nicht nur das die muslimen gehen heute noch davon aus dass eine frau heute immer noch vier jahre braucht für eine schwangerschaft allein wegen der tatsache dass die geburt von amina und als sie mohammed bekommen hat vier jahre gedauert hat so krank ganz so viele quellen geben uns den eindruck oder beziehungsweise hinterlassenen eindruck dass niemand so richtig weiß wer der wahrhaftige vater sie sagen einfach abdallah aber so wie die schriften das eindeutig sagen stimmt irgendwas nicht weil die kohle ich waren ja so dass die miteinander diese komischen verkehr hatten also so wie was wir heute kennen mit zwinger kopf verschisse ja die haben ja auch irgendwo da haben die nicht alle da haben sich alle getroffen und dann haben sie miteinander diese komischen fax rein gemacht und dann ja und dann kam natürlich der ein oder andere dann zur welt bei solchen swinger parties so crazy auch dass das schwule und lesben dass das damals gar nicht verpönt war bei denen also die wussten das so unter den muslimen dass der mann mit dem mann was halten und die frau was mit der frau und die die gelehrten zu seiner zeit die haben sich eigentlich nur mit der frage beschäftigt ob das ob das klar geht dass ein mann ein mann penetrieren darf und eine frau eine frau ja der imam annau sagt zum beispiel in seinem buch geht er darauf ein mit penetration von tieren tier sex und sowas sehr sehr krank sehr krank das sagte zum beispiel auch als kommentar zu sahim muslim buch der menstruation hadith 525 als muhammad hinter den unter einem wesen mit vier beinen stand und dann geht er nämlich darauf ein der imam annau sehr sehr verstörend sehr kann sich jeder von euch reinziehen gibt mal einfach ein muslim book of menstruation hat dies 525 commentary imam annau wie dann siehst du mal was da los ist was der dort interpretiert der imam annau das ist keine kleine nummer das ist ein monster gelehrter der typ ist richtig das ist richtig krank genau also wenn du die bestialität da drinnen sehen möchtest und den wahren sind dann wüsse ich sagen gut aufgehoben so sieht es aus vor allem viele sagen immer sie haben den koran auswendig gelernt und so aber in wahrheit kannst den koran gar nicht auswendig lernen weil dieser ibn omar hat ja irgendwie wohl diese ganzen koran rezitatoren da um sich gerufen hat und irgendwie hat einer gemeint er hätte den ganzen koran auswendig gelernt da hat er sich zurechtgewiesen dass die das nicht sagen sollen dass sie irgendwas auswendig gelernt haben genau in der koran beherrschen weil der ja gar nicht komplett über also das ist deshalb gar nicht vollständig der wurde gar nicht komplett überliefert dass sie die sollen halt nur sagen ich habe nur das gelernt was davon übrig geblieben ist ja genau so sieht es auch sehr gut crazy crazy diese religion ehrlich ja wenn du wenn wir noch wissen ich habe ja so einiges da reingehauen in der whatsapp gruppe da kann sich ja jeder dran bedienen habe den spektrum das ist unglaublich von kinder dings mit alles mit tier pr se x und so eine so krank wassermelonen auseinandernehmen stückteig alles habt ihr direkt am start sobald ihr mit muslimen diskutieren seid könnt ihr direkt darauf zugreifen ist eigentlich eine sehr sexistisch angehauchte religion wenn man die mal so richtig inspiziert crazy leute macht auf ehrlich ihr könnt doch ich könnte auch so einen schmarrn so einen schwachsten könnt ihr doch nicht hinterherlaufen und glauben schenken so crazy aber weißt du ob der ob der rob früher muslime gewesen ist oder oder warum kennt er sich der kennt sich extrem gut aus der kerl und der ist einfach polemiker der kennt sich übelst aus mit dem islam und ich habe schon eine frage gestellt gehabt du kennst du den rob auch oder so weißt du ob der ob man immer muslime oder so oder warum der kennt sich das sind aramäer also das ist glaube ich aramäisch syrisch aramäisch oder was oder assyra irgendwie sowas in der richtung und der ist einfach polemiker der kennt sich übelst aus mit dem islam und und hat so ein bisschen die islamischen schriften studiert halt ne viele christen kennen sich besser aus mit dem islam als die muslime selber ja man ist echt erschreckend das ist heftig also die meisten sehr sehr die meisten experten sind heutzutage die nicht muslime auch die doktoren und professoren sind alles nicht muslime die sich besser auskennt als die muslime selber naja alles klar dann wünsche noch einen schönen abend das wünsche ich dir auch nächstes mal gott segne dich und deine familie dich auch tschau ja müsst euch mal geben dass die ist dass die sogenannten islam expert nicht mehr die muslime selber sind sondern die nicht muslime und das ist kein geheimnis das sieht man ja allein doktor daniel brubaker ich weiß nicht ob das der name etwas sagt aber der war derjenige der die tausend varianten des korans daraus gehauen hat seine ganze doktor arbeit ne ja den islam ruiniert ne heftig hat gezeigt wie viele abweichungen der islam der koran hat da ist nicht mehr zu spaßen das sind leute die experten sind ja doktor gert puin der an der restauration von sana mitgewirkt hat als die koran manu dankeschön kosinus war das ne jetzt heißt er merlin kosinus ist merlin geworden ja dr gerd puin hat er an der restauration in sana die sana manuskripte hat er finden lassen ja danke kosinus kosinus auch da ja und das war schon damals eigentlich schon eine ruinierung des islams ich möchte endlich gerne meinen live stream bald durchziehen ne hier den live stream auf youtube ne diese powerpoint präsentation ex muslim gegen die verfälschung des korans ne die komplette verfälschung des korans würde ich will auch mal mein beitrag dazu leisten auf meiner mit meiner sichtweise aus meiner sichtweise das ganze mal zu erläutern anhand von quellen was die gelehrten zu dem thema sagen mit der verfälschung selvi 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 warum sagst du heuchler willst du nicht lieber ein selvi machen selvi selvi ist nicht derjenige ein heuchler der zum beispiel von jemandem geld haben will damit er ihm eine frage beantwortet zur 58 vers 12 als dein prophet jemanden aufgefordert hat ihm erst mal geld zu geben damit er erst mal eine frage beantwortet erklärst du nicht so jemanden als heuchler was blablabla das ist was für blablabla ich komme mit koran und was kommst du selvi kommen wir mal ein selvi selvi wusstest du das wenn du unter begehrde leidest dass du dir eine abgeschnittenen tier PINIS einführen darfst du musst dich danach nur waschen tier PINIS heftig was komm machen wir nein lass mal ich will mit sowas nichts zu tun haben ja ich weiß mir noch ein bisschen bisschen so piken ja jedes foto von selvi ist sehr sehr muslimisch das sieht sehr sehr muslimisch aus ich komme jetzt sofort wieder ich muss mal ganz kurz was erledigen selvi aber nicht weggehen selvi selvi nicht vergessen alle krim bitch selvi ich hab doch gesagt heuchler kannst du den nennen der geld für eine frage nimmt selvi warum gibst du nicht auf hör doch endlich auf die ganzen christen hier zu belagern mein gott sie ist aus wie eine kaffee da benimmst dich wie eine kaffee da und was auch noch benehmen wir eine kaffee da kann doch nicht wahr sein was ist das für ein verhalten hier benehm dich mal sei mal nett zu meinen geschwistern hier guck mal wie die noch redet ach du heiliges selvi warum machst du deine albanische zeugs da rein das kann doch nicht wahr sein ja also die selvi wird dann dementsprechend erstmal ein selvi gemacht das ist dann das letzte bild von selvi weil der selvi soll dann als andenken gelten und dann wird selvi nach scharia dann ordentlich bekommt sie eine nackenmassage wegen ihrem schönen selfie da kann sie noch so gesagt die bonen und bajilonen und meltonen und so ja ja ich kenne sie kennen solche selvi die machen einen kurzen selvi und das war's laut scharia kriegt sie dann schöne nackenmassage und dann ist das alles schon in ordnung so sehr gut selvi immer weitermachen mit heißen steigen genau mit heißen steigen ja jetzt das bin reingekommen ich weiß nicht wer das ist ja 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 aber ich darf nicht in die glaube ich auch so ach sie muss nehmen sie das nicht ja ja meine freunde sind auch immer da wo ich bin sind die auch immer da sehr sehr schön lass doch treffen du heuchler ne lass mal lieber selvi du kannst dich dann gerne mit anderen dann treffen selvi stick i got the magic stick selvi stick ja es ist so krass das ganze keinem erzählen was hier los ist eine ist schlimmer wie die andere ihr müsst euch mal vorstellen ich laufe durch die straßen ich laufe durch die straße hier so bei mir ihr lieben ich laufe so durch die straße auf einmal also die polizei so neben mir einfach so zwei so polizisten einfach so neben mir am gehen das müsst ihr euch mal vorstellen wie krass und die steigen dann so in ein auto ein die kommen genau aus aus dieser gasse wie ich gerade komme und dann treffen wir uns so das ist so heftig internetrambo nein selfie ich bin doch kein internetrambo aber du sollst aufhören in den kommentaren rum zu bellen danke hast polizeischutz arme ja ungewollt also ich laufe ja die ganze zeit hier ohne irgendetwas rum ne und dann auf einmal siehst du wie die polizei einfach aus der ecke so rausgeschossen kommt das ist heftig einfach so die habt ihr gerade gehört diese zwei frauen die gerade neben mir geredet haben das waren zwei polizistinnen einfach polizei 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 Kennst du so? Und ich zitter gerade selber so. Das ist heftig. Danke. Richtiger Lion King. Madame, Madame. Das richtige Madame, Madame. Kennst du, ich mache so anderen Mut, aber bin selber voll am Zittern. Nein, um Gottes willen. Ich gehe hier in die ganzen muslimischen Gegenden. Das ist mir egal. Die Leute kennen mich ja auch. Ich führe ja auch Gespräche mit Muslimen. So ist das ja nicht. Ich glaube, die meisten Muslime, die lieben mich. Die lieben den Dr. Scheer. So wie letztens. Hält einfach so ein Auto an, unterhalte ich mich mit dem Muslim. Ich gehe ans Fenster. Na, Ex-Muslim, wie geht's dir so? Als würden wir uns so voll lange kennen, alle. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ist ein vertrautes Gefühl. Mit meinen Muslimen. I love them so much. Nein, die sind echt sehr, sehr coole, korrekte Leute. Viele von ihnen. Aber darunter gibt es auch natürlich so, so ein paar Katastrophen gibt es natürlich auch. Glaubt mir, die meisten, die haben selber gar keinen Bock auf Scharia und Kalifat und so. Am liebsten würden die natürlich etwas dagegen sagen, aber dann gelten sie so als Heuchler. Die haben gar keinen Bock auf Islam und Scharia und so. Die wollen nicht, dass Religion ihr Leben vergiftet. Das muss sie mal geben. Glaub mir, wenn du die Leute fragst, willst du Scharia haben, die würden sagen, nein. Aber so, weil der Druck von der Gesellschaft so kommt, ey, wie kannst du denn nicht Scharia wollen? Ja, gut, okay, ich mag auch Scharia, obwohl die es hassen. Solche wie Arnas, ja genau, Arnas ist das beste Beispiel. Der ist so fertig, der Typ, ne, unglaublich. Unbelievable. It's so unbelievable. Er ist ein Kuffar. Er ist ein Kuffer pur. Er hat mich ausgedeckt, er ist ein Kuffer pur. Das sind die Richtigen. Wieder so wie eine Schlange bei mir reinkommt. Komm, Armin, wir reden jetzt mal ein bisschen ruhig. Der wollte einfach nur so versuchen, so gut es geht nicht, diese Mist, den er gebaut hat, als er da bei Ahmad X Muslim reingegangen ist und den Leuten gezeigt hat, dass Armin, die Woche keine Ahnung von gar nichts hat und versucht durch Lügen und Täuschungen den Islam zu retten. Das muss er immer geben. Er greift auf schiitische Quellen zurück. Es ist nicht zu schade, Lügen zu verbreiten. Nee, das ist bei denen ganz normal. Das gehört zum täglich Brot. Zum täglich Brot. Dank dir leiden weniger Ziegen. Du Luger! Du bist eine Luger! Lass mich ausreden, das ist der Knaller, ne? Ja, ab jetzt ist für mich auch Sense mit dem, ne? Ich wusste, dass das so enden wird. Aber gut, er hat da in dieser ganzen Diskussion das Sachen gesagt, wo ich mich tot gedacht hab. Ja, Armin hat Rest. Allah hat deine Fuß. Ja, Allah hat deine Beine. Allah hat das Bein. Ja, haben die Shia gewonnen. Ja, natürlich haben sie Shia gewonnen. Er benutzt die ethische Quellen, um Christen zu widerlegen, um seinen Islam zu widerlegen. Unglaublich, ey. Ja, das ist normal, ne? Der ist richtig besetzt von mir, genau. Welcher von den Muslimen nicht. Welcher von den Muslimen nicht. Sie sind alle besessen von Dr. Shehra, okay. Danke. Luger. Luger! Ja, aber die sind echt, die schrecken mich davor zurück, Lügen zurückzugreifen. Ja, bei so einer Religion, wo es erlaubt ist, Taqiyah zu praktizieren, ne? Und Allah ihnen erlaubt, die Kufar zu belügen und zu betrügen. Natürlich. Etikulla! Ja, genau. Etikulla, wo bist du? Ist die hier, die Etikulla? Wo ist die? Die war lange nicht mehr hier. Etikulla! Wo bist du? Hello! Where are you? Allein wegen Expo sind wir einverlassen. Millionen mussten ja, okay, Millionen nicht, aber Hunderte haben schon bestimmt, Tausende haben schon bestimmt, äh, den Islam verlassen, ne? Sie können gar nicht wissen, wie die Dunkelziffer aussieht. Was soll ich mal vorstellen, bei so 14 Millionen Aufrufen auf dem YouTube-Kanal, lasst doch nur mal so, äh, 100.000 sich damit intensiv beschäftigt haben und von diesen 100.000 haben, äh, mindestens, lass mich nicht lügen, so vielleicht 5, 6, 7.000 Leute, so, äh, den Islam verlassen, ohne dass jemand das mitbekommt. Heftig, ne? Das kann durchaus sein. Ja, so heftig ist das Ganze. Mit der Kulli. Danke, Patrick. Selfie, wo ist Selfie? Selfie, bist du noch da? Selfie? Mann, wir gehen in die Politik, alle wählen dich, ja, ich glaube auch, ehrlich. Danke. Wähl mich, ich mach Deutschland wieder gesund und stark. Ich werde Klerosin kaufen, damit die Flugzeuge befüllt werden. Alle Flugzeuge sind bei mir betankt und die werden dann alle nach dem anderen. Ich investiere das ganze Steuergeld in Kerosin und neue Flugzeuge. One way. One way. Only one way. Ohne Rückflug. Wir glauben alle, wir würden mich wählen. Nein, natürlich nicht. Ich würde den allen das Evangelium predigen und sie müssten sich das anhören. Wer sich das Evangelium nicht anhört, der muss gehen. Stell dir mal vor, Evangelium gegen Dings. Zuhören, Evangelium gegen einen Platz im Dings. Entweder einen Platz im Flugzeug oder Evangelium hören. und das von morgens bis abends jeden Tag. Entweder du entscheidest dich jeden Tag von morgens bis abends das Evangelium zu hören und jeden Tag eine Predigt zu hören oder du musst in den Flieger gesetzt werden. Mal gucken, für was die sich entscheiden. Das wäre doch mal eine Alternative für Deutschland. Das ist wirklich eine Alternative für Deutschland, dass die Muslime von morgens bis abends nur Evangelium hören. Die ganze Zeit alle Beweise führen für den christlichen Glaube, die Bibel, Authentizität, Islamwiderlegung, alles. Das ist heftig. Dann hätten wir das Schlamassel nicht mehr. Dann hätten wir diese Schlamassel nicht mehr. Also, wir würden dagegen entschieden vorgehen. Entschieden. Was ist das jetzt hier? So. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er. Karina. Ich bin Karina. Okay. Runway mit 1200 Gramm Kamelurin. Ich betanke die Flugzeuge mit Kamelurin. Mit Kamelurin. Weißt du, das Flugzeug hebt ab bei so einer krassen Konsistenz des Kamelurins. Das kann durchaus sein. Wer weiß. Vielleicht kommen die Muslime mit neuen Argumenten und sagen, siehst du, Amir, man kann sogar Flugzeuge mit Kamelurin betanken. Flugzeuge mit Kamelurin betanken. Siehst du, Amir? Ich habe dir schon immer gesagt, dass Kamelurin heftig ist. Ja, Habi, beruhige dich. Alles wird gut. Alles wird gut. Solange du Kamelurin tankst, wird alles gut. Keine Sorgen. Ich rufe schon mal den blauen Wagen an und die werden sich dann darum kümmern. Mach dir keine Sorgen, mein Bester. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich bin da für dich. Wie ein Fels in der Brandung. Doktor Sherabuamir. Wie er leibt und lebt. Aha. So ist das. Keine Sorge. Der Doktor Sherabuamir ist da. Ich werde schon dafür sorgen. Sorge tragen. Ich sorge mich sehr um die, um meine ganzen Muslime. Ich möchte, dass sie, äh, dementsprechend wundervolle Genesung bekommen. Dass sie schnell genesen werden. Und am besten klappt das nur mit Kamelurin flavor. The best flavor of the world. Kamelurin. Was ist das denn hier? Boah, wie ich parke mit so einem Riesenteil. Heftig. Ja, das kann nicht jeder. Einfach perfekt geparkt in eine 2 Meter Lücke mit einem 4 Meter Auto. So muss das sein hier. So muss das sein, meine Kleine. Danke. 4 Meter Auto in 2 Meter Parklücke. Sehr gut. Soll ich das sehen. Ja, was soll ich machen? Hier gibt's keine Parkplätze. Muslime klauen alle meine Parkplätze hier. Wow. Hauptsache, sich nicht selber loben, ne? Sehr bescheiden. Arbeitest du bei Amazon? Nein, ich arbeite bei Mama-Zone. Bei Mama-Zone arbeite ich und bei Papa-Zone. So, wir haben noch nicht mal die 100.000. Komm, 3, 2, 1. Jetzt alles mal 900. Alles mal 900. Weil für Mama-Zone. Alles mal 900. Alles für Mama-Zone. Alles mal 500.000. Hallo. Hallo. Hey, ja, al-kas-Tosh. Hey, al-kas-Tosh. Hey, al-kas-Tosh. Hey, al-kas-Tosh. Nasıl sind? Yes, sir? Hey, alles mal. Habibie, habibie. Shukran. No, aber, Janu. Hi, al-kas-Tosh. Well, al-kas-Tosh. Hier. Ich hab da einen Landsmann mitgebracht. Oh, Habibi! Schau dir das mal an. Was für eine Werbung. Was für eine Werbung für den Islam. Habt ihr gesehen, wie schön die rezitieren? Oh, das ist so schön. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Tag. Wie geht? Willst du auch Werbung machen für den Islam? Ja, was Werbung? Werbung für den Islam machen. Gerade war einer da, der hat sehr, sehr schön rezitiert. Kannst du auch rezitieren? Bitte. Warum soll ich über Religion da reden? Ja, nein, darf man nicht über Religion reden. Warte auf, mir so eine Mietabfrage zu schicken. Warte auf, mir so eine Mietabfrage zu schicken. Das ist dir da. Nein, hast du sie nie gesehen? Nein. Völlig verrückt. Oh, Amir al-Mushrikin. Khobij Dori, wie geht's dir? Oslo al-Kurdistan, wie geht's dir? Gut, gut, danke dir. Amir, wie geht's dir? Alhamdulillahi, mir geht's gut. Dank dem Herrn Jesus Christus immer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja, wer ist denn da? Amir, ich habe eine Frage. Amir, kannst du die Bibel aufschlagen, Jeremia 13, 23? Weil ich bin am Paren, ich muss schnell raus, verstehst du? Ach, die Bibel gerade nichts zur Hand, was ist denn da? Was willst du denn sagen? Jeremia 13, Kapitel 13, Vers 23. Amir. Ja, was ist denn da? Gott sagt N-Wort, er benutzt N-Wort, N-Wort. Also ist das schlimm, Afrikaner zu benutzen? Ja, warum spricht dein Gott so rassistisch zu alle Afrikaner? Ich verstehe das nicht. Nee, das Wort, das benutzt wird, ist Sanch. Und Sanch wird nicht als Neger benutzt. Das ist eine falsche Übersetzung, mein Lieber. Und damals war das Wort Neger nicht auch ein negatives Wort, sondern das hat im Laufe der Zeit seinen negativen Touch bekommen. Verstehst du? Aber Amir. Wenn du damit ein Problem hast, wie gehst du denn dann um mit Mohammeds Aussagen, wenn er gesagt hat, du mir Satan sehen wolltest, dann müssen wir zu Al-Naptal gehen, weil der ist ein schwarzer Mann. Natürlich. Ja, aber wenn du Kamelohr hinzu nimmst, dann kannst du auch gar nicht verstehen, was ich damit meinte. Was bedeutet denn das Wort, Askel? Du, die Oslo, Oslo. Was bedeutet das Wort Negro? Jetzt geht er wieder zu jemand anderem. Jetzt geht er zu anderen Propheten. Du sollst Kot mit Brot essen. Ich kann das nicht mehr hören. Verschwinde einfach nur noch hier raus. Verschwinde nur noch hier raus. Mit deinem Bild von Kebab Numa Gomedov. Kebab Numa Gomedov. Der ist auf Kebab Yuka Modedov. Ich kann das nicht mehr hören. Da erklärst du ihm, dass das Wort heutzutage eine Beleidigung ist oder eine schlimme Bezeichnung bekommen hat. Aber zu der damaligen Zeit war das der einzige Begriff, der benutzt worden ist, um die Afrikaner als Volk zu benennen. Negro bedeutet ja nichts anderes als Schwarzer. Nur heutzutage hat das so eine beleidigende Ausdrucksweise es ist geworden. So eine Beleidigung. Aber wenn er ein Problem damit hat, dann verstehe ich nicht, warum er dann Mohammed als Vorbild akzeptiert. Er sagte, selbst wenn ihr einen Äthiopier habt, dessen Kopf wie eine Rosine aussieht. Also der beleidigt so die Äthiopier, weil die so manchmal die Form einer Rosine als Kopf haben. Versteht ihr? Wie der Mohammed da die Leute beleidigt. Und wenn du behauptest, dass Mohammed ein Schwarzer war, so musst du nackentherapiert werden, auch wenn du bereust. Wahnsinn, ne? So, ich muss euch mal in die Tasche tun. Ich weiß, dass ich stumm bin. Ich weiß, dass ich stumm bin. Ich weiß, dass ich stumm bin. Genau, er will stumm sein. Sehr gut. Mathe hat's gecheckt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich komme gleich wieder live oder was, ja? Nur ein paar Sachen erledigen. Sehen wir uns gleich wieder, ja? Haben wir Döner bestimmt. Ja, genau so in etwa. Okay? Ich wünsche euch Gottes Segen. So Gott, wir sehen uns gleich wieder, ja? Bis später. Ciao. Haltet immer ein Jesus Christus fest. Ciao.